hallo leute und ein herzlich willkommen zu einem neuen wieder auf dem kanal so dass wir sind wieder back am start als mark rumpel de pumpe und wir sind heute mal als homel ich hab den job noch nicht drin vorbereitungshund ich hab den job nicht ich bin einfach nur immer ein zu sieben boss ja moin was los auf jeden fall sind wir heute als etn unterwegs btw das homelands werden schauen dass wir den server sicher halten mit unserem lambo kundtouch der neue aber den es ja noch nicht auf dem server gibt da kommt er dann erst auf 3 0 aber den fangen wir heute wir heute ein bisschen tun über heute schön herrisch da werden wir heute ein blöchiges blaulies einbauen und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf wie leute wenn ihr auch bock drauf habt lasst mich wissen mit der positiven bewertung lasst auch kostenlosen aber da würde mich freuen aktiviert das glöckchen schaut auf den discord vorbei wuppelt gerne bei instagram vorbei was gibt es noch schönes und wuppelt gerne in den shop da gibt es immer noch das zoom plüsch mit gratis-autogramm-karte also wuppelt in den merch shop rein newsletter abonnieren minus 10 prozent rabatt auf alles so ist es so jetzt aber starten wir durch ich habe immer mein wanted tattoo oben sehe ich gerade naja egal aber kurz den job set shop 388 admin 1 ja weil das geld habe ich mir extra schon gegeben das ist nicht meins das ist nicht meins so alle türen schließen und auf geht es gut leute ich hoffe ich bin richtig bock und ich hoffe heute wird mein internet stable bleiben schauen wir mal steve ist dabei dank für 90 cent für für die schafften von küs und zwischen bruschel haut da wieder raus vielen herzlichen reizt haben es somik hat zwei euros endlich kann ich auch spenden hoffe die geht es besser ja auf jeden fall vielen dank maurice wolf auch für den euro und für noch mal ein euro florian adams dabei der möchte dass ich die tornado mod teste es gibt eine tornado mod für 5m aber die ist so alt dass die glaube ich nicht mehr funktioniert ich glaube die geht gar nicht mehr wenn die tsunami mod war relativ neu draußen aber ja ist mal gucken aber vielen dank auch 1 1 zu 7 hb ist auch noch gris habt dankeschön steven auch mit 90 cent dabei vielen herzlichen reizt haben auto auch raus und war die zum kopf glauben statt wie geht es dir was hast du heute vor ich werde heute admin sein werde den wagen tun und wird ein bisschen rum schauen was die leute machen euro 1 zu 7 auch da guten abend auf ein gutes team so machen wir das hier gut starten durch hauben land im einsatz naja gut ich muss den ersten fahrten wagen damit der mal schön aussieht ein bisschen schneller ist bei nitro flächen um uns und dann passt das ja es hat die 1 zu 7 hoff es geht ja gut schöne abend jedoch mir geht es super ich hoffe dir auch also ich habe mich so gut erholt heute das könnt ihr mir gar nicht glauben ich habe nicht ich habe mich wirklich durch das dass ich jetzt so viel krank war diese zwei wochen über zweieinhalb wochen waren es glaube ich sogar als ich habe mich so gut auskuriert und mein schwindel ist weg ich kann wieder normal stream es geht mir einfach ganz super also danke auch für die ganze leute die wir bisher die daumen gedrückt haben aber ich hatte mich schon angst gehabt dass wir dauerhaft schwindelig sein wird dass es nicht mehr weg geht aber zum glück wirklich zum glück ging es jetzt von selber weg bin sehr froh drüber so verbesserung jetzt machen wir das ding aber schön federung tiefer legen rein da alles rein was geht in die hütte und turbo natürlich auch nicht vergessen hat der anbauteile schön wäre es gewesen wenn er welche hätte also nicht raten was sind wir ja natürlich da war ja was mit den felgen die sind da nicht so gut aus felgenfarbe aber da können wir die dings einstellen die dingsbums aber schwarz lackierung meinten haben elisa weiß aber ich finde weiß sieht auch gut aus wegen homeland weil die homeland fahrzeuge sind ja weiß mit so einer lackierung dran ich würde deshalb weiß auch machen ist es einfach passt pur weiß pur weiß blaue innen wir können den blau innen lassen oder auch weiß oder schwarz immer schwarz passt schon scheinbentönung kompletter rhino scheinwerf axenon einbauen und dann ist das ding eh schon fertig ne weil mehr kannst du dann im teil gar nicht machen kennzeichen also ich habe die deutschen kennzeichen dran die können wir auch theoretisch abmontieren und die dings ran machen aber ich finde tatsächlich das deutsche kennzeichen passt hier besser dran weil vorne das so klein drin ist er ist in originein auch weiß ja kundtaschen weiß sieht egal aus stimmt das ist ja ich die hauptfarbe von kundtasch gewesen weiß und mit dem er passt das schon ich mache nur schnell meine lightbars rein und jetzt überlege gerade wo ich hier die ganzen sprengungen herkommen aber ich darf ja nicht nur admin anmachen ich bin ja heute admin so reparieren kommen wir noch schnell meine lightbar rein und dann geht es los ich sehe uns gauder dank fürs vp werden latheers runkowski hervorgerissen genau da kommen noch die donis von vorher noch mal rein grusel nochmal dank für den euro dankeschön und killer du youtube 12 viel dank auch für den euro liebe geht raus lightbars avenger hau mal rein unsere avenger lightbar die tun wir dorthin auf ganz entspannt da haben wir noch um die xlpr leitbar rein die passt sehr gut hier oben rein job sieht schon mal sehr gut aus und jetzt müssen wir noch hinten ich weiß nicht wie soll ich hinten eine lightbar einbauen wobei hinten könnten wir die die frontblitzer machen passen die frontblitzer die passen eigentlich hier noch in die motorhaube ja komm er sieht schon gut aus ich will dass das hat was aber ich brauche noch hinten was hinten haben wir die frontblitzer in die heckansicht so die werden die frontblitzer die heckblitzer die machen wir hier komm das gefühl sieht da nichts aus ne da sieht auch nichts aus sieht komisch aus oder hier hinter dem logo vielleicht oder ach hier unten von den kennzeichen ja doch das passt hier das passt ganz gut oh ja das sieht richtig gut aus so dann ist unser admin mobil fertig für den einsatz das passt ja die digger gehen halt jetzt nicht mit ne ist halt klar aber ja passt bin zufrieden unser homenet mobil ist ready jetzt brauche ich nur da machen sie ach deshalb schepperts vielleicht so das könnte sein auch nicht schlecht anders autos hat für sie geöffnet die freunde auf ihren besuch da freue mich auch sehr drüber wenn sie den wagen hier verkaufen würden auf ganz entspannt aber dankeschön nina dragon ist auch wieder am start ja hallo bist der beste streamer ever vielen dank nina dragon schön dass du auch am start bist er somica hat auch 1 euro 2 cent draus erne gestern homelands heute homelands äh ich war gestern nicht homelands äh annel hat gestern homelands gemacht ich war ich war schon seit äh langer zeit nicht mehr homelands aktiv ich glaube du verwechselst mich erne erne hoffentlich verfolgen die mich jetzt nicht ne der wagen steht der fährt nie so schnell ne ja das ist der der so schnell fährt das ist so heftig 360 jungs alter jetzt aber ohne nitro ne so ohne blitzer natürlich keine rechnung zum zahlen was fährt denn denn nochmal äh 400 muss der fahren ne wenn wir den ausfahren ohne ohne north soll der 400 fahren glaub ich ich mach mir noch schön names und blips an dann seh ich auch wo die leute sind ähm oh ich hab toll ich hab irgendwas kaputt gemacht am auto oh ne auch ne mein router hat nen restart gemacht oh jungen natürlich hat mein router nen restart gemacht weil ich im letzten stream ich bin ja so blöd ich hab ja im letzten stream hab ich ja den lag gehabt wisst ihr das noch wisst ihr noch wie ich im letzten stream weggeleckt bin im stream mittendrin und dann musste ich ja meinen router neu starten zweimal jetzt hat er sich natürlich gerestartet ach ich bin so blöd alter ich hasse dieses teil so sehr ihr könnt mir gar nicht glauben wie sehr ich meinen router hasse mittlerweile ja ich muss nicht um 4 Uhr morgens wach bleiben dann kann ich nämlich restarten dann passiert das nicht mehr on stream ja moin ja moin was ist los passiert jetzt egal dafür haben wir jetzt erstmal äh ruhe für die nächsten 24 stunden leute ja der macht alle 24 stunden äh restart ne das macht er gern aber stream läuft jetzt wieder immerhin gut so top immer nur ganz kurz weg ja ich denk mir schon warum geht mein blaulicht nicht mehr hä was ist denn jetzt los ja äh toll ganz toll 1137 ist auch dabei danke für äh 1 euro und ganze 7 cent dankeschön vielen dank für die blumen weshalb eigentlich weil ich im letzten stream einen äh also das war das war vorgestern muss das gewesen sein da hat da hat ja mein router äh abschied genommen ne dann hab ich den zweimal restarten müssen und äh er macht dauert also er macht dann ne trennung alle 24 stunden dass er mir eine neue ip geben kann und das macht der router erst dann ähm wenn er 24 stunden offline war und das kannst du auch in den settings nicht einstellen das kannst du wirklich also ich hab's mal probiert du kannst es nicht einstellen also liebe grüße an den router wir brauchen unbedingt einen router im mode xion versus router box kampf kommt es bald ja jetzt ist mein auto weg nein jetzt ist mein auto weg ey jetzt kann ich den nochmal neu machen ich habe nämlich nicht gesaved ne 100 pro hab ich den nicht gesehen ah doch da ist er da ist er hä da bin ich doch gar nicht gestanden vorhin wissen wir was ich glaube der wagen ist ohne mich weiter gefahren und ist hier in die ne warte das macht keinen sinn hä wie kommt dieses auto dahin ich hab das da nie hingestellt und die blitzer sind auch irgendwie jetzt komisch ne ich hab den da wirklich nie hingestellt Leute ich bin grad so hart verwirrt ich bin ja auf der ich bin ja auf der anderen straßenseite gefahren mal reparieren ja das kann ja auch nicht mehr reparieren jetzt super ganz toll gefixt auf 3.0 hä? was ist warte ich warte mal äh slash save car hä? hä? was ist mit meinem auto los? guck mal der geht dir kaputt der wagen ich hab nichts gemacht bruder ich hab nichts hä? okay wartet ich mach was ähm vielleicht anderes menü eigenschaften fix rieke hä? was? ich bin sowas von verwirrt gerade okay mit dem geht's fragt mich nicht warum okay? ich hab nichts anders gemacht als sonst nichts anders als sonst gut der geht aber wieder ich kann damit wieder fahren super toll ganz toll so was soll ich machen ich wollte blips anmachen blips und names dass ich seh wer das auch ist der vor mir steht gucken wir mal ein bisschen rum was die Leute so machen was ist denn bei der orangenfarben los? aha sind da so viele Leute ich fahr mal kurz hin und schau was die da machen gibt's irgendwie einen orangenfarben Glitch oder warum sind da so viele? weil auf der orangenfarben ist sonst nie was los also wirklich nie ganz komisch ich fahr da mal hin Leute ich check das mal ab auf einmal unlimited Orangendrop Glitch auf 2.0 müssen wir fixen ganz schnell so fahr mal hier links gehen die hier wirklich orangenfarben? wer geht mit nem lampe orangenfarben die farben hier wirklich orangen ihr glaubst nicht hä? seit wann machen das die Leute wieder? haben wir die Preise erhöht? wisst ihr wie lange das herst dass ich hier Leute gesehen habe so viele die hier orangenfarben gehen und dann die hat ja die haben ja ein lambo hier ich probier mal was jetzt aber auch kein Glitch oder so ne? eine orange pro pro aufheben ja eine orange pro aufheben gibt's hier irgendwas ne? eine orange vielleicht sind die orangenpreise grad in die Höhe geschossen wer weiß das schon die können ja mal schon hingucken vielleicht sind die grad wirklich so teuer irgendwie dass jetzt alle orangenfarben gehen schau mal schnell wo ist nochmal der der Händler wo ich gucken kann das müsste eh in der Bank sein in der Bank müsste man die Rohstoffpreise sehen können oder ja orangenrohstoffe er kennst du nicht? ja man kann ja Orangensaft draus machen jetzt gucken da fahr ich jetzt nämlich nicht hin weil nicht dass der Preis auf einmal was anderes ist Orangenpreise sieht man das hier? Holzplanken Rehpelz nee Holz einfach Holzplanken Schweinpelz ich hab das Gefühl dass äh hier Lebensmittel ah deshalb gehen sie alle farm 137 pro Stück was? eine orange ist 137 Dollar wert? ja okay jetzt verstehe ich warum also bei den Preisen wäre ich aber auch dabei und Orangensaft aber nur 3,92 also in Anführungsstrichen es ist ja voll teuer was man da kriegt warte du wirst mir sagen ich kriege jetzt pro Orangensaft 392 Dollar das ist saumäßig viel schon für Ketchup kriege ich 3,70 nur aber 137 ohne Verarbeitung zu fahren ist schon heftig krass also das ist also Toppreis kann man nichts gegen sagen tipptopp na super dann fahren wir da nochmal hin und schauen wir uns das mal an hier ist ja der Verkauf hier hinten jetzt kann ich mich da nicht hin tippen ich kann das grad irgendwie nicht fassen dass die Räuche so teuer ist wenn man denkt was kriegt man für ein Päckchen Weed wo man echt viel Arbeit mit reinstecken muss was waren das 600 Dollar oder so ungefähr 600 oder 800 und für eine Orange kriegst du 100 das ist heftig schau mal schnell was wirklich so hoch ist das ist echt jetzt 100 Dollar ja einfach 411 Dollar mit 3 Orangen gemacht ok ja ich verstehe warum die Leute Orangen sammeln ich verstehe es jetzt kein Glitch oder so alles gut was für Saft Orangensaft ich habe für 3 Orangen 411 Dollar bekommen Leute das ist abnormal viel also auf RLO geht alle Orangenfarm es rentiert sich es lohnt sich gerne wieder 10 von 10 Sternen wenn ich jetzt aber reprieren gehe geht es nicht kaputt ne krass gut jetzt ist noch kein Einsatz vielleicht schauen wir ein paar Leuten zu oder schauen den Funk ein bisschen wir gehen mal den Polizeifunk wir hören ein bisschen ab was sie da so machen äh Puffeliges danke für den Euro hey ich bin eigentlich ein stiller Teilnehmer aber heute mal nicht herzlich willkommen an Puffeliges und danke noch für den Euro der hat zweimal so datet vielen Dank ich lese das natürlich vor auf den Orangenfarm wird auch nur ausgeraubt echt? gibt es da Orangenräuber? da bist du Orangenräuber ja ja wenn du jede 5 Sekunden eine schaffst dann machst du 88.000er Stunde ja aber das rentiert sich doch voll da machst du viel Geld was von Martin Feuerwerk am Hauptplatz und einer die hat gerade mit dem Raketenwerfer geschossen was hat er? weiß auch wer hat er mit Raketenwerfer eine Person geschossen? das darf er natürlich nicht warte mal ganz kurz haben sie linken Schwert hineinkommen sofort ja jetzt wird auch äh Batterien gezündet am Hauptplatz ist also nicht verstanden am Hauptplatz? ne geiler Wagen ja linken Schwert hinein ist es jeden Moment da oh mein Gott das zu Teilnehmer kann am Hauptplatz ja der große Bruder vor dem hier ja der große Bruder vor dem hier einen fahrzeug ne der hat glaube ich jemanden angeschlossen oder? nein nö 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 ich hab einen Führerschein für sie strike 50 nö wache ich brauche doch keiner nö 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 na der tippk ähm gri percent Jedi onymous Donkey Ich hatte massive Probleme, ihnen hinterher zu kommen, deswegen hatten sie sehr Glück, dass ich kein Missergebnis hatte. Ja, aber ich bin eh im Dienst. Sie sind im Dienst, also wenn sie im Dienst sind, dann habe ich natürlich nichts gesagt und nichts gesehen. Ja, deshalb habe ich auch Ding drin. Das erklärt auch das Blaulicht. Ja, ich dachte so, vielleicht sehen sie das. Ist hinten eins drin? Ja, ja, ich habe hinten extra geblitzt, dass sie es sehen. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe es probiert, ich dachte so, okay. Ich habe es wirklich null gesehen, dann tut es natürlich leid. Nee, weil ich habe es angehalten, nur ich dachte, okay, gut. Dann tut es mir leid. Nee, weil ich bin hier jetzt zwar angefahren, weil ich irgendwas gehört habe mit einem Raketenwerfer. Ich dachte, da wurde mit einem Raketenwerfer angeschossen oder so. Ja, wenn sie im Dienst sind, dann dürfen sie natürlich machen was. Nee, aber ich bin hierher gefahren mit einem Raketenwerfer. Ich weiß nicht, ist der mal angeschossen worden damit? Ich glaube, die Kollegen versuchen das gerade auseinanderzunehmen, wenn es... Ah, da wird es wohl gerade ernst. Weil deshalb bin ich ja ich hier. Aber wenn sie wollen, können sie gerne unterstützen. Ja, gerne. Herr Professor, was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht, dass ich meine Straßenwagen anmachse... Ich bin Streitschlichter. Ich bin Streitschlichter. Ist das ein Streitschlichter? Na, hör mal. Doch zu. Schauen Sie dann, ob du die Kollegen jemand festgenommen hast? Ja, aber ich wollte nur fragen. Ich habe vor eine halbe Stunde eine Waffenübung gemacht. Ja, deshalb. Hat sich das erledigt mit dem, der vorhin drüben war? Der ist irgendwann wieder aufgewacht. Er wartet aber immer noch auf einen Anwalt. Ach so. Der wartet dort drüben, bis ein Anwalt kommt. Was bin ich? Ja, ja. Ich habe gar nichts getan. Äh, ist okay. Das ist ein perfekte Ohr. Damit haben wir... Damit haben Sie gerade auch ein bisschen gedauert, aber... Dankeschön. Sie haben gerade offiziell ihr eigenes Alibi kaputt gemacht. Würde ich kurz... Würde ich kurz fragen, was passiert ist? Äh, 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 äh... Der hat mit einem Feuerwerk rumgeschossen. Der hat mit einem Feuerwerk rumgeschossen. Der hat mit einem Feuerwerk rumgeschossen. Ja, der hat aber keine Person erwischt, oder? Ich habe nichts geschossen. Nein, nein, nein. Er hat in die Luft geschossen. Aber es ist laut Strafenkatalog dennoch... Ja, ja. Ne, ich dachte schon, er hat eine Person getroffen. Warum... Warum hast du denn... Was denn? Über deinem Auge? Seit... Äh... Längere Zeit. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ne, seit... Seit... Seit ein paar Tagen. Seit zwei Tagen. Längere Zeit. Zwei Tage? Ja, zwei Tage ist eine längere Zeit. Ich habe in einer halben Stunde Schießübung gemacht. Okay, ich... Ich habe nicht gehört irgendwie, da schießt wer auf Menschen, habe ich verstanden. Mit dem Raketenwerfer, also habe ich jetzt angefangen ganz schnell. Ich bin fahrlässig. Okay. Ich habe es noch ein Punkt bekommen. Das soll... Okay, super. Dann wäre ich nicht mehr gebraucht. Jemand müsste bitte die Highspeed wegstellen. Natürlich nicht. Könnt ihr das durchgeben, dass ich mit dem unterwegs bin, weil ich möchte die ganze Zeit meinen Ausrufe... Dings drin haben im... Im Auto. Gerne. Was ist denn jetzt hier los? Ähm... Es ist nur die Frage, welches Kennzeichen ich durchgebe, weil mein Lesegerät zeigt andere Kennzeichen. Ja, aber... Achso, Lese... Stimmt, wenn... Man sieht es ja nicht, wenn man mit dem Lesegerät drüber ist. Äh... Richtig. Soll ich einfach sagen, europäisches Kennzeichen mit... Europäisches Kennzeichen... Weißer... Weißer... Den gibt's ja so gar nicht zum Kaufen. Ja... Das gibt's nur einmal. Also das... Das kann kein anderer fahren. Der winkt dann... Ja, sag dir doch nochmal, dass die vermehrt dann auch auf Blaulicht gucken sollen, weil... Ja, ne... Ne, ich hab's extra angestellt eigentlich auch beim Fahren. Und dann bin ich auch mit Serena gefahren. Äh... Kann man den mittlerweile eigentlich blitzen? Ne, ich konnte den nicht blitzen. Ach, da ist ja ein Problem. Oh, ne, jetzt hab ich den Schlüssel vergessen. Ah, ne, doch nicht. Ich jetzt auch aufblicken kann. Ich weiß aber, weißt du, was das Lustige ist? Ich hab probiert, warum man den nicht blitzen kann. Ich komm nicht drauf, warum. Weil der wird so flach. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hängt das mit dem Lesegerät zusammen und dem Kennzeichen? Nein, nein, nein. Kennzeichen kriegst du ja drauf von ihm. Ja, du kriegst die Geschwindigkeit nicht, ne? Ey, das Kennzeichen für sich kriegst du, genau. Du kriegst nur nicht wieder Messer von... Du kriegst nur nicht wieder Messer von... Ja, aber das... Ja, ja, weil das Kennzeichen... Warte, ich kann dir das mal zeigen. Ähm... So. Wenn ich jetzt das Kennzeichen umende... Schau mal. Genau. Das 69FX kriegst du rein. Oder? Genau, das müsste das sein. Ja, kriegst du das rein? Blau und rot. Blau und rot. Blau und rot. Bunt ist schlicht. Ja. Ja. Ja, aber dann verstehe ich nicht, er kriegt halt den Dings nicht rein, den Speed. Das ist komisch. Das ist komisch. Haben wir auch schon getestet, aber wir kommen nicht drauf. Schade. Das Auto ist nicht schön. Das war, eigentlich war das nämlich mal so, da bist du ja von mir weggeplant. Ich hab das im Recken nicht messen können. Ja. Ja. Das fetzt. Schön. Mein Wiese Gerät ist kaputt. Mein Scheiß. Ne, der war einfach zu schnell, der fährt ohne Nitro 417 auf der Autobahn. Ey, wie schnell warst du klar? Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin statt, eines hab ich nicht geguckt, weil ich halt wegen nem Einsatzherb. Aber ich bin, wie ich statt auswärts gefahren bin, 417. Kann es auch sein, dass wir was mit Camaro gemacht haben, weil irgendwie fährt er auch deutlich schneller. Aber er lenkt sich anders. Nein, eigentlich nicht. Was fährt da jetzt, der Camaro? Ja, dann machen wir Personenkontroll. 350? Ja. Das müsste eigentlich immer ruhig gegeben werden, wenn da was verändert wird. Also ich wüsste jetzt nicht. Aber ich tue mal kurz Probefahren. Und er fährt sich bisschen anders in den Kurven, habe ich das Gefühl. Schlechter oder besser? Schlechter. Okay, ich probier mal. Gleich. Es darfst du informativ. Sollte ein weißes Fahrzeug mit europäischen Kennzeichen unterwegs sein. Bitte nicht anhalten. Er sollte auch Leitbust drin haben. Habt ihr gesehen, mit welchem Auto die hergekommen sind? Dass wir schon mal... Okay, das ist sehr schnell. Oder kommst du noch was? Ach nein, du stehst die andere. Ja, also für eine Highspeed schon. Mit Camaro bist du dir das nicht gewohnt. 3, 43, 3... Ja, 3, 36, da wird wieder langsamer. Ja, ich weiß es nicht, ne? Weil eigentlich, das wird immer im Newspaper geupdated, wenn da was gemacht wird, ne? Ja. Soll ich... Keine Kurven? Doch, vielleicht nicht. Bugatti, 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 Bugatti. Die Highspeed. Na gut, bist du da mit der Highspeed? Jetzt grad zogen. Oh ne, dann kriegst du halt nochmal die verbrecherische. Jetzt besetze ich grad die Highspeed. Da ist kein Ausweis gegeben, verbrecherische Flucht. Entschuldigung. Ja, da 3, 58 grad gefahren. Oh ja, geil. Auf verbrecherische Flucht können wir grad nochmal auf die Fahne und schweilen. Ja. Weißer Bugatti, Veyron, glaub ich. Mit weiß, grün. Ich glaub da kommt ein Highspeed wieder. Du musst den absperren, ich hab den Schlüssel nicht. Linken 29, Rück und Punkt. Frage, die haben hauptletztfalls fahrlässiges Abspfeuer in eine Schusswaffe, oder? Positiv. Äh, du müsstest ihn absperren, ne? Ich hab den Schlüssel nicht. Achso. Ähm. Und fährt er sich anders? Fährt er sich schneller? Ich fahr den halt sehr selten, aber mir kommt vor, dass er sehr schnell fährt, ja. Also ich bin jetzt gefahren 3, 56. Ja. Aber runter die Stadt rein auswärts, damit er wieder langsamer auf 3, 34, 3, 30 so um den Dreh. Aber wenn du mit gut bums fährst, fährt er halt schon über 3, 50. Genau, weil ich dachte mir so, vielleicht habt ihr den ein bisschen schwieriger gemacht zum Handeln. Eigentlich so. Eigentlich, wir schreiben immer das rein, ich kann nachgucken, aber wir schreiben das immer rein, wenn was geändert wird jetzt. Und, ähm, da sind zwei Lightbars drauf sich grad. Oder? Wenn du genau hinguckst. Also zwei Suchscheinwerfer mein ich. Oh. Ja, passiert manchmal. Muss man einen runter tun. Ich kanns jetzt mal nachgucken, ob sich da was geändert hat. Das ist, weil du den einen, weil du den einen ausgefahren, den einen eingeklappt hast in den Expo. Genau. Oh mein Gott muss auch... Weil ich schaue schon nach, vielleicht finde ich da was. Mann, Mann, Mann. Guck mal nach, ob da was geändert wurde und vielleicht irgendein kleiner Stibitzer nicht nachgeguckt hat. Ich glaube nicht. Warum? Was ist mit dem Camaro? Ich glaube jetzt schneller als der Mustang. Aber hat dafür schlechter das Einblick? Gut, hab ich. Äh, ich persönlich fahr den Mustang. Ich finde halt, der Mustang, den fährst krankste halt gefühlt manchmal gar nicht, fahren wegen der Collision. Wegen den, ähm, wegen den Lichtern in den, in den, äh, Spiegeln. Deswegen geht das nicht. Deswegen ist die Collision so kacke. Äh, wie heißt denn der, wenn ihr den in der Garage habt? Camaro RB. Camaro RB, ja. Ich hab grad nachgeguckt, da hat sich Null geändert, also gar nix. Der ist unverändert. Seit dem 6.10.20. Was ist anentschieden? Ja, also ist halt komisch, dass das so ist, weil... Was ist das dieses Phänomen? Ganz, ganz lustig. Was sieht man? Was, 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 so, was sollte so durchschnittlichen Highspeed fahren, so 3.30 oder? Nicht schneller. 2.30, also ich sag mal so, ich glaub den schnellsten, den wir haben ist der Challenger statt 1.30. Wenn du hier unten Pillbox reinziehst. Der Challenger. Der Challenger, der hat halt ne kack Lenkung, aber ne kranke Beschleunigung und Endgeschwindigkeit. Der ist weiter Richtung Sandy beigebracht. Ja, ist halt schwer zu sagen, weil es kommt halt immer drauf an wegen Handling und so, aber... Das Spiel der Highspeed hatte ich im Kopf immer so 3.50, 3.40. Also der ist gut. Der ist gut. 3.30, 3.40. Der ist mit unsere beste Highspeed. Aber an sich haben wir da nichts geändert, also es ist wieder ein bisschen strange. Das seh ich euch grad nicht mehr, wo seid ihr? Aber gut, das kommt ja dann raus. Ja, Sandy, wie gesagt. Ja. Das stimmt. Weil wenn wir was ändern, wie gesagt, dem Change-Log steht jetzt immer drin, wenn irgendwas angepasst wird, auch die Kleine schlagen. Damit auch niemand sagt, der wird was verändert und dann, ja, kriegen wir das 50 mal reported. Warum fährt sich das jetzt so komisch? Äh, was Andel vergessen hat, ich hab ja auf dem Ticket angefragt den, unseren Chief Taurus, der wurde jetzt von 2.43 auf ca. 2.60 hochgeschraubt von der Geschwindigkeit, Endgeschwindigkeit her. Pol-Taurus heißt der, ne? Pol-Taurus, ja, ja. Der stimmt, der äh... Der wurde am 22.06. gemacht und das wurde aber nicht im Change-Log angemacht, ne? Oder? Äh, wo ist im Change-Log angedings, angeschrieben? Ne, ne, eben nicht, deswegen. Äh, da hat dann aber Andel versemmelt. Weil ich seh, grad 22.06. da war das. Ja, gut. Äh, einfach Ticket aufmachen und Andel nochmal fragen, warum er das nicht eingemacht hat. Aber das ist wichtig, sowas sollte man reinschreiben, bis man es weiß. Dann, dann noch ne andere Sache, wann kriegen wir Schlösser für Sandy PD? Oh, ich war jetzt. Ja, das, äh, da musst, weißt du, wenn du fragen musst? Hau ihn einfach. Ach, Andel. Wenn du, wenn du, wenn du Ryan siehst, Ryan Walker, gehst du zu ihm hin und fragst ihn das. Der kennt sich da gut aus. Ankriegen wir Schlösser für Sandy. Ne, dem ist der für den, der ist der Hausmeister, müsste ich nach den Schlössern fragen. Der, der macht das gerne, der, der macht das, der macht auch die Kamerasysteme und wenn ihr Werkzeugkästen braucht, könnt ihr euch auch an ihn melden. Also einmal, wenn wir, wenn wir überhaupt irgendwas brauchen, immer einen Ryan. Ja, geh mal. Einfach an ihn melden, der, der macht das. Der macht das mit Herzen und Blut, ist der da dabei bei der Sache. Der ist ein richtiger Hausmeister. Gut. Gut. Dann fahr ich mal weiter. Dann, viel Spaß noch. Ciao. Äh, falsche, falsche Glückwunschung. 10.20. Haha, fragst du Ryan Walker? Der macht das? Das ist ja gerade im Stream, ich hoffe nicht. Also eine, eine zweimal zitierte Person. Ich seh's schon kommen, wenn sie das nächste Mal anhalten, Herr Ryan Walker. Sieh, wann kriegen wir eigentlich unsere Schlösser am PD? Wann kriegen wir die eigentlich? Aber, oh, uiuiuiui. Ja, 41, noch bitte, sie respawnen. Eine freie Sword-Inheit, belegenheit. Am Sandy PD. Ja, wisst du, was wir jetzt machen? Möglich, bitte der Verfolgung anschließen. Zwecks zweimal das Kind. Wir haben grad nix zu tun, wir machen das schnell. Ja, ja. Und die Credits kriegt Scotty. Die Person in nem Fahrschulwagen in Harmonie. Sie biegen jetzt links ab Richtung State. 31, David, dann einmal bitte mit anfangen. Ein armes Gott, ja. So, dann würde er auch mit respawnen. 11, negativ. Okay. Der Schnagelbender irgendwo wär. Ich muss mal hoch, ich den Menschen fliegen durch. Wegen Tragisch. Ja, können wir machen das nicht schnell. Also, Leute, wir machen jetzt erstmal Schlösser rein für die, weil die wollten das schon lange, weil das wird halt nicht benutzt, das Sandy PD. Deshalb denk ich, das ist... Oh, was ist denn? 1 zu 7 auf dem Easter Wack. Was denn? Aller vorne fährt einer. 1 zu 7 auf dem Easter Wack. 1 zu 7 auf dem Easter Wack. Ne, die Landstraße. Dann muss ich den Nagelbender nicht beschränken. So, wieder ordentlich. 1 zu 10 auf dem Easter Wack. 20 liegen alle Bänder auf der richtigen Fahrspurtseite. Ja, dann lass ihn, dann lass ihn da durch, lass ihn da durch, lass ihn da durch, lass ihn. Lass ihn da durch, lass ihn da durch, lass ihn da durch. All aboard jetzt weg. Ah, drehen um. Ja, okay. Wir fahren jetzt Richtung 1 zu 7 Straße. Passt. Er ist ein Tomatenfahrarbeiter. Oder sollen wir die Verfolgung verfolgen? Das war super BW. Ich hab doch gesagt, das sind Nagelbänder. Warum sind die Bikes wieder vor? Ein Kollege mit der Nagelband reingefahren. Dann kann ich doch wieder Nagelband jetzt werfen. Unser PD. Wie es Leibniz lebt. Auf der richtigen Fahrseite, links, rechte Fahrstreifen. Ja komm wir schauen jetzt für die Verfolgung erstmal. Dann machen wir hier die Türen rein. Schauen wir mal wo die sind. Rechte Fahrstreifen. Wir schauen ein bisschen mit Leute. Da haben wir gerade Bock drauf. Wir schauen die Verfolgung. Jawohl der Chat sagt auch Verfolgung. Schauen wir mal mit. Wie ich mir nicht vergehen lassen. Hier auch Nagelbänder. Fahrt rechts, Fahrt rechts. Ich seh halt nicht wo die gerade zünden. Ah hier. Da sind sie. Uh. Da im Fahrschulauto. Dollar ist drin und Money. Ja. Die flüchten in dem Fahrschulauto. Ich glaub's nicht. Dass es sowas gibt. Wir hatten ja einfach einfach Folgen mit. Warum bin ich denn jetzt alleine hier dran? Ja weil dann auch immer die gäre Nagelbänder anlagen. Was ist denn los Jungs? Ich komme wohl. Ich hab keiner. Du brauchst nicht mehr anfahren. Ich hab Kollegen bei mir. Ja. Wo sind denn die Kollegen? Da waren doch so viele hinten. Was machen die? Na gut das ist ein Fahrschulauto. Also da passiert nicht viel. Das fährt nicht schnell. Das fährt maximal 200 glaube ich. Ich bin mit einem 1086 am Sandy Airfield. Mit einem Maiba. Mit dem Kennzeichen Noten. Mit einem Truck. In der Devolution. Da kommen sie. Hab's die wohl vorhaben? Aber die machen Juve oder Bankraum oder sowas mit der Kiste? Weil das war heftig. Dollar und Money unterwegs. Donnerblitz. Danke für den Euro auch. Zins Wuschel Wuschel. Wenn ich auf dem Server wäre, würde ich irgendwie Orange Road to Lambo machen. Ui. Die Orangen Road. Ja klar. Kann man ja machen. Von Orangen bis zum Multimunier. Danke an Matthias. Kostkorn nochmal für 90 Cent. Yosho Tappel. Danke für's. Wir Pian. Jan hat zweimal Euro aus. Roland Remsa hat ganze 7 Euro aus. Dankeschön. Und der Brie. Dank für 3 Euro. Die beste YouTuber. Der Euro-Kingser wird geworden. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oh jetzt kommen sie. Oh das wird jetzt. Oh die steigen um. Die steigen um. auf 2 Ducatis. Ach guck. Ah wie dumm. Guck. Oh mein Gott war das grad dumm. Der hatte so viel Zeit gehabt. Der hat so lost mit Taser. Hatte es grad gesehen wie lange Zeit gehabt hätte ihn zu tasern. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Warte ich nehm noch den Arschbund von dem Fahrschulauter. Das gibt es halt echt nicht ne. So wenn es ihn jetzt auf die Fresse sammelt würde ich lachen. Eine Ducati fährt wieder Richtung äh. Alten Bennys. Der hat super Kopfschmerzen. Keine Ducati. Ich seh's grad. Sind das die alten oder die neuen Ducati? Die neuen. Neuen die ultra schnell sind. Ja gerade. Das sind die ultra schnell. Die alte ist doch schneller. Ich bin ja gut hinten dran. Ey die Schnauern sind doch nicht so schnell. Oh Bruder. Boah ok. Ne ich meine das ist unmöglich den zu verfolgen weil der Kopfschmerzen hat. Na plötzlich hab ich grad gemerkt. Ey zum Glück ist er den aufgeschmissen. Wir fahren jetzt gerade Rock vor Blase Richtung Norden. Leon keine Show. Da muss ich legitimerweise sagen. Den hätten sie kriegen können. So macht er einen Kreis. Und jetzt ist er weg. Ah oder auch nicht. P-Dealer. Ne. Ah doch. Ne High Speed. Geil. Ja also ich Kontakt verloren. Ich hab den hier erst durch Rock vor Blase gefahren. Verzucht durch den Latte. High Speed ist noch dran. Aber den Brie hätten sie holen können. Hätte sein Taser schneller gezückt. Aber der Taser hat so lange gebraucht. Der stand gefühlt ne Stunde rum und hat nichts gemacht. Aufstelle. Wieder links. Oh ja passiert. Weiß ja nicht. Vielleicht war er ja im Menü drin oder so. Schwierig fährt wieder links Richtung I. Der fährt grad nur Kurven. Ja der fährt. Kurven ja. Ich hab ihn dran. Ich hab ihn dran. Ich hab ihn dran. Ich bin in Schild gefahren. Mein Ding wird gleich anfangen zu quallen. Ich hab ihn dran. Wir fahren jetzt gerade klar. Der ist oberhalb. Wir holen mal so mit. Was ist denn noch da? Victor Fürth wird wieder einsatzbereit besuchen. Da erfordert sich vorbei. Ey da sehen wir auch sogar. Wie viel Leben denn noch hat denn so. Ist ja voll geil. Über TX zu gucken. Ich bin vor Unfall weil keiner da war. Ich brauche auch noch. Äh. Gratis Klamottenladen PD. Ja. Das dürfte super da runden Ducati. Meistet wäre nicht schlecht noch. Ja ich bin. Bei dir hier drunter guck. Das bin ich. Gerade Weechop. Und jetzt noch die linke Pilibrücke Richtung Mirropark. Oh Gott hat der Kopfschmerzen. Holla. Ja da wirklich. Nach zu kacke. Schwierig bei 230. Nächste Stunde Mirropark. Ich hab halt einen Mopedfahrer hinter mir dran. Die krieg ich nicht weg. Die krieg ich nicht weg. Ja noch jetzt zum Aushalten mit dem Leggen. Von ihm. Das ist noch ok. Aber wenn es zu krass wird muss ich eingreifen. Das muss ich jetzt beobachten Leute. Links ist ein Taktiker. Hier. Jetzt wird er ein bisschen Speed auf. Jetzt wieder hinten die Motorradunit. Gut am Aufholen aber. Die halten gut dran an der Ducati. Aber jetzt Endgeschwindigkeit wird immer ein bisschen langsamer das Teil. Er müsste eigentlich nur Autobahnen fahren und wäre weg glaube ich. weiter Richtung Westen. Also meine Vermutung ist jetzt. Autobahn. Mobilie fahren und weg. Die sind aber so gut dran Leute. Huiuiui. Aber Leute es macht Spaß zuzugucken. Ich liebe das. Verfolgung in Zugucken und nicht selber darin involviert zu sein macht richtig mega Spaß. Ich hoffe euch auch. Das sind so die Sachen die machen das Admin echt gerne. Und schauen was die Leute so machen. Ich fände gerade aus Richtung. Äh. Jobcenter. Dann wieder links ist im Hauptplatz. Wieder rechts am Jobcenter jetzt vorbei. Also vorsteht er ist am Motorrad und Funk durch. Das ist. Das ist sehr präzise. Oh. Oh nein 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 nein. Oh. Oh. Huch. Alter war das knapp. Ich wie im Moment. War der. Der war richtig knapp. Aber schon das zweite Mal fast eine richtige Kollision. Jobcenter gleich vorbei. Alter. Richtung Arcadius Tower. Links am Arcadius Tower. Durch ein rotes Parkhaus. Ja rechts hoch Richtung Wahrscheinlichkeit. Oh Gott Kollege alles gut? Ja alles gut. Oh Jungs ihr müsst aufholen. Ja. Holt's nicht. Ich will das die den jetzt kriegen. Links ab Richtung Makler. Ja jetzt haben sie so viel Abstand. Das ist ganz schlecht jetzt. Also so ein Niveau abfahren und ist er weg. Nochmal ein Ding. Ah High Speed kommt. Wie sieht das? Anni doch nicht High Speed. China denkmal. Pd. Geil. Alter so viel Pd heute unterwegs. Krank. An jeder Ecke. In Richtung DMV gefahren. Oh Gott hast du Kopfschmerzen Mustang. Holi. Rechts Richtung Auto ist runter. Wie konnte er das doch sehen. Jetzt ist er weg. Jetzt kriegen sie nicht mehr. Jetzt kriegen sie nicht mehr. Jetzt kriegen sie nicht mehr. Aber ey gut gefahren war von beiden Seiten. Aber er hat jetzt nochmal so aufgeholt am Ende. Holy Moly war das was. Oh Mann das ist ja strübig. Dankeschön. Wie geht's dir? Mir geht's super. Mir geht's auch super. Dankeschön. Vielen Dank. Liebe und Gruß geht raus. Danke für 20 Euro und 62 Cent. Das sind 20 Schweizer Franken. Dankeschön. Haut's raus hier. Ja. Vielen vielen Dank. Wirklich. Liebe geht raus. Alle mal Liebe da lassen. Alle mal im Herzen da lassen hier. Vielen Dank. Ich muss erstmal hier ganz kurz. Ich bin hier Vespucci Kanäle. Oh ne wenn da. Da hinten ist Pd. Oder ist das Pd? Der Watson. Ganz entspannt weg. Schau mal die fahren hier lang. Wo immer ist gleich da um die Ecke. Jetzt haben sie gleich. Guck. Ah ne. Er weiß ganz genau wie er's macht. Aber die suchen ihn gerade. Die suchen ihn. Aber er hat ja echt gut gemacht. Also gut hinbekommen. GG. Da hinten fährt Pd. Guck. Wie knapp. Wie knapp das dran ist. Alter. Die suchen gerade jetzt hier alles ab, die ganzen Kanäle. Ich sage euch das, ich kenne das vom PD. Die gucken immer 50.000 Mal. Hier fällt auch noch ein PD da unten. Erwinkler. Ah ne, das ist kein PD da. Das auch nicht. Hallo, hallo. Jo, was geht? Und jetzt ist da... Abgehangen. Problem ist tatsächlich bloß, die haben uns einfach angehalten. Also... PD sucht weiter. Wir haben uns auf der Autobahn angehalten mit dem Fahrstuhlauto. Wie konnte der so blind sein? Ja, nicht mehr viel machen. Haben uns halt zu zweit angehalten. Warum ist der so blind? Der ist doch dasselbe an wie davor. Ja, wir sind umgestiegen auf unsere Motorräder. Da kommt jetzt PD. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, da kommt er. Jo, passt. Sag mal, sind die blind? Alles gut, kein Problem, ne? Jo, passt. Tschüssi. Der hält an. Der hält an. Ich glaube, der vermutet's. Der hat nämlich dasselbe an. Ja, sie holen ihn jetzt. Ja, doch, kannst du. Kleidung. Er hat doch dieselbe Kleidung an. Natürlich kannst du's nachweisen. Er hat sich nicht mehr umgezogen. Er hat sich nur die Weste ausgezogen. Er hat das genau selbe Outfit an. Ich war jetzt zum Auto los. Oh. Wo ist Lea los? Oh, Mann, ey. Er hat doch das genau selbe Outfit an. Sie können ihn theoretisch verdächtigen, aber sie machen's nicht. Weil er hat sich noch nicht umgezogen. Aber jetzt geht er sich umziehen. Dann können sie nix mehr machen. Ah, hier vorne steht. Ja, guck. Jetzt wird er sich hier umziehen gehen. Da wird er sich hier auch abdingst. Er könnte den mal in der Einheit ein bisschen beobachten. Ich würde einmal auf der Bodycam gucken. Zwecks Kleidung. Oh, einer, der mitdenkt. Der Wunderwandler. Der denkt mit. Ja, der Strandpromenade. Das ist so geil zu mitgucken. Der Funk und... Kommt jetzt zu uns. Das ist zu sehen, als ich mische von 106. Ich bleib mal hier stehen. Ich will ja nicht vor ihnen flüchten. Alles gut. Hier gemacht mal kurz eine Versuchung. Hier geht's heute, Tänzer. Wenn du einen schönen Abend noch. Das ist sie. Ah, sie. Hallo. Kannst du mal bitte an einen Ausweis hängen? Ja, klar. Kommt sie an. Er hat auch Western. Ja, aber sie dürfen ihn... Sie dürfen ihn auffordern, alles anzuziehen, was er dabei hat. Sie dürfen das. Das heißt, auch wenn du nackig rumrennst, in einem Umkreis, dürfen sie dich befragen, ob du auch eine Maske oder so aufziehen kannst oder alles, was du halt hast. Dann musst du auch die Weste wieder anziehen. Und wenn sie ihn das fragen und er zieht genau diese Weste an und er hat genau dasselbe Outfit wie auf der Bodycam, dann können sie zuschnappen. Dann war's das mit ihm. Aber das Komische ist, dass PD, ich glaube, manchmal vergessen die das, dass sie das dürfen, weil ich wurde das noch nie gefragt im ERP. Aber sie dürfen zu einer Person hingehen und sagen, sie ziehen jetzt alle Sachen an, die sie haben, dann muss er auch rein theoretisch die Weste anziehen. Also alles. Er müsste dann auch gucken, wenn die Maske ist, muss er auch die Maske anziehen und den Helm und alles drum und dran. Muss er. Dankeschön. Jo, ganz entspannt. Kein Problem. Aber sie machen es nicht. Weiß nicht Bescheid. Ich wünsche ihnen was. Sie machen es nicht. Gut. Warten Sie noch mal kurz, bitte. Juck da. Jetzt kommt er. Haben Sie eine Weste und einen Motorradhemd dabei? Oder einen Helm dabei? Einer. Wo sollte ich den hinpacken? Einer macht's. Unter ihren Armen. Ich würde Sie bitten, einmal versuchen. Abdeck aufbrenntet. Aber klar doch für sie. Was wollen sie denn haben? Einmal Helm und Weste. Einmal Helm und Weste? Ja. Jetzt Weste. Aha. So, dann kriegst du eine A-Zene. Die SIX mit einem schwarzen Lamborghini mit einem innen. Ist sie glücklich oder ist sie unglücklich? Jetzt dürfen sie sich verdächtigen. Jetzt wird sie bitten, sich einmal rumzudrehen. Aber na klar doch. Da habe ich Fragen, wieso. Aber ich muss ganz kurz einen Anruf wegdrücken, sonst bimmelt das die ganze Zeit. So. Aber ey, wie kooperativ er bleibt. Respekt. Sie sind erstmal vorläufig festgenommen mit dem Verdacht auf verbrecherische Flucht. Jo. Ihre Rechte sind Ihnen bekannt? Jo. Okay, also Sie möchten es auch nicht verlesen haben. Nein, nein. Die sind geläufig. Okay. Wo finde ich einen Personalausweis? Äh, Sie können sie gerne nochmal haben in meiner linken Popo-Tasche. Ey, aber so wie das da abgelaufen ist, alles legitim, ne? Die haben jetzt voll legitim das gemacht. Schäden, Neubauer. Okay. Also nicht schlecht. Auch ein zweites. Jawohl. Gut. Äh. Haben sie irgendwelche spitzen Gegenstände bei, sich auch nicht verletzen können? dass wir... Ich dachte, der kommt jetzt damit durch. Ein Messer, eine Glock 17. Ich glaube, ein Brecheisen. So, wir gehen auf. Exit Spectate. Ja, aber das war mal cool, sowas zu sehen, weil, ey, ich wurde noch nie von dem Pediler gefragt, ob ich mal meine Sachen anziehen kann. Und ich dachte schon, die, die, die sind, die, die kriegen dann jetzt nicht. Aber die haben ihn doch noch bekommen. Das, das ist doch mal cool. Das ist schön zu sehen. Dass auch mal sowas funktioniert. Vor allem, wie respektvoll das gerade war. Ganz entspannt. Ja, aber er darf jetzt theoretisch daran identifiziert werden, ne, mit dem Outfit, in Kombination mit dem Umkreis, wo er dann auf einmal weg war. Ja. Haben sie gut gemacht. So, dann gehen wir mal zurück. Schauen wir mal. Wir wollen nämlich eigentlich die Schlösser noch anmontieren. Willi Tabu, danke für den Euro auch. Vielen Dank. Lukas Städtler, teil nicht vergessen mit Freunden. Ach ja, Leute, teilt den Stream mit Freunden. Sagt, sie sollen reinkommen. Hier ist ganz gechillt. Hier ist schön gemütlich. Der gemütlichste Stream in YouTube? Ja, auf YouTube. Auf YouTube, nicht in YouTube. Auf YouTube, ja. Der gemütlichste Stream auf YouTube. Kann ich euch so versichern. So, dann machen wir hier, haben wir gesagt, machen wir jetzt Schlösser rein, ne, für das PD. Weil das PD wird nicht benutzt. Ich habe mich gedrückt vor den Schlössern wegen 3.0, aber ich glaube, ich mache die. Danke auch an den Donnerblitz nochmal für den Euro. Das haben wir eh, glaube ich, vorgewiesen, oder? Ja, das ist nochmal vorgelesen. Passt. Passt, so muss das. So, dann machen wir mal. Wie ging das nochmal? Äh, ist gerade Richtung Autohaus eingebogen. Mal bitte kontrollieren nicht, dass ihr die eingesammelt habt. Michael Evans kommt nochmal. Ah, so ging das. Äh, Victor 2 und Victor 8 sind auch schon am Autohaus. So, ich weiß nicht, Büroräume, ja, würde ich halt auch machen, ne. Wichtig sind diese zwei Türen erstmal. Ich werde mit der Falle woher wurde die rote Ducati verfolgt. Äh, weil sie abgehauen ist. Lock to requisition, false, interactive, weakle, false. der jetzt, äh, innen dort schadet. Wobei, wir haben ja kein Break-In mehr auf dem Server, das tun wir hier ja gar nicht mehr. Das ist übrigens der schwarze, ja, am Ding Shop war, sehr, sehr tatverdächtig, dasselbe Klamotten. So, mal 1 zu 7 auch Zugriff auf die, auf die Tür geben, ist ja schon lustig, ne. Das LAPD bekommt natürlich, Recruit, US Marshal Recruit, und, ähm, Off LAPD bekommt auch noch Zugriff drauf. Master Key nichts. Dann, passt. Als erster Schluss fertig. Weil dann freut sich das PD, dass sie das hier auch mal einweilen können. Mal was richtig schnell. Ja, ich freue mich schon auf das neue Script of 3.0, das ist ein bisschen übersichtlicher mit den Sachen. Weiter im Autohaus. Off. Sam, Dad, du hast du das Warnung? Das Marshal. Schaut mal, dass ihr die Leute vom Autohaus nach drinnen bringt, falls hier was schief geht. Ich höre, ich lasse den meinen Bescheid. Äh, ich gehe auf. Okay. So, dann haben wir hier auch noch eine Tür gemacht, fürs PD. Gucken wir mal hier noch die Tür. Wenn wir gerade nichts zu tun haben, passt das ja, dann tun wir ja auch mal was Gutes fürs PD. und off US-Marge war noch, ne, off LAPD haben wir noch. So, dann, 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 so, dann haben wir vorne die Türen alle zugemacht. Quatze Frage, hat irgendwer, ein Kennzeichen von den Ducatis? Linken Level negativ. Wir können hier älter Slot. Wir müssen eigentlich nur noch hier hinten zusperren und die Zellen müssen wir noch zusperren, dann haben wir es, dann sind wir fertig. Dann kann das PD das hier einweihen. Wo sind die restlichen David-Einheiten zum Autohaus? 10 und 11 stehen gegenüber. 20, 20, 21, 20. Ja, check. Wollen die Personen schon angesprochen? Eine Person ist aktuelle Kontrolle. Auf dem Vathekopf müssen wir auf. Und auf LAPD. Wo ist die zweite Person? Gut, dann noch innen. Sitz noch als Fahrer in den Charger. Sitz noch als Fahrer in den Charger. also die beiden Personen direkt bei dir sind auf Fahndung? Ah, die Nummer noch. Positiv, Charger, Brotoducati. 20? Ja, 10 vor. 10 20? Okay, ähm, 10 20, wirken Auto aus. Ähm, die High-Spec-Union ist stark klar, falls, ähm, falls sie flüchten hört. Sitz. Wer ist der am Motorrad mit der Ducati? Herr Eder oder der andere? Daher Eder. Von Pumuckl. Daher Eder. Ja, ähm, versuch mal den vom Motorrad ein bisschen vom Motorrad wegzulocken, dass er auf die Ducati hilft und berichtet. Ja, Dic, du hättest ja gerade in der Kontrolle, ich hoffe, der macht das gut. Das removed door entry, so. Ja, check. Ähm, wenn der, äh, wenn der ein bisschen weggelockt worden ist, ähm, dann der wird einhalten Zugriff und, ähm, den, ähm, im Fahrzeug, ähm, dazu dringen, stehen zu bleiben und nicht zu flüchten, ja? Da wird sich's falsch gemacht, auf LAPD. Linken, 21, 18, 19, 25, Wokli. Könnt's nur eine David-Anhalt rund, äh, Richtung, Strand drüber fahren? Also auf die, den Sand drüber, dass man von allen Seiten her kommt? Habt ihr das Gefühl, ich hab drüben was falsch gemacht? Naja, egal. Dann komm mal rum, oder? Schau mal gleich, ich teste ja dann alle Türen mal durch. Habt das Gefühl, ich hab aus Versehen irgendwie zwei, drei Türen auf einmal, äh, reingezimmert? Ja, passiert. Deshalb, ich hasse es Türen zu machen. Oh Gott. Wir haben's endlich bekommen, wir haben's geschafft. Ja, da war, da war gerade der Herr Walker, der Herr Ryan Walker, deswegen, äh, hat die Türen gemacht. da wird sich das LAPD bei dir aber ganz schön, ähm, sich bedanken, ne? Ich könnte den Alkohol ausgeben. Da wird sich das LAPD, da kriegt er sicher ein Geschenk, so ein Geschenkskorb kriegt er dann, für die Schlösser, die er da macht. Ah, ist das schön, so. Können wir mal kurz Set Job, 401. Einmal informativ an dem Motorrad, dann war kein Kennzeichnung. Gucken wir mal, so funktioniert. 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 Jawohl. Und schau mal auch hier, ob das funktioniert, weil da habe ich gerade, ja, funktioniert auch, super. Und, der Hebel funktioniert ebenfalls. Passt. Dann haben wir das hier auch ausgestattet, mit, ähm, Türen. Ich schaue noch, ob wir irgendwo noch eine Tür brauchen, aber ich glaube, das reicht hier aus, weil das ist nur noch Büroraum. Hier haben wir halt jetzt abgesichert, vorne ist abgesichert. Hier packt ein kopflosen Fahrzeug rum. Perfekt. Ja, passt. Haben wir für Speedy auch was Schönes gemacht. Siehst, hat der Herr Walker sich da sehr viel Mühe gegeben heute. Set Job. Admin 1. So, ein kopfloses Fahrzeug, Backtrum, wo packt denn das hier an, am Hauptplatz direkt, ja, da bin ich aber schneller da, wenn ich mich da hin tippe, auf die Nähe. Gucken wir mal. Meine Hackblitzer sind weg. Naja, die spawnen halt, ne? Hauptsache, meine Blitzer vorne sind auch aktiv. Werden das reportet. Ähm, Aha. Das liebe ich ja, wenn Leute was reporten, du fährst hin und dann ist er nicht mehr da. Ah, da ist er. Hallo? Ups. Wo ist denn das Fahrzeug? Das ist, das ist einfach weg. Oh. Dafür hängt jetzt da hinten ne Waffe rum. Wo hängt ne Waffe rum? Komm mal mit. Ja. Da hat sich ja Waffe auf Fahrzeug gepackt. Auf 3.0 gefixt. Da gibt's da nicht mehr. Ja, hier? Genau vor mir. Ich seh sie nicht. Also, siehst du jetzt wahrscheinlich nur du jetzt. Okay. Hörst du es nicht? Äh, nein. Ich hör es nicht. Ich seh es auch nicht. Und da, da war, da war ein Kopflose im Auto und der ist durch die Weltgeschichte geflogen oder was war da? Jaja, der war, das ist der Sound auf der Spinde. Ja, die Waffe hat sich vielleicht auf ihn attach, da ist er durch die Welt geflogen. Hat einen Ausflug gemacht. Ja. Helikopter zu irgendwo. Ja, okay. Aber jetzt ist das Ding jetzt weg. Ja, genau. Jetzt halt, halt ja jetzt nur hier die Waffe rum. Okay. Alles klar? Alles klar. Gut, ciao. Bis dann, ciao, ciao. Weil du gerade da bist, das LAP, die wollten sich nochmal bedanken für die Schlösser, ne? Hm? Äh, nee, Ryan. Hä? Bei Ryan wollten sie sich nochmal bedanken. Die werden sich heute noch bedanken bei dir. Danke, ne? Tschüss. Pfff. Wie er da drin ist. Aber deshalb ist er heute nicht im Chat unterwegs. Aber deshalb ist er nicht da. Ich denke mir, sonst ist er immer im Chat bei mir. Ja, ja. Da ist er heute im RP. Da ist er heute im RP. Ja, die werden sich heute bedanken. Die sind gerade mit dem Karteller am Tisch, wie ich gerade gesehen habe. Schön. Die sind jetzt richtig, er ist jetzt richtig verwirrt, ja. Er wird es ja feiern, wenn sie sich heute wirklich bei mir bedanken sollten. Das wäre so lustig. Neuer RP-Strang durch einen Admin. Er ist jetzt einfach unser Hausmeister auf dem Officer. Ich muss nur sagen, ist Ryan da. Kann Ryan das machen. Ryan macht's. Schildi, 99, danke für 11.90. Einen wunderschönen guten Abend zu. Und ich habe heute meinen München Verkäuferprüfung bestanden. Ich hoffe, dir geht's gut. Auf einen guten Stream. Jawohl, das freut mich, Schildi. Und ja, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch mal lieber. Aber da ich es bestanden hast, denke ich mal schon. Wie ist denn das, wenn du Verkäufer bist und eine Münchsprüfung hast, musst du dem irgendwas andrehen? So wie in dem Film Wolves of Wall Street verkaufen sie mir diesen Stift. Und dann musst du den verkaufen können. In der nimmlichen Bewerbung. Boah, war ja schlecht. So, Bellaria03 ist dabei. Moin, bin auch wieder mal im Start. Hat er am Samstag kurz und alles gut nachträglich? Und dich? Bellaria03, jawohl. Vielen Dank auch für einen ganzen Zeni. So, da hauen wir mal raus, Leute. Lasst alle mal ein Like da. Wir machen ein Like halt. Den ersten heute. haut mal drauf, solange es noch geht. Solange es den Like-Button gibt, man weiß es ja nicht. Vielleicht wird immer abgesetzt. Hauen wir mal raus hier. Alle mal ein Like-Hype. Raus mit dem Hype. Lass aber weitergucken. Sollen wir Leute beobachten, die in der Zwischenzeit? Oder sollen wir vielleicht noch ein paar Schlösser irgendwo machen? Lasst mir überlegen, braucht irgendwer noch ein Schloss? Weil ich habe letztes Mal am... Ich könnte sonst das AMR fragen, ob sie vorne ein Schloss brauchen. Weil da war ich mir letztes Mal unsicher. Mit dem Schloss vorne. Ja, ich fahre mal schnell kurz zum AMR runter. Weil irgendwer hat da noch ein Schloss gebraucht. Das haben wir eigentlich am... Ja, alle PDs zu eigentlich. Ja, doch, haben wir. Alle PDs jetzt abgeschlossen. Ich fahre das AMR drüben. Vielleicht ist Foxy, da fahre man Officer Foxy. Da können wir Leute beobachten, gehen wir mal keinen Einsatz haben. Weil heute ist relativ wenig los, keine Einsätze. Nix. Kein Einsatz für Homeland. Das macht mich sehr traurig, aber es ist halt, ist ja ein gutes Zeichen, wenn alles läuft. Ich meine, es sind gerade 148 Leute da. Wenn alles läuft, dann läuft es, ne? Ist ja nichts Schlechtes, ist ja was Gutes. Wobei ich schon gerne eine Situation hätte, wo jemand übelstes Fail-RP hat, dass ich mal eingreifen kann. Das wäre jetzt schön für einen Stream natürlich, für einen Content. Gut, für einen Content, aber wir können es ja nicht provozieren. Wann Chasen panieren? Bei 3,5 Millionen Leute. Dann gehe ich Chasen panieren. Er wisst ja, was ich voll gerne machen würde. Ich hätte ja übelst Bock, irgendwie Streams zu machen, wo wir für 3.0 Sachen machen. Also so Dev-Arbeit, ne? Wo ich auf 3.0 arbeite und ihr seht halt so den Fortschritt, was wir machen. Aber ich kann es halt nicht machen. Ist halt problematisch, weil wenn man so denke, 3.0 ist ja so eine Art Überraschung und es ist so wie bei GTA 6, man will halt die Leute so ein bisschen umhauen und dann hast du ja sonst auch wieder nur Leute, die die Sachen nachbauen und sowas halt auch kacke, weil die gucken sich dann genau an, was du machst und dann, ja, bevor 3.0 released ist, bauen die Leute die Scripts nach und so Sachen, ne? Aus dem Grund kann man das halt nicht machen. Das finde ich aber sehr schade, weil ich würde es gerne machen. Einfach mappen oder so. ist, äh, ist Fox da. Ich weiß gar nicht, ob ein Herr Fox da ist. Steht sein Auto da. Wobei, wir fährten die mit dem Wagen hier vorne. Wir fährten diesen wunderschönen Wagen hier vorne. Ja, es wäre halt übelst geil, ich weiß, aber leider nicht umsetzbar so mit dem Überraschungseffekt, den wir halt haben wollen. Sollte was schönes, der hat den Motor an, ne? Hä? Hä? Äh, der Bri hat Licht an, aber Motor ist aus. Unternehmsteht meiner, super. Der Wagen hat, ähm, Motor aus, aber Licht an. Ja, das, äh, passiert das öfteren Mal, muss man einmal abschließen, sonst ist Licht aus. Achso. Ich hab keinen Schlüssel. Ähm, ist irgendwer von der, von der, von der Leitung da, von der, von der AMR-Leitung? Im Büro oben? Ja. Ja. Welcher Stockwerk ist das? Das ist ein Büro. Achtes. Das achte Stock, okay. Ja. Danke. Du meinst, achte Stockwerk, und fragen, ob sie irgendwo einen Schlüssel brauchen, weil Ryan macht das gerne für sie. Und der Hausmeister. Das tut mir so leid, ich find das zu lustig. Äh, ah, das ist ja gar kein Fahrstuhl. Uppala. Muss er vorne hin. Achtes Stockwerk, müssen wir hoch. Das ist fertig. So, fahr mal hoch. Wolfi, bist der Beste, mach weiter so. Erste Spende, Dankeschön, Wolfi. Patrick Barth, Dankeschön für 4,99 Euro, aber den kann ich leider nicht vorlesen, aber vielen Dank. Liebe geht raus, mit Fies hat er nämlich dazu. So, zweiter Stock. Servus, eine Frage, wie heißt das Lightbar-Skript? Das heißt einfach Lightbar-Skript, so wie du es geschrieben hast. Gibt es auf 5M zum Runterladen, nur nicht mit den Lightbars. Das ist der Sounder für Spende. Hallo. Hi. Äh, Frage. Ja. Äh, du bist jetzt glaube ich der Höchste, der hier ist, ne? Ne, Nox ist noch da, der ist vorne im Büro. Ach, ich da, okay, gut. Darf ich dich zu ihm leiten? Ja, sehr gerne. Ich habe gehört, 8er Stock in einem Büro, jetzt wusste ich nicht, wer von, von, von wem jetzt da ist. Ich kenne mich bei euch sowieso nicht aus in der AMR-Führung, wer ganz oben ist. Ich weiß nur, ganz oben ist Fox. Ganz oben ist Fox, das weiß ich. Und dann noch, also mit Schandl. Kommissioner Schandl, ja. Kommissionerin Schandl und dann kommt Nox als Medical Chief und dann kommt Jan Jüngling als, also oder Dr. Sveil als Medical Director. Ja, aber bei Nox wusste ich jetzt nicht, wo Nox ist. Ich wusste nur, Nox ist weiter oben angelegt, aber ich weiß, Schandl weiß ich und Fox weiß ich, dass die ganz oben sind. das, was Rufus beim LAPD ist. Okay. Hallo. Nox, ich habe da jemanden für dich. Hallo Kurt, was kann ich für dich tun? Ich, äh, mit eine Frage bezüglich einem Schloss und zwar der Ryan Walker, der hat sich dazu bereit erklärt, äh, Schlösser zu verteilen. Braucht ihr irgendwo noch ein Schloss? Also zum Beispiel unten am, am Eingang oder sowas? Wie viele dürfen es maximal sein? Ich sage so, wenn ihr wirklich, äh, Schlösser braucht, wir können die, ich, ich könnte Ryan anrufen, der macht das. Aber kommt halt drauf an, ob es halt auch Sinn ergibt, ne, die dorthin zu machen. Ich habe mir gedacht, vielleicht am Eingang weiter mit die Leute reinrennen. Äh, weißt du hier, diese Tür vorne links. Weißt du, was ich meine? Ähm, du meinst, wenn du am Haupteingang stehst, links, ne? Ja. Wo es in die Notaufnahme geht. Ja. Ähm, erachte ich tatsächlich nicht als sinnvoll, weil, wenn wir nicht da sind, ist der ja Werther. Und dann kommt da niemand hin, wenn abgeschlossen ist. Naja, über den Hintereingang, der Notfalleingang. Ach so meinst du das? Ja, dass hinten der Notfalleingang ist und vorne ist halt, äh, Wartebereich, so dachte ich halt. Ich würde, äh, Screenshots von den Orten machen, wo es definitiv wichtig ist und ein Ticket aufmachen. Ich glaube, das ist das Einfachste. Du kannst mir auch schnell zeigen, welcher Ort. Ach so, ja, dann zeige ich dir das. Zeig mir schnell, ich mache das schnell. Also so, weil, wir haben jetzt ja Schlösser, haben wir gemacht bei den, die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Bei den, bei den Häusern, äh, bei den Häusern, bei den, ähm, Zimmern, die ersten paar für Häftlinge. Ja, ich, ähm, ich habe es, ich hätte es tatsächlich für schlauer erachtet, wenn du die beiden großen Türen gemacht hättest. Ja, aber das, das Ding ist halt, ähm, die können ja dann draußen auch wieder rumrennen, weißt du, was ich meine so? Und, äh, ich meine, sie würden halt nicht rauskommen, Das schon, aber jetzt stellen wir mal vor, du machst die Tür auf und der wartet um die Ecke und trennt auf dich zu. Es rennen halt zehn Leute dir entgegen, ja, das stimmt. das ist halt das, wo ich mir gedacht habe, es war dumm, das mit der Tür zu machen. Ja. Welches Stockwerk? Äh, ja, halt, ähm, halt bei den ganzen Zimmern, weißt du, welche ich meine? Also da, wo du jetzt schon Klöster gesetzt hast, da bei den anderen Zimmern wäre gut. Okay. In dem Raum, und dann lass uns mal ins Erdgeschoss fahren. Okay. Das mache ja nicht ich, ne? Das macht unser Zauberkind. Scotty macht das doch. Unser Zauberkind. Nur ein Walker. Der Schlüsselverteiler. Ne. Lobby. Ähm, und zwar? Die Hintereingangstür? Naja, die ist mir tatsächlich relativ Latte. Mhm. Mir geht es viel mehr um die Umkleiden, die hier sind. Ach so. Weil die werden von der Allgemeinheit immer als Umkleide benutzt. Ah, okay, verstehe, dass da keiner reingeht und sich da oft umzieht. Verstehe. Dass da halt keiner außer LAFD, Arme, und vielleicht noch das BD halt umzieht. Weil die Einwohner nutzen es halt gerne als allgemeine Umkleide. Okay, das heißt, das hier um tun. Ja. Sonst noch irgendwas? Ähm, Ja, halt die Tür, von der wir gesprochen hatten, ne? Also die, die du vorgeschlagen hattest. Die vorne, die, die Doppeltür. Ja, warte, ich zeig sie dir am besten, was wir über die. Ja, das ist, das ist die bei der Rezeption links. Genau. Ja, weil hinten müssen wir offen lassen, dass halt in Notfall die Leute reinkommen. Für Bertha reinkommen. weil hinten ist ja Notfalltür und vorne ist ja nicht Notaufnahme, das ist einfach nur, ähm, Wartebereich erst mal. Genau, wir sprechen beide über die, ne? Genau, über die reden wir. Ja, ähm, dann in dem Sinne halt die Frage, inwieweit es sinnvoll ist, ähm, die Tür da mitzumachen. Naja, sie können halt da hinten auch rein, ne? Weil da geht ja nie wer rein. Weil hier, weil hier ist halt lediglich für die RTWs und so Parkplatz, ne? Ja, aber ich würde die hier tatsächlich offen lassen, Mhm. Ich würde die ganzen Schiebetüren offen lassen, weil das macht gar keinen Sinn, wenn die offen ist, dann macht das auch keinen Unterschied, weil ich hab da noch nie einen Zivilisten reingesehen. Ja, ich, äh, ich ständig, die rennen da dann immer raus. Ach stimmt, wenn die da rausrennen, ja. Die rennen hier grundsätzlich immer raus. For emergency, oh, ja gut. Aber es hat eine Schiebetür, ich weiß nicht, ob das so geil ist bei Schiebetüren mit Schlössern, weißt du, was ich mein so? Ja, dann lass. Ich weiß, es gab im, ähm, damals im Pillbox mit dem Auto, aufzug, gab das immer Probleme. Mhm. Ähm, und dann noch die Garage unten. Die Garage ist doch für, ähm, die ist doch offen für alle, dachte ich immer. Nee, da ist ein Parkplatz von uns, also halt dieser Einparkpunkt für, ähm, Emergency, also halt für LAFD, AMR, PD, US Marshal und so unten drin. Ähm, da parken die Marshals auch immer unten drin. Ja, aber Garage will ich offen lassen, weil sonst musst du das, äh, alles, das Schloss auf, auf alle geben, so. Also, ich seh ich jetzt als, ich seh auch nie mehr Parken. Ich würd unten mich offen lassen, weil ich seh das doch als, als wenn oben, äh, nicht mehr viel Platz ist, dass man unten auch parken kann. Ich hab noch nie jemanden unten parken gesehen. Das stimmt zwar, aber ja, ist, ja, alles gut, wenn du, wenn du sagst, lass auf, dann lassen wir auf, wenn es einfacher ist für euch oder besser. Das ist ja, das ist ja offen zu. Ja, das ist halt die Frage, ne, da liegen halt unsere Patienten immer drin, ne. Ich find's halt blöd, wenn du, wenn du jetzt zu Bertha gehst, dann kannst du dich hier gar nicht mehr hinlegen. Also, ich würd's offen lassen. Ähm, meine ehrliche Meinung dazu ist, wenn die zu Bertha gehen, rennen die eh wieder raus. Ähm, macht nicht jeder so. Macht nicht jeder so. Ah, okay, ja gut, das, was ich mitbekomme, ist halt, ne. Also, ich mach's nicht so. Wenn's, wenn's jetzt, leh ich mich manchmal mal hin, so für ein paar Minütchen und dann. Hm. Ja, okay, gut, dann lassen wir die auch auf. Ne, dann. Ich mein, ich kann es auch einstellen, dass die automatisch immer offen ist und ihr sie aber zumachen könnt. Das heißt, die bleibt für immer offen. Ähm, aber wenn ihr wollt, könnt ihr die zumachen, so auf die Art und Weise. Aber ich glaub, die meisten machen es dann die automatisch zu. Und dann stellen wir die, äh, gerade noch was fragen. Ja. Wäre das möglich, dass wenn Bertha in Dienst geschickt wird, dass wir von ihr eine Benachrichtigung auch über das Tablet irgendwie bekommen? Oder auch, wenn sie außer Dienst geht wieder? Hm, ich dachte, Bertha wird über F9 angezeigt. Oder sollte, sollte eigentlich. Ne, ne, wir stellen die in und außer Dienst mit Slash Bertha. Und kriegen halt keinerlei Benachrichtigung oder Info. Das heißt, wenn wir es testen wollen, müssen wir es einfach am besten Ticket aufmachen. Am besten machst du Ticket auf und unter F9 sollten wir so einen Marker haben, wo dann Bertha drin steht. Okay. Dann mach ich dann gleich. Ja, weil das ist, glaub ich, die gescheiteste Lösung. Weil dann kannst du gucken, gleich ist wir im Dienst oder nicht und dann Bertha aktiv, ja oder nein. Okay. Gut, dann mach ich gleich. Genau, die Türen, die wir besprochen haben. Das wäre super. Äh, mach ja nicht ich. Willst du mit hoch? Oder hast du noch was? Wie, noch was? Ja, ich weiß nicht, ob du ja noch was von mir willst oder waren das nur die Türen? Das war nur die Türen. Weil dann würde ich jetzt wieder mich gefangen im RP geben. Ja, sehr gerne. Gut, danke dir für die Schusser. Ja, bitteschön. Da musst du dich bei Ryan betanken, ne? Der macht das. Ja, mach ich. Ja, bitte. Jo, ciao. Ciao. Ja, wir können hochgehen, Jan. Ah, ah, das ist wirklich sehr schön. So, wir machen Türen. Zack. Locked Falls auf diese, auf dieser, dieses Mal hier. So, für, AMR, off AMR, boah, das ist aber irgendwo im Ding, wo dann LAFD, off LAFD und, wobei LAFD ist easy zum Einstellen, das passt. Diese ist jetzt hier automatisch mal offen. Die müssen das halt zusperren, wenn sie Bock haben, das zuzumachen, können sie das jederzeit zumachen. Was hat noch mal gesagt, hinten die Umkleidung war wichtig, genau die Umkleidung war mal schnell, damit die Leute das nicht immer ausnutzen. Aber wieder ein paar Schlösser gesetzt, dann haben die Leute wieder mehr Bock hier auf Schloss RP. Patrick Barth und der, warum ist der Magnet männlich? Wäre er weiblich, müsste, müsste nicht, was er anziehen soll. Ach du Kacke. Ich kann nicht tanken. Gut, da bin ich gleich dabei. Soll ich da stehen hinten? Komm. Ich kann nicht tanken. Ach, der ist da am, am Poppes der Welt, ne? Ich komme aus dem Nichts. Was hast du für ein Problem beim Tanken? Sagt er dir, du hast kein Geld? Ne, ich wollte tanken gehen, also den Kanister, aber irgendwie kann ich den nicht verwenden. Wenn du ihn rausholst, macht er nichts, oder was? Also mal was probieren. Also ich kann. Ich glaube, ich sollte mal powernet, ne? Hast du dich davor mal aufs Bike gesetzt? Ja, ich bin ja gefahren und dann hat er ja schon gespuckt und deswegen. Oh, Und es ist mal ein Powernap, das hilft meistens bei sowas, aber das habe ich halt auch lange nicht mal gehört, dass es einfach gar nicht geht. Ja, okay, dann versuche ich mal zu powernappen und dann mal gucken, ob es dann klappt. Jawohl. Alles klar, bedanke mich. Super, bitte. Da hat einer Probleme mit seiner Unterbodenbeleuchtung. So, ich werde mich im Busch verstecken. Will er mich gerade zugucken? Ich bin weg. So, Unterbodenbeleuchtung Problem. Da sind wir auch noch dabei. Jetzt kommt, weißt du, jetzt wo ich was zu tun habe, kommen sie alle. Unterbodenbeleuchtung. Ich komme vom Pool aus. Ich war die ganze Zeit einfach schwimmen hier hinten. Hallo. Hallo. Ein Problem mit der Unterboden gibt es. Was ist denn das Problem? Ja, ja, ich habe das Kennzeichen vorangehendes, dem ist ein Unterboden drauf, aber das laut dem Auto hat das Kind keine Unterboden. Das ist irgendwie ganz komisch. Es hat jetzt keine. Ich steige mal ein. Also, wenn du jetzt das Ding dran machst, ne? Ja, die Unterboden leuchtet hinten, aber in der Femme kann ich es nicht ausschalten. Und er sagt, das Ding hat keine. Hast du schon mal probiert, einparken? Ja, das Ding habe ich vorhin schon eingeparkt. Bad, machen wir was? Doch, Neon Kid. Ach nee, was ist das denn? Probier mal kurz was. Sehr strange Sache. Wann hast du es einbauen lassen? Ich habe es noch nicht einbauen lassen, das ist ja das Problem. Ah, die Unterboden. Ja, ich habe das Kennzeichen gewechselt, aber die Unterboden drunter. Ach so. Das Stück hinten. Du hast ein Kennzeichen eingebaut, und hast den Unterboden bekommen. Ja, das war ganz komisch. Das habe ich noch nie gesehen beim Leben. Also wirklich noch nie. Boah, das hat mich komplett überfordert. Weil eigentlich, der Unterboden wird nicht ans Kennzeichen gelockt, sondern ans Auto. Das wäre mal eine Vermutung gewesen, weil das Auto vorher hatte einen Unterboden, aber... Es hatte schon mal eine. Nein, also das Kennzeichen, wo das Auto vorher drauf war, hat einen Unterboden. Ja, aber macht keinen Sinn, weil die, es geht nicht aufs Kennzeichen, es geht in die Datenbank, ins Auto selber rein, die Abfrage. Also eigentlich nicht aufs Kennzeichen. Deshalb wundert es mich gerade ein bisschen. Du möchtest aber gar keinen Unterboden haben, ne? Ne, ich finde die passt halt zum Auto nicht, deswegen. Boah, das ist jetzt die Frage, was wir jetzt machen mit der Kiste. Ich könnte, ähm, boah, was kann ich denn machen? Also sowas, ich meine, ich könnte nur probieren, erstmal ein anderes Kennzeichen dran montieren. Hast du ein Kennzeichen da, sonst geht nicht da eins. Ja, ich habe auch Kennzeichen. Ja, probier mal, probier mal anders an montieren, dann parkst du nochmal ein und mal aus. Also sowas habe ich halt noch nie gesehen beim Leben. Anladen ist, glaube ich, auch mal das Problem. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Manuel Rost, der Dank für 10 Euro und ehrenhaften Viehs, Dankeschön. Danke, Herr Manuel Rost. Danke, danke. Oh Jochen, der rochensau am Stallang mit 10 Euro und Viehs. Was ist noch immer da? Ich kann mich nicht nur gucken, aber ich glaube, das wird es nicht. Nee. Ist immer noch keiner dran. Das Einzige, was ich machen könnte, wir halt einen Unterboden einbauen und die halt ausschalten. Aber du hast halt rein theoretisch den Unterboden eingebaut, aber die ist halt ausgeschalten dauerhaft. Weißt du, was ich meine? Ja, wie gesagt, ich wollte die gar nicht runter haben. Ich hätte noch die Einbahn lassen, das ist das Problem. Es macht ja keinen Unterschied, ob die dran ist oder nicht. Das ist ja nur die Funktion, schaltet es frei. Nee, dann ist es ja eigentlich egal. Danke, nicht leuchtet, ist mir das egal. Ja, wenn die aus ist, leuchtet sie auch nicht. Weil, es leuchtet erst, wenn du sie anschaltest. Also solange ein Controller dran ist, leuchtet es auch nicht. Ja, dann passt das. Wie heißt denn das? Neon Kit. Neon. So ganz kurz gucken, wie das Teil heißt oder? ich hole schnell eine. Natürlich ist wieder da. Letzt du Mechanikern. Oh, Mats ist eh da. Super. Mats. Mats. Ich hab mal Frage, wir haben ein Problem mit einem Auto, der sich ein Kennzeichen anmontiert und auf einmal war der Unterboden dran. Dann war wahrscheinlich das Kennzeichen schon mal belegt und auf dem Fahrzeug eine Unterbodenbeleuchtung. Macht aber keinen Sinn, weil das Auto, wenn es schon mal belegt ist, wird das alles aufs Auto umgeschrieben. Aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Weißt du zu vielerweise den Itemnamen vom Neon-Kit, von dem Box-Ding da? Ich könnte auch einfach eine geben. Das wäre auch eine Möglichkeit, sehr gerne. Aber ich würde es halt gerne wissen. Warte, Neon-Box, warte, 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 warte. Ist ja Neon-Box? Es heißt Neon-Box, ich hab schon, danke, der Chat hat mir geholfen. Ja, moin. Ja, moin. Wenn du nachher Luft hast, komm schon mal vorbei. Ich hab da zwei Anliegen. Ja. Okay. Ich bin halt auf Sendung, das weißt du hoffentlich. Ja, das ist nix großartig. Okay, ja. Gut dann, ich komm dann gleich vorbei. Ich geh noch schnell mit Ryan zusammen Schlösser machen, oder bin ich da? Schlösschen. Ja, Ryan. So. Dalla. Einmal eine gratis Unterboden für den Herrn. Für den Herrn. Eine gratis Unterboden vielleicht für den Herrn. Wird er sich freuen. Er wollte nämlich nie eine haben, jetzt hat er eine. Am besten mit so einer Rainbow-Unterboden direkt ankommen, mit Blinky, Blinky. So. Äh. Da ist jetzt eine drin. Die kann man aber ja jederzeit ausstellen, ne? Hast du denn so einen Controller? Ja, hab ich. Ja, also rein theoretisch, es ändert nichts am Auto, außer den Eintrag in der Datenbank. Jetzt hast du sie. Äh. Kannst sie aber jederzeit an- oder ausmachen, solange sie aus ist, bleibt sie raus. Oder wenn ich die auslasse, weil ich finde, ich passe jetzt am Auto. Das ist der Sound, aber ich schwinde. Ja. Exakt. Äh. Jetzt hast du den gratis Unterboden. Hier nochmal ein Kennzeichen. Dann endest du es nochmal um und dann nochmal einparken, oder soll es klappen. Ach, vielen Dank. Jawohl. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ja, dann machen wir das erstmal und dann gehen wir zu Matze. Äh. Ja. Erstmal hier am Oceans arbeiten. Wo waren wir denn? An den Schlössern waren wir dran, ne? Childi. Bei der Prüfung muss man denen nichts verkaufen. Die Stelle eine Frage, wo bestimmt ist sie. Ja, das war auch nur Spaß. Natürlich. Ich weiß, dass Verkäufer mittelte sich im Prüfung. Musste immer was verkaufen. Ne. Was war in der Berufsschule, Bernd? Ja, natürlich. Ne, war nur Spaß. Ich habe da gerade an Wolf of Booth Streets, äh, Dings, äh, hier. Ich habe gerade an das irgendwie gedacht. So. So, Jochen der Rochen. Warum kann deine Mutti nicht nach Amerika, weil sie nicht weiß, was Cheeseburger auf Englisch heißt? Was? Ach, das ist so kaputt einfach. Aber schön, dass Jochen der Rochen auch dabei ist. Mit 10 Euro und Ehrenhaften fies. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Darm. So. Locked True. Auf 2,5. 2,5. Das gehört dem AMR. Dann haben wir noch LAFD und OFF-LAFD sind hier zusammen. Und dann haben wir noch das OFF-AMR. Das OFF-AMR ist hier unten. Zack. Haben die jetzt auch ihr Schloss? Bast. Ich höre schon kaum, dass sich irgendwie beschweren wird, dass das hier jetzt zu ist. Da werde ich mich schon sehr drauf freuen, dann. Wenn es soweit ist, Leute. Es gibt immer einen, der das nicht so toll findet, wenn wir hier neue Sachen reinmachen. Auf LFD und LFD. Boah, die gehen aber auch schnell, weil die Dänen nebeneinander sind. So. Auch fertig. Schloss fertig. Komplett. So. Machen wir das hier. Und vorne haben wir jetzt auch das Schloss gemacht. Und was war noch zu machen? Das. Das ist jetzt zu. Hat er das aufgemacht oder zu? Ich habe es offen gelassen. Das ist jetzt. Das ist jetzt offen. Passt. Unten die Ding wollen wir ja nicht machen. Hat nur gesagt, oben. Die Dings hier, ne? Aber ich finde, das reicht aus, wenn wir die haben. Weil das ist ja, es reicht ja komplett aus. Weil du hast ja im Allgemeinen, machst du ja nicht zu. Das ist ja nur das für diese, für diese Abschnitte hier. Kannst ja auch mehrere Leute reinnehmen. Weil er wollte, dass ich hier oben auch noch die Räume mache. Das LFD wegen der Umkleide. Ne, das soll keine LFD-Umkleide sein. Die meinten hier noch die Sachen machen, ne? Warum kannst du dich schlösslich einfach kopieren und einbauen? Ja, das ist der Grund, warum ich von diesem Script weg will. Da gibt es ein besseres. Man kann in der Datenbank, könnte man es rein theoretisch kopieren und dann die Daten übertragen. Was ist mehr Aufwand, als es hier zu machen? Das Zimmer unten. Ne. Ist gerade ein Juwe im Gange? Ja, alle schreiben Juwe. Mal kurz gucken. Ah, tatsächlich, das ist ein Juwe im Gange. Ui. Ah, schon mal hin. Ja, hallo. Da bin ich dabei. Der wird so oft ausgeraubt. Der muss seine Musikanlage verkaufen, damit er nicht pleite geht. Hey, ich meinte über eure Handys oder so. Über das Handy? Oh, schau, wie der Geisel ist. Ich habe nur ein iPhone 2. Ich weiß, das hat keinen. Also zuerst war er noch auf der Flucht. Jetzt ist er da die Geisel. Das ist schon schön. Warum heißt der Chat mehr als ich? Warum wisst ihr, dass er ein Juwe ist? Wie habt ihr das gesehen auf der Karte? Ach so, ne? Sieht man ja, wenn da so ein Kreisel ist. Ja, ja, ja. Ja, Juwe zugucken, machen wir. 97, ja. Ach so, upsie, Liebe geht raus. Ach so, upsie. Alles gut. Und schau, wer da ist. War er auch? Wurden beide das Geisel genommen? Hä? Echt jetzt? Ja. Freut mich. Schauen wir mal, ob die hier irgendwo Nagelbänder gelegen haben. Gelegen haben. Ische. Gelegt haben. Nö. Keine Nagelbändis. Weit und breit. Hoppala. Schöne Absperrung gemacht. Ach, war eine Meldung oben. Ah. Ja, ich bin halt ein Blindfisch. Tut mir leid. Eigentlich muss ich da noch zu Matze. Aber wir schauen das noch an. Und dann gehen wir zu Matze. Stadtwerke wartet auch schon. Der Kanalreiniger ist auch dabei. Der ist eigentlich beim AMR. Super. Ach, der hat seine Tactical-Sachen an. Guck. Das machen sie schon. Das hat man nämlich durchgegeben. Die dürfen Tactical-Sachen jetzt anhaben. Mit dem Helm und so. Schaut mal. Richtig realistisch jetzt. Oh, jetzt geht es gleich los, ne? Ich schaue nur, wer fährt, weil dann hänge ich mich da dran in die Verfolgung, Leute. Also, ich weiß ja nicht, ob der Fahrer, wobei ich muss mich ja nur an... Wer glaubt, der fährt, ich glaube... Heiße Eiscreme fährt. Okay, ich glaub, heiße Eiscreme wird fahren. Dann werd ich mich an ihm dran hängen. Funk, soll ich Funk anmachen? Ja, komm. Zeit in der Verfolgung. Wir schauen mit. Ach, die sind aber im eigenen Funk. Ne, macht keinen Sinn. Die sind im anderen Funk drüben. 100%ig. Können wir mal schauen. So 90%. Weil sonst der Funk zu voll ist. Schauen wir mal. Hier so Stadtwerke da, die, ähm... Ja, die müssen das hier ja drinnen also auch aufputzen, ne? Was hier passiert. Andere sind die da. Die müssen ja gucken, ne? Dass hier alles schön aufgeräumt wird auch. Auch die Barrieren bauen sie teilweise immer ab, ne? Wenn das PD die Barriere nicht aufbaut, bauen die das auf. Und, äh, kümmern sich darum. Dafür sind auch dann die Stadtwerke da. Aha. Oh, es geht los. Ich sag, heiße Eiscreme fährt, oder? Was sagt ihr? Ich sag, die Eiscreme wird das Auto bedienen. Und, ich habe recht. Ja, die heiße Eiscreme ist es. Soll ich mich nur noch dran hängen? TX, die heiße Eiscreme beobachten. Und los geht's, Leute. Auf die nächste Befolgung. Geil. Er scheißt halt auf die Tür sonst einfach. Die Tür ist offen. Ja, wie ich gesagt habe, sie sind in anderen Funk. Ich glaube, sie sind Funk 2 oder so. Da, ich schau mal, putz ins. Ja, Funk 2 sind sie. Ich geh mal in Funk 2 rein, Leute. Dann hör ich das mit. So. Funk ist auch aktiv. Bin dabei. Alter, wo ist der Porsche so schnell? Kommt vorne wieder raus. Einer von denen verunfallt. Du hast ein bisschen Kopfschmerzen. Heißer Eiscreme fährt nicht gut. Nein. Da habe ich heute schon bessere Sachen gesehen. Ja, oh Gott. Die Täter sollen wohl nach außen gepumpt haben, wo wir da sind. Check. So, ist das hinten eine Highspeed? Der fährt ganz hinten. Der müsste eigentlich vorne fahren, wenn es noch eine Highspeed ist. Aber ey, die heiße Eiscreme fährt so wie ich sonst immer. Ich fahre auch, ja, manchmal fahre ich schon gut, aber manchmal fahre ich auch einen ganzen Tag lang nur in Sachen rein. Ich glaube, das letzte Mal war das so schlimm, ne? Aber ich drücke ihm die Daumen trotzdem. Ich drücke ihm die Daumen. Guck dir das an. Der dreht sich doch jetzt ein und so. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er ist, glaube ich, ein bisschen zu drüber gerade. So, heiße Eiscreme biegt nochmal links ein. Nochmal am Taco-Band vorbei. Geradeaus. Und rechts. Oh, PD. Oh, auch nicht. Zurück zum Juve, oder? Back to the Roots. Ja, beim Juve vorbei. Warum fährt der beim Juve nochmal vorbei? Ist doch auch bedienvoll, oder? Ne. Oh, Bus. Einfach ein Polizeihater. Also, ich finde, der Porsche beschleunigt ein bisschen zu schnell, ne? Habe ich das Gefühl. Der Offroader ist auch dabei und blockiert aber. Offroader blockiert einfach. Auch nicht schlecht. Sollte natürlich nicht passieren. Was ist da her? Backendall fährt da wieder rein, wo er hinten rauskommt. Ne, du hattest meine Hupe nur ich nicht. Ja, bin ich gleich bei dir, Bruder. Bin ich gleich bei dir. Richtung Juve. Ja, da oben stand mir dieser Hälfte. Oh. Das ist schief, Kollegen. Bin ich nur zu beschlagen. Bin ich nur zu beschlagen. Bin ich nur zu beschlagen. Bin ich nur zu beschlagen, hab ich nur zu beschlagen. Ja, alles gut. Bin ich nur zu beschlagen, sagt man. Oh, fuck. Das halt nicht mit Absicht, ne? Das war jetzt ein Umfang. Ist da drin, wo ihr eben dran wart? Komm, wieder richtig in die Hupe. Es ist immer dieser eine, ähm. Waren wir von mir letztes Mal genau derselbe waren, oder? Und drüber schlagen. Das ist immer der, der, der alte, äh, Anmarkt. Explorer ist das. Immer den überschlägt. Wir werden jetzt mal X warten auf uns. Oh, warten auf uns. Aha. Falls Heliplan nicht klappt, oder so. Heliplan, na super. Die Brees warten nur, bis der Heli da ist, wo es aussieht. Dann fahren die auch hier die ganze Zeit nur rum. Der fährt hier sehr oft lang. Der eine fährt echt gut. Hey, der hat gerade durchgefunkt, dass er dort sehr oft, dass du sehr oft lang fährst. Die legen wir wahrscheinlich bald Nagelbänder. Das ist natürlich stunden, ne? Wenn der sich in dem Explorer überschlagen hat, ich glaube, das darf der weiterfahren. Ich höre. Ja, darf er. Ah, stimmt. Du kannst weiterfahren. Ja, darf er. Der hat dich, der hat dich rausgerannt. Kannst du da kurz hin kommen, Street? Ja. Dann, äh, jetzt kannst du, dann kann ich wieder weiterfahren. Ich hätte auch weiterfahren dürfen, wenn ich mich vorgestern überschlagen hat. Aber, äh, das Problem war, das Auto lag halt am Dach. Mir hätte keiner helfen können. Und, äh, ja, für mich war es dann am Ende, ne? Ich kann jetzt hier noch nicht verfolgen. Ja, dann gerade an, Claudio. Gerade jetzt durchgehoben, will er. Wolfi, bin erst mal weg. Hier, etwas trinken. Dankeschön, Wolfi. Es bleibt spannend. Links ab Richtung, äh, Episode. Die haben anscheinend einen großen Plan. Ich bin gespannt, Leute. Wir fahren vor dem Epistop, rechts ab Richtung Pilbos. Noch mal rechts Richtung Hauptplatz. Das ist hier jetzt Hauptplatz. Wir fahren vorne am Parkplatz. Hauptplatz, Parkplatz, R. Wir gehen wieder rechts durch die Puzzeria. Wir fahren in die Puzzeria-Schläße rein. Wir fahren vor dem Mission Row. Wir fahren wieder rechts Richtung Hauptplatz. Flieger, fährt vorher links in die Seitengasse. Und noch mal links Richtung hinter das PD. Wieder links Richtung PD, rechts. Vor dem PD nach hinten. Hinter dem PD her. Amilla, du musst funken, ich hab mich eingedreht. Wir fahren wieder vor dem Mission Row. Fahre, schon nach rechts, sie haben sich einen Hauptplatz. Ich bin gespannt, ob die das durchziehen wird, mit einem Helikopter oder was haben wir gesagt. Helikopter, ne? Nach dem Hauptwagenhändler. Nach dem Hauptwagenhändler, 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 nach dem Norden. Nach links Richtung R. und nach dem Parkhaus. Hopps, Hopps, sie ist auch da, schau. Hopps, eben eins ist, aber ist nicht bei der Verfolgen dabei. Nach rechts Richtung Rysinius. Wieder rechts, weiter Richtung Rysinius. Links Richtung Waffenladen. Rechts wieder hoch, Richtung Norden. Hey, der fällt zu oft hier hoch und lang nicht sehen muss. Vielleicht wieder links runter. Mit den Tankfälle wieder links, müssen Waffenladen. Aber die ist jetzt gerade gut dran, ne? Die halten jetzt gut kurz. Zuerst dachte ich so, der ist bald weg. Aber, jetzt halten sie gut mit. Äh, ich bleib hier rechts, dann kannst du mal links. Gut, ansonsten Röster machen, ist mir egal. Also so gedamaged wie das Auto ist, da hätt ich schon Angst, wisst ihr warum? Wenn du vorne irgendwo einkurbelst, kannst du dich üblich schon überschlagen mit der Kiste. Weil das vorne so reinbacken könnte. Weil das Auto vorne richtig hart beschädigt ist. Wenn der jetzt über so einen Hubbel fährt, kann sein, dass sich das Teil einfach überschlägt. Bin ich jetzt richtig Schiss vor. Aber schau mal mal. Da wäre lustig, wenn das dann einfach legit passiert. Oh, hier, hier, über die Dinge drüber fahren und so. Oh, die steigen um, die steigen um. Ich glaube, die steigen um. Oder? Nee. Ist das ein BMW oder was das ist? Das war ein Lexus, mein Lieber. Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich habe mich da einmal verfahren, das ist ganz dumm. Ich fahre da nie mehr lang in der Ecke hier. Jetzt holen sie Heli. Jetzt haben sie keinen Bock mehr. Ich frag mich, wo die den Hingengestellter haben. Jetzt haben wir gleich eine große Getaway-Aktion, Leute. Eine große Getaway-Aktion mit einem Elikadar. Ich fahre da links runter, jetzt beim PC. Ich fahre wieder rechts. Ich kann nicht sonst leiten. Ich fahre links, Richtung Hauptstadtstanker. Hauptstadtstanker passiert, weiter Richtung... Oh, hat er euch angerufen? Nee, jetzt nicht. Fahre links, wieder Richtung Vertragssender. Alter! Fotostudio, Fotostudio passiert, Richtung Grove. Fahre links, Richtung Feuerwache vorbei, rechts in die Grove rein. Aufsitags, wo geht es? Fahre links, wo geht es? Nein, der will da durch, wo Ding geht. Ich fahre links, wo geht es. Der Savage. Da wird ja mal durch. Ja, komm wieder zurück. Ja, ich fahre links, komm wieder zurück. Zurück? Ab, der rote Charger. Laura, Achtung, ich wird überholt. Hier ist wieder Hauptplatz, Tankstelle. Biegens voll, links. Ab, die Richtung Gebrauchtwagenhändler. Jetzt in die Seitengasse, Altes Bennys. Oh, uiuiuiui. Kehrt Richtung Altes Bennys hier durch die Seitengasse. Ich bin am Altes Bennys, sehe ich nicht. Oh, Bruder! Ich sehe ein Altes Bennys auf. Wo haben die hier einen Helikopter, bitte? Der würde zum Helikopter fahren, ne? Boah, hat er den denn stehen? Der fährt hier die ganze Zeit weiter. Altes Bennys raus, hinten. Ja, dieser Taurus. Wie gesagt, kann ich auch leiten. Nee, ich fahre nicht. Ja, probiert es nur. Nur der ist an uns dran. Nee, nee, ja. Geht runter, Richtung Moviselnews. Geht links wieder Richtung Waffenladen, wieder links Richtung Autohaus. Geht rechts beim Kleidungsladen Richtung China-Denkmal. Wieder rechts hoch Richtung Tankstelle. Waffenladen passiert. Waffenladen passiert links beim Waffenladen hoch Richtung Norden. Rechts Richtung Rote Parkhaus. Wieder links Richtung Klacking-Bell. Rechts holen die auch wieder auf. Jetzt wieder links runter. Oh. Hat gedreht, hat Kopfschmerzen und gedreht. Oh ja. Ach, Kopfschmerzen überholen wir noch. Woher? Äh, kannst du einen links schon anwesenden. Hier Richtung Jube. Ich glaube er mag nicht mehr. Ja, sonst machen wir jetzt Plan B. Ja, sitzen durch. Aber immerhin haben sie einen Plan B, es passt schon. Lord Paul, YouTube, danke für 2 Euro. Niemand, danke fürs CP-Werden. Vielen, vielen Dank. Lord, auch seit ein Jahr ein Mitglied, Alter, Dankeschön. Ich bin gerade aus. Ganz nächste Länge. Ich habe noch ein Drittel. Dann jetzt suchen. Okay, gut. Und dann, wenn du zum Flughafen fährst, gehen wir gegen Fahrtbahn. Oder den Weg. Ja, ich fahre am Flughafen, also da würde ich mir schon Gedanken machen. Jetzt runter Richtung LRX. Da würde ich mir mal Gedanken machen. Aber bis jetzt auch keine R1 liefen. LRX, doch, das macht mir nicht viel Leben. Doch, doch, doch. Wir müssen nur den Helikopter einbauen, vorne. Auf den LAX drauf. Beim Fly US. Oder auf mich. Doch, die von LAX. Oh, ist der fies geparkt. Oh, er hat einen. Er hat einen. Ja. Aussteigen. Aussteigen. Raus auf dem Helikopter. Sofort. Wir können halt nichts machen bei sowas. Das ist halt, Digga. Ja, danke. Leute, jetzt. Ja, nehmen halt alle fest. Außer ihn. Und er hat die ganze Beute. Und er hat die ganze Beute. Das hat er gut gemacht. Das hat er richtig gut gemacht. Tür blockiert. Aber sie war nahe dran. So macht man das eigentlich. Das haben sie echt gut hinbekommen. Ja, moin. Ja, für dich, Erwan. Ich war Helikopter, so ein Früft. War zuletzt am LAX gesehen. Boah, wer ist in Taurus gefahren? Ich war abgekleidet. Oder in dem hier? Oder wer die ganze Zeit von mir war? Wir waren beide. Wir haben uns dann abgewechselt. Stark. Das ist auch das erste, was mir einfällt, wenn ich verfolgt werde. Welche Richtung sind die mit der Heli geflogen? Habe ich nicht gesehen. Man, ich will doch wissen, ob er jetzt die Ding hatte. Nein, nordöstlich, Entschuldigung. Ich höre immer noch die Sirene. Ja, ich hoffe, das ist der Taurus. Ich habe die gerade ausgelacht. Eigentlich. Er fliegt weiter. Stragung vom Helikopter. Ich habe Spaß aufs Rift. Das glaube ich. Das ist mal Deutschland von oben. Ich glaube, er kommt. Ja, er kommt easy weg. Weil die R1 kommt da nicht mehr mit. Die kommt da nicht mehr mit, die R1. Ich würde mich interessieren, ob er jetzt die... Ach, ich kann ja, glaube ich, eh gucken, ne? Über, über Dinge hier. Über die Beute hatte. Ich will noch gar nicht beobachten. Hä? Ah, hier. Dann alles dabei. Was sieht man denn das hier? Ne. Außer sie haben mir das schon abgenommen. Aber war schon cool zum Zugucken. Hat Spaß gemacht. Das ist immer schön. Ja, der R1 leider keinen Sichtkontakt irgendwo zum Helikopter. Der ist auch weg, der ist. Viel zu spät leider gewesen. Der ist viel zu spät gecheckt, dass die halt runterfahren. 11, 10, 15, 10, 19. Der R1 gebraucht, wie er schon Richtung Ding runter ist. Aber das können wir halt nicht wissen. Wir sind jetzt hier im Funkcode vor. Dann können wir wieder Funk 1. Gut, dann sind wir wieder Funk 1, Leute. Ich habe noch einen Einsatz bekommen von einem Herrn Gibby. Dings, wir können ja wieder Funk 1. Wo ist ein Gibby? Ich bin dem Funk. Victor, du helf hier den Funk 1. Wenn sie wollen. Wo ist ein Gibby? Victor, du bist ja weg. Was kann ich mal da jetzt? Och nö. Die 2.30 wäre gewesen. Ja, da kann ich nicht helfen, die Jungs. Da kann ich nicht helfen. Jeder hört meine Hupe, nur ich nicht. Ja, vielleicht mal ein Game neu starten. Ah ja, Matze war noch was. Ich wusste so, Matze. Stimmt. Da war ja noch eine Sache, ein Grübchen zu reden. Matze. Hast du ein Blinken 11? Ja. Heute hatte er keine da rein, ne? Der kostet 179 oder so. Aber illegal ist, nur und das ist höher als der Mittelschwerde, so wie ich weiß. Ja, warte, da fahre ich mal mit dem Auto rein, weil mein Auto steht doch da vorne, oder? Der Huracan, wenn der aufliegt. Ah ne, mein Auto steht ja unten am, äh, Beach da unten, ne? Ja, da steht er am, hoppala, nicht dass wir wer klaut, ne? Weil er denkt, das ist ein PD-Auto. Also, da dürfen die ja gar nicht klauen, stimmt. Die dürfen wir ja gar nicht klauen. Was, Chip? Jetzt war zu Matze. Ui! Iron Ghost, danke für den Euro. Patrick Barth, meine zweiter Weltklasse-Witz überlesen. Äh, was, hab ich? Nein. Patrick Barth doch nicht. Jetzt hab ich doch vorgelesen mit dem Magneten. Da war ich im, im, im Hospital drin. Patrick. Ich hab nix überlesen. Du hast nicht geguckt, mein Lieber. Mit den Magneten. Da war ich bei der Umkleide im Krankenhaus. Das war schon vor 30 Minuten gefühlt. Ist auch was los, schön. Überall heute was los. 163 Leute, ja, das merkt man schon. Dass heute was los ist, das merkt man schon. Oh, Leute. Hier gesenkt das auch. Auto darf nur noch auf Repair. Ui, 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 ui. Der Kollege, ja. Komm mal rein, ja. Oh, Marcel Hoffmann. Ey, vielen Dank für den 10 und für den sich dazu schreiben. Das freut mich sehr. Liebe und Kuss geht raus. So, hab ich noch irgendwas? Und das mit dem Burnout hab ich mit Absicht nicht vorgelesen, ne? Ja, ja. Okay, das ist dasselbe, das Auto macht Probleme, ne? Ich glaube, das ist dasselbe Problem, warum man den nicht messen kann, den Wagen. Den kannst du hier auch nicht reinfahren. Ja, ich hoffe, ja. Ah, okay. Ja, das war das Kundenfahrzeug, was Probleme hatte. Frage Uno, Race Tablet. Ja. Um eine Strecke, die ich erstellt habe, braucht man dann extra für ein bisschen zum Editieren oder muss man die löschen und neu machen? Ich glaube, die muss man löschen und neu machen. Warum hast du so einen Fehler drin? Ja. Ich hatte vorhin, also knapp zwei Stunden Arbeit und zwischendrin war ein Dispatch von dir. Ich hab aus Versehen, Alt-Egel drückt. Und dann war ein Punkt unten am Autohaus. Habe ich aber erst gemerkt, wo die Strecke dann fertig war. Ne, hier kannst du die Leidenschaft neu machen, nochmal zwei Stunden Arbeit reinstecken wegen mir. Ja, mein Gott, nicht schlimm. Ja, passiert. Other Frake, I don't have permissions for TX. TX habe ich nichts umgestellt. Also eigentlich, weil TX kriegst du ja so ein, da musst du ja was eintragen. Ja, I don't know. Ah, weil das schon so lange her ist. Ja, weil das schon so lange her ist, warte, ja, ja, never mind. Weil das schon so lange her ist, ja, da muss ich dich wieder eintragen. Aber ich weiß nicht, wie lange das dauert. Das ist egal, aber das ist halt zumindest ab morgen. Und dann, dude. Ab morgen kriege ich das hin, ja. Das ist easy. Easy, ja. Ganz entspannt. Jo. Jo. Das war's schon. Oh, das hat mich so angekotzt, ne. So eine dreckige Strecke für einen Marshal-Service gemacht und dann... Für einen Marshal-Service? Mann, ey. Ja, passt doch, da geht doch eine Runde ins Autohaus. Wie? Also ins Autohaus. Von der Army Base oben zum Autohaus, ne? Ja, ist doch toll. Tolle Strecke. Danke dir. Bitte, tschüss. So, auf die Nordschleife gehen mit der Kiste. Würde ich schon gerne fahren auf der Nordschleife. Sollen wir machen? Ihr wisst, ihr müsst das Ding halt hier hin tippen. Wir wisst, wir fliegen, Leute. Soll ich machen? Ich kann halt nur nicht die, äh... Wie sagt man? Äh, also hier gehe ich nach oben. Achso. Go up mit Q. Ja, das hier. Äh, Nordschleife. Hier ist der Start, ne? Mit dem Auto kommst du ja sonst gar nicht hin. Äh, das ist ja sogar rasch. Ich kann halt keine Zeit fahren, weil sonst ich das verfälschen würde. Ja, komm, wir fahren mal. Einfach so just for fun. Ne Runde. Ach, schauen wir, sich schlägt der Wagen. Ich war schon lang nicht mehr hier. Okay, da fährt sich ne Kurve nicht so. Da fahren wir mal ne Runde. Ja! Wobei es so voll schwer für mich ist, das abzuschätzen. Wenn die nächste Kurve kommt, fällt mir was so auf. Kurvenlage geht voll klar. Ja, ja, das ist... Ja, Kurvenlage geht voll klar. Ja, sieht man. Vielleicht, äh, first person ist nicht falsch, aber jetzt ist ganz schlimm. Du siehst du gar nicht mehr raus. Alter. Fährt sich aber gut. Also, jetzt von so... Sport, wenn ich schon gefahren bin, auf Freelive Online, fährt er sich echt super. Boah. Die Kurve nicht vergessen. Ja. Ich hab grad die Map lädt das erste Mal bei mir rein. Weil ich mal meinen Cache gelöscht hab und so lang war ich nicht mal da. Alter, ist das schnell. Ich glaub, würd ich... Würde ich den Timer da mitzählen, würden wir Bestzeit da mitfahren. Oder auch nicht. Driftet der überhaupt um die Kurve? Ja, der kann driften. Was? Er sagt doch gleich, da drifte ich alles so noch. Drifte ich jetzt immer um die Kurve, ist ja viel besser. Nichts... Ihr habt nichts gesagt. Ich... Nein, ich hab... Ihr habt nichts gesagt. Alles legitim. Habt nichts gesagt mit der Kurve. Das mit dem Driften lassen wir lieber. Das lassen wir lieber, gell? Jo. Das ist gar nicht gut. Geht nicht. Alter. Ja, der bricht aus. Das ist halt... Ist zwar gut, aber irgendwie auch nervig. Hab ich Nitro dabei? Warte, ich geb mir... Ich hab doch eine Flasche Nitro dabei. Egal. Die... Die baller ich mir rein. Die tu mir ganz am Ende, wenn die große Strecke zum Ausfahren kommt, tu ich mir noch Nitro und dann schau, wie ich denn wir fahren damit. Dann rase ich mir Nitro komplett durch. Ja, die nimmt die Kurven doch nicht so geil. Also... Ist okay. Die nimmt er gut, die Normane. So, die hier vielleicht wieder den Limiter reinmachen, ne? Er kriegt zu viel FPS, kriegt er hier. Alter. Ich mach's kurz hier. Wer haut denn raus hier? Der Horfi haut raus. 50 Euro Donation. Ein kleines Dankeschön für die Unterstützung. beim RNO-Camping-Treff. Ihr Gruß, Hoffi und Krannes. Dankeschön. Vielen Dank. Ist aber auch schon länger her, jetzt, ne? Alter, herzlichen Reizdarm. Da hauen sie raus. Ey, Herzen geht zurück an euch zwei. Vielen Damen. Ich hab ja so ein kleines RNO-Treff. Ist aber auch schon lange, ja. Alter, Kuss geht raus an euch. Wirklich. Danke, danke, danke. Das freut mich. Es gab nämlich so eine Verlosung. Also für die, die es nicht wissen, wir haben auf RNO, auf dem RNO-Treff eine Verlosung gehabt von Autos für 3.0. Also die Gewinner haben halt einen Preis bekommen, äh, für gewisse Filmfahrzeuge. Und, äh, die können sie sich dann auf 3.0 abholen. Ist natürlich sehr super. Ist natürlich toll. Es war eine coole Aktion. Ja, freut mich. Der Hoffi. Ey, mal Kuss und Liebe raus. Einmal ein Herzchen da lassen. So, dann können wir hier die volle Kanne durchfahren hier. Wir haben auch mal, wir haben auch mal in der Zwischenzeit den Herzring raus. Wenn das wieder fahren, das passt schon. Hau mal raus, jo. Der erste Herzring seit lang jetzt. Ist auch schon wieder lang, ja. So. Dann schauen wir mal, wann ist die, wann ist endlich die, also die Strecke so lang. Nürnberg ist so lang, die Strecke. Dann komme ich hier endlich mal zu der langen Strecke, wo ich dann Nito reinballern kann. Und schauen kann, was das Endgeschwindigkeit Nito, ah, da ist sie. Jo. Alter. Verweiter, 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 verweiter. Verweiter, Bruder. Nein, das ist eine Kurve. Ah. Okay, das ist gar nicht, was so viel passiert ist. Ist das geil. Was hat man Spaß? Wirklich, was hat Spaß mit Nito mit der Kistefahrt? Ich habe nochmal dauer Nito rein. Äh, GIF-Item 401 Nitro 2. Wenn ich jetzt nochmal die, die Dings zurückfahre und dann Vollgas und dann später Nitro zuhne, wird das ziemlich lustig. Mal zurück. Ach, die Map sieht ja so schön aus, ne. Sehr schöne Map, aber. Ja, man sieht halt nichts raus an der Kiste. Das macht nicht... Nein, ich wollte doch gar nicht... Na, äh, zu spät. Ich wollte es gar nicht zünden. Zu spät. Oh, ich habe eine Idee. Oh, das wird... Leute, das wird so schnell. Ich glaube, ähm... Das ist eine schlechte Idee, aber ich mache es trotzdem. Oh nein! Oh nein! Es hat aber Spaß gemacht, bis ich im Baum war. Das hat richtig Spaß gemacht. Oh, Airbags. Immerhin. Da immer ging was auf. Passt schon. Ich habe meinen Spaß mit sowas. Ich habe meinen Spaß. Wir sollten das mal... Wir sollten das mal hier probieren, ne. Ja, komm. Wir probieren es mal hier. So, das arme Teil. Weil hier haben wir eine Gerade, da kann ich schön Gas geben. Da beschleunige ich und dann erst am Ende Nitro zünden. Das wird lustig. 8,50. Wir kommen auf 1,000, Leute. Schauen wir mal, ob wir auf über 1,000 kommen. Los. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Mach nicht stehen. Stehen, bleib, bremst doch. Kein Powerslide. Alter, wie cool. Ich habe heute... Ich bin Skateboardfahrer. Au. Ich habe gerade einen... Wie sagt man beim Skateboardfahrer? Ist das nicht so ein Powerslide oder... Nee. Es war voll cool gerade. Ich bin gerade die ganze... ganzen Stehklang... Bin nicht hier gerade geslidet. Bis natürlich dieses Schild her kam. Das mich schön abgefangen hat. Danke an das Schild natürlich. Respekt. Aber auf 1,000 bin ich immer nicht gekommen. Alter. Au. Na komm. Die Tour schaffen wir es auch nochmal. Eine 10 von 10 war das, ne? Das Marschrechnung. Uppala, die habe ich jetzt mit dem Geld bezahlt. Uppala. Na, ist das so schlimm. Nichts Schlimmeres. Das war Grinden. Stimmt, ne? Nevermind. Kein Powerslide. Das war ein Grind. Sorry, ich bin kein Skateboardfahrer. So, ich probiere es nochmal. Ich will auf die 1.000 mit der Kiste kommen. Auf die 1.000, Leute. Das gehen wir doch hin. Ich darf es nur ganz am Ende. So, jetzt. Ah. 901. Das ist ein limitierter. Tau. 101 kmh waren wir, glaube ich, schnell. Dann hat er limitiert. Aber es ist schon schön. Hat Spaß gemacht. Also, aua. Ja, es macht echt Spaß, das Auto. Mit was könnten wir die 1.000er Barriere brechen? Mit welchem Auto? Also, mit dem auf jeden Fall nicht. Also, 901 war jetzt maximal. Wir sind fast 1.000 kmh gefahren, Leute. Was ist mit dem Auto von Karl-Heinz? Das ist ja das Schnellste, was es gibt. Wenn wir da jetzt Ding reinmachen. Also, Tuning-Chip. Wobei, nee. Da gibt es auch noch von TX. Gibt es da noch was? Lass mich kurz gucken. Von TX. Wenn du hier Fahrzeug. Boost. Jetzt ist das Fahrzeug geboostet auch noch. Okay, der fährt sich jetzt wie ein Stück Kacki. Alter, was ist das? Oh, never mind. Das machen wir nicht mehr. Oh, nein. Fährt er sich jetzt immer so kacke? Was ist das? Nee, er war wieder aus. Danke. Nee, ich will es entboosten. Ach, ich kann es nicht mehr entboosten. Nein. Das fährt sich jetzt wie ein Stück Kacki, fährt sich das. Oh, nein. Ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht. Wobei, was ist... Ey, warte, warte, warte. Was ist, wenn ich damit jetzt mit dem Boost fahre? Jetzt ja nochmal Tuning-Chip einbaue. Und dann probiere ich damit geradeaus zu fahren. Ich glaube, dann kriege ich das sogar irgendwie hin vielleicht. Muss nur aufpassen. Ja, das könnte funktionieren. Könnte... Warum mache ich sowas? Ich weiß nicht, warum ich sowas mache. Nee, da verlierst du die... Uh, uh, uh. Nein, nicht. Huch. Da noch gesaved, das Teil. Nee, ich glaube, ich muss es einmal dv'n oder so, dass es wieder normal wird. Hui, einen Flip. Wumms. Nee, muss das echt... Ich muss das dv'n und gucken und hoffen, dass es wieder normal wird, das Auto. So, schauen wir mal. Dv. Bitte werde wieder normal, bitte. Bitte werde normal. Hallo? Es ist weg. Nö, oder? Ach komm. Bruder, mach jetzt nicht diesen, bitte. Auto ist weg. Ich weiß, aber ich habe es gesaved, hundertprozentig. Kann natürlich sein, dass er jetzt noch hinten steht, ne? Ähm, ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ah, da steht er, guck. Habe doch gesagt. Hoffentlich fährt er sich wieder... Ja, er fährt sich zum Glück wieder normal. Alles gut, Leute. Alles im guten Bereich, aber was Blauliches ist da draußen. Lightbar entfernen. Ja. Er fährt sich normal. Super. Oder Tuning-Chip. Äh, Chip. Rausnimmt, ja. Ja, er fährt sich wieder normal. Oder? Ja. Er fährt sich genau noch so kacke in den Kurven wieder vor. Das heißt, er fährt sich normal. Es ist leider so. Du merkst es, weil er sich kacke in den Kurven fährt. So, da, da. Puff. Muss ich nur noch zum Einsatzauto wieder machen. Da ist er wieder, wie neu ist er dann? Wie ein frisches Auto. So. Frage, lightbar? Einfach eine Movia drauf? Movia LED einfach so... Oh, oder hier drin? Also, das sieht man von hier nicht, ne? Ja, sieht kacke aus, komm. Aber eine Movia oben? Das hätte schon Stil, ne? Pff, das hat Stil. Hier auf dem Glas oben dran. Ja, komm, wir fahren mal so rum. Echtes Admin-Mobil. Ne, irgendwie fährt sich jetzt anders, kommt mir vor. Das ist irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Er fährt sich jetzt zurück nicht. Oder? Oh, da ist was los. Ah, da ist was los. Ja, schauen wir gleich mal rein, was da los ist, Leute. Guck mal mal. Eine Gerichtsverhandlung. Ich hab zwar nicht, dass jemanden auch berührt haben. Ja, machst du dir gleich aus. Ich hab's nicht berührt. Och nee, warum krieg ich jetzt einen Einsatz? Ist da drin gerade irgendwas am Laufen oder kommt das erst? Alles klar, da sehen wir uns gleich im Gerichtstermin, ne? Ja, aber ist der Gerichtstermin schon am Laufen, oder? Ja. Ich glaub um 9 erst. Wir gehen da gleich rein. Um 9, okay, danke. Haben Sie noch Zeit? Ja, ja. Bin ich nämlich dabei beim Gerichtstermin, guck, was da los ist. Weil sie sind schwer bewaffnet, das heißt, da gibt es vielleicht gleich Action-Smackchen. Äh, Action-Smackchen, wollte ich sagen, ja. Das ist ja Action-Smackchen. So, wo ist er denn? Zwei Autos sind von ihm weg, sagt er mir. Und zwar hier oben, da bin ich gleich dabei, Bruder. Ach, dupliziert. Ja, mein Gott, ich dachte, zwei von seinen Autos sind weg. Hallo. Servus. Ein Auto gehört da nicht hin, ne? Ja, genau. Ich bin aufgewacht und ihr habt erst nichts gesehen, auf einmal war da ein Auto da. Okay, dann mach mal den weg, der kaputt ist. Zack. Bitteschön. Genau, danke schön. Wobei, warte mal. Nicht, dass der jetzt nicht ausgetragen ist. Äh, warte mal ganz kurz. Jetzt schauen. Ja, der wurde jetzt komplett ausgetragen. Das ist natürlich auch schlecht. Äh, steig mal kurz ein bei mir. Ich muss erst aufmachen. So, jetzt. Ähm, wir müssen ganz schnell zur Versicherung. Und dann gebe ich dir 5.000 Dollar und du wirst hier nochmal raus. Jo. Ah, super. Okay, der ist schön. Dankeschön. Soll ich den nochmal nach oben bringen damit, oder? Äh, an sich hole ich eh wieder runter, so wie es Ihnen lieber ist. Jawohl, dann passt das hier. Okay, perfekt. Danke, das habe ich. Bitte, tschüss. Ich habe mich aber toll eingeparkt hier. Das Auto respawned einfach. Geil. Ich habe auch eine gratis Teleport-Reise von mir bekommen. Zum Spaß. So, dann gucken wir mal. Also, Gerätstermin fängt gleich an. Es könnte sein, dass es lustig wird, weil sehr viele Leute mit Waffen stehen. Das heißt, es wird irgendjemand sein, der ein bisschen was auf dem Kerbholz hat. Vielleicht sogar, wobei, es sah nach Kartell aus, ne? Es sah sehr nach Kartell aus. Aber gebt euch mal die Bubble, wie viel hier los ist. Ich schau mal hin. Ich schau mal hin, Leute. Ob es Kartell ist, aber ich schätze. Ah, hier vorhin kann ich noch parken. Nur genug Platz. Oh, da ist es Pizzeria. Ich kenne mich da nie so aus. Ich weiß nie, wer beim Kartell oder bei der Pizzeria ist. Also, ich sehe das meistens am Outfit. Das gibt es nicht. Ich will doch hier nur rein. Und ich kriege... Ich habe die ganze Zeit keinen einzigen Auftrag bekommen. Und jetzt auf einmal, wenn ich gerade keine Zeit habe. So, wo ist denn hier los? Fallen die durch die Map? Durch die Map wegen Kopfschmerzen mit einem Kollegen. Ja, das ist jetzt... Ah, da unten sind sie. Guck. Da unten. Schau mal, wer der ist. Ach, da muss ich den mal hochholen, ne? Ja, da muss nur einer aussteigen. Da funktioniert das. Wenn der Kollege nämlich Kopfschmerzen hat, dann berechnet er das falsch. Ich hole mal den Lukas zu mir. Den 185... Lukas. 1-07... Alter, vielen Dank, anonym! Dankeschön. Bitteschön. Ich habe das Problem immer am Hauptplatz. Äh, hast du... Warte, anonym, ich lese gleich vor. Alter, vielen Dank, Bruder. 1-07 in den Chat. Hast du, ähm, ne SSD oder ne HDD-Festplatte? SSD, aber keine N.2. Mh, weil wenn die Collision nicht laden, ist das zu 99,9% an der PC-Last oder an der, dass er das nicht so schnell lesen kann, weil das kommt vom Client aus, die Collision-File eigentlich, also... Okay, ja, ich sag mal so, ich bin jetzt halt auch schon eine Weile unterwegs. Ich weiß nicht, welche IDs aktuell unterwegs sind, aber ich habe die 185. Ja, durch die, durch die Welt soll es halt nie fallen. Das sollte halt nie passieren. Auch nicht, wenn man, äh, zu lang da ist? Auch nicht dann. Das höchste, was mal passieren kann, ist, dass mal, ähm, so eine LOD-Distance-Ding reinflattert und dann sieht das so verschwommen aus. Das Einzige, was passieren kann? Ja, das habe ich bisher nicht. Okay, aber dass die, dass die Collision, ähm, weg ist, sollte nicht passieren. Da musst du am System gucken. Okay. Vielleicht, äh, kann auch an der CPU liegen oder irgendwas, irgendwas lädt halt bei dir nicht so schnell. Ja, ich gehe mal eher von der CPU aus. Oder halt Festplatte gucken. Also eine neue SSD vielleicht. Ja, die hat auch genug freien Speicher. Die ist noch recht neu tatsächlich. Aha. Und 4TB sollten eigentlich reicht. Ja, schon 4TB SSD? Für wie viel hast du gekauft? Äh, habe ich gecheckt bekommen von einem Kollegen. Achso. Ich habe den ganzen Rechner, von dem bekommen die SSD, hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Schreibstunden. Okay. Ja, wäre vielleicht gut zu wissen, was das für eine ist, weil 4TB SSD ist ja teuer. Äh, Samsung QVO. QVO? Ja. Also ich schaue mal schon. EVO, QVO. Ach, die ist das. Ist jetzt halt auch nicht die schnellste, aber sollte eigentlich reichen. Da läuft, äh, GTA, 5M, etc. Also alles, was man dafür braucht, da drauf. Ja, aber sollte an sich reichen. Es ist halt nicht die schnellste, dass es die, die es gibt, aber, ja. Es sollte ausreichend sein. Okay. Ja, ich schaue mal an, was es liegt in Zukunft. Ja, wir machen, durchgucken. Dankeschön. Bitte. Ciao. Die QVO ist halt 8TB für 395 Euro. Die riechst ja hinterher geschmissen. Ja, die gibt es auch 50 Euro für 1TB. Das ist halt jetzt nicht die beste SSD, die es gibt zum Zocken. Vielleicht nicht gerade, aber sollte ausreichen. So, anonym. Sie ist ein Düsseldorfer Girl mit so langen, blonden Haaren und Augen, die unglaublich sind. Denn so ein Düsseldorfer Girl, so ein richtig süßer Zahn. Alter, anonym, vielen Dank für diesen wunderschönen Ohrwurm. Ich hau mal noch mal was raus hier für dich. Wir hauen mal ein Doshype raus auf Erdenbruder Basis für anonym. Das ist ja unglaublich. Danke. Ja. Haut da raus. Was? Einfach 107 Euro und ehrenhafte Überweisungskosten. Das darf man nicht vergessen. Der Bruder hat einfach Überweisungskosten gegönnt. Da geht. Küsschen an die Wange. Aber sowas von. Ludwig Friedrich auch dabei als VIP. Dankeschön dafür. Niemand schreibt noch mal geile Karre hast du. Dankeschön. Jetzt gehe ich noch mal hier noch mal meinen Limiter raus machen. Er hat gesagt, mit Enter kann ich auch machen. Danke. So viel dazu. Sieht das wieder dumm aus, wenn ich hier boxe. Ja, es reicht aus. So. Kampfsportübung. Matze. Guten Tag. Guten Tag. Kann man da rein? Fängt schon an? Noch fängt es nicht an, aber vorher müsste es ja mal doch suchen. Und bei anderen Ausweis. Oder wenn ich wirklich suchen. Okay. Ja. Ich habe tatsächlich wirklich nichts dabei. So Ausweis. Bitteschön. Und ich habe wirklich nichts dabei. Dann will ich da mal kurz suchen. Aber ich dürfte was dabei haben. Ich habe eine geholzerte Waffe dabei. Die im besten Fall halt am Ablegen. Das ist eine Waffenfreizezone. Ja, aber. Was? Sie haben doch auch eine Waffe. Ja, für die Sächerung des Scouts. Ich würde ja immer das Handy so wie das Funkgerät abnehmen. Das Handy das Funkgerät abnehmen, okay. Ja, ich packe es in die Box zu nehmen. Ja, in die Box rein, genau. Ja. Weißt du mal, was verhandelt wird? Ja, das würde ich aber theoretisch auch drin herausfinden. Achso. Gut. Dann warst du soweit. Dann dürft ihr euch retten. Ja, super. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Die Waffe habe ich trotzdem nicht anholstert. Soll ich mir jetzt hier eine Waffe rausholen? Naja. Das war eigentlich so alle. Das ist der Schwager, ne? Wo ich gerade hier bin, kann ich gleich auch mal versuchen. Ich muss noch eine Akteneinsicht antragen. Naja, wenn nur noch einer da ist. Ist das eigentlich egal, wo man sich hier hinsetzt? Ja, sie dürfen sich noch nicht in dieser Reihe hier setzen. Warum nicht? Was ist in der Reihe? In der Reihe können sie dem Angeklagten Waffen oder Betäubungsmittel oder illegale Gegenstände also geben. Achso. Okay. Das heißt, wenn man sich hier reinsetzt, hier darf man. Okay. Ich, ich liebe. Ach, ich muss, äh, ich muss eh wieder los. Bin gleich wieder da. Ich muss noch mal ganz kurz los. Jawoll. Weißt du, ich bin einmal, einmal bin ich da drin. Ich komme nicht dazu, dass ich mich hinsetzen kann. LKW-Anhänger duplizieren sich. Da bin ich dabei, hey, Bruder. Da bin ich voll bei dir. Da bin ich direkt aber so, ne? Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ah, der hier. Er hat sich den ganzen LKW dupliziert. Das freut mich. Äh, ja, da bin ich dabei. Und, äh, dann machen wir das hier ganz schnell. Machen wir hier die ganzen Sachen weg gleich. DV2 aber, ne? Kann sich dann LKW wieder neu holen, dann. DV2. Hallo. Hallo. Mh, soll es nicht erledigt haben, glaube ich. Äh. Ja, passbar. Ah, okay, okay. Alles, alles gut. Ne, der, der darf so. Aber, warum stellen dir die Leute ihre LKWs ab? Ich verstehe das nicht. Weil die kaputt sind. Ah, die sind komplett kaputt? Ja, die sind, die müssen halt zahlen dafür. Und die sind sehr teuer. Ja gut, dann mach ich die ganz weg. Na, auf einmal ist, ist ein zweiter gespawnt und wir wollen fast ein Schlagen von LKWs. Ja, ich schau noch schnell, ob da nochmal was passiert. Nicht, dass die Anhänger nochmal zurückkommen. Die Anhänger des Grauens, aber ich glaube nicht. Sieht, glaube ich, gut aus. Sieht sehr gut aus, ja. Ja, perfekt. Gut, dann haben wir das auch. Super, danke. Schönen Abend, ciao. Ciao. Ab in den Busch und wieder zurück. Oh, Meno. Ich sollte vielleicht den Polizeifunk abhören, ne? So. Professor Dr. Hunt. Ich bin jetzt nicht mehr offiziell hier dabei. Ich gucke da einfach ab und zu mal rein, was da passiert. Linke 56, mein Dispatch beim Bennys, der verlassene BMW, Besitzer, immer noch nicht aufgetaucht, zweimal ausgerufen. Ich würde dann das Fahrzeug jetzt aus dem Bennys entfernen. Und da haben sie sich schon wieder geboxt. Geil. Da haben sie sich lieb. Ja, dauert eh noch, bis das hier losgeht. Samsung QVO 78, 4TB-Tatei, jawohl. Danke, Gibi. Ich wollte eigentlich mit der Hupe gucken bei dir, aber du warst ja nicht mehr da, leider. 11, David, 1086. Dann Gibi mit der Hupe. Da ist noch mal ein Onkel mit Hanfkeks haben wir. Dann haben wir hier Professor Dr. Hanf. Also irgendwie, die könnten Best Friends werden. Die zwei. Racing Gamer, danke für den Euro. Vielen Dank. Und was wäre für RLO ein Auto? Äh, Cupra Ateca. Cupra Ateca, muss ich mal gucken, wie das aussieht, das Ding. Oh, der hat aber ganz schöne Kopfschmerzen, ne? Der Onkel mit... Ach du Kacke, was ist mit dem los? Dem geht es gar nicht gut. Ach, das Teil. Ist das, ist das nicht von Seat, die, äh... Ist das von Seat, ne? Klar ist das Seat. So ein Ableger von Seat. Es ist mir die Tagesstelle, äh, Unicorn. Kink zu Nier, 1086 mit einer KTM ohne Cance-Version am Bus. Das ist 4-0-Lanz. 4-11 fährt zum Dispatch. Mach dir eine Raucherpause? Entfänglich von der KTM. Es ist so wie der Tannendin für da draußen. Das ist was. Aha, was ist hier los? Natürlich, und jetzt sind wir von der Aufwand noch nicht schon am Tag. Ach, die machen Lieferung. Die Pizzeria hat Lieferung heute. Pizza-Lieferung. Das ist halt das Coole, die haben halt legale Sachen auch. Ich finde das halt nice, dass die halt auch einen legalen Job machen können mit Pizza. Hat 1 zu 7 ja leider nicht. Kartell auch nicht. Aber das kommt. Kartell kriegt auch einen legalen Job. Weiß auch nicht, was... Was sollen wir für 1 zu 7 Saugstaubverkäufe? Aber wer braucht einen Saugstaub, ist halt die Frage. Außer wir nehmen das Ding als Item. Oh, das wird auch lustig, wenn man einen Saugstauber verkauft. Als Item, was man braucht im MRP. Saugstauber-Item. Das war die Saugstaub-GmbH damals. Dann können wir die wieder verkaufen und dann haben die Leute einen Saugstauber und können wir nutzen. Die Frage ist halt, für was wäre der nützlich? Oder wir verkaufen Kochsachen. Fürs Kochen. Ich weiß nicht. Oh, da geht wer kochen. Wollte schon von kochen reden, ne? Karl Schmidt. So, was die Leute jetzt noch machen werden. Im Gefängnis ist ein bisschen was los, sehe ich gerade. Oh, das sind aber sau viele. What ist hier los? In die Ausbildung? Du nicht, du bist nicht verletzt. Hä? Du darfst nicht folgen, du darfst nicht folgen. Mir folgen, mir folgen, mir folgen. Ich, D1 durch Sima. Und die Devils ein Treffen in zwei Kilometern. Die wirklich verletzt sind. Ja, er hat mich auch beschärbt. Ich bin wirklich verletzt. Ich habe auch ne Wunde. Keine Scheiße. Was ist passiert? Sie haben mir gehangen. Immer dieselben zwei. Ah, schauen wir, wer da ist. Die heiße Eiscreme ist da. Ja, okay, das ist fun. Den hätte ich wegbekommen in der Stadt. Dieser Taurus, der ist so gut gewesen in der Stadt. Ich bin am Anfang auch echt schlecht gefahren, aber dann hat es sich gelegt. Eine Idee. Ist der nachher noch da? Ein informatives Netzratenabfahrer da oben über die Schienenhöhe, Kilos, rechtseitig. Weil wenn der Wils, äh, äh. Scheint so, er ist unterrichtung, der man lasst. Geister. Nee, die Klimaanlage tröpfelt. Ja, chillt. Heute ist sehr viel im Gefängnis, das wundert mich. Ach, guck, die gucken sogar heute. Wie schön. Die schauen, dass auch heute nichts passiert, weil heute so viel los ist im Knast. Die machen jetzt hier wirklich ernsthaftes Knast-RP mit, äh, ich bin verletzt. Cool. Also im Knast heute auch sehr viel los, hätte ich mir auch nicht gedacht. Aber ist jetzt auch öfters so durch die neue Regelung, das finde ich auch cool. Dass der Knast ein bisschen gelebt ist als davor. Also sieben ist auch ein bisschen was los. Aha. Ja, Fallschirmspringer in State Prison. Hör, was? Fallschirmspringer? Da hinten, tatsächlich. Eisner 7, ja. Nicht sein Ernst. Nicht sein... Oh, jetzt wird's hier lustig, Leute. Jetzt wird's lustig. Was macht er? Nichts. 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 Kse 167. Abgemeldeten nicht versichert. Was macht er? Ich nehm meine Hände hoch. Hände hoch und stehen bleiben. Alle sofort. Nehm meine Hände hoch. Jetzt schickt mir nur eine zweite Hände, die das abkünftet. Nehm meine Hände hoch. Ja, moin. Nehm meine Hände hoch. Ich habe 8 Kilometer. Moin. Servus. Moin. Sofort. Umdrehen und stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben sofort. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben und umdrehen. Erklär mir mal, was du auf mich schießt. Ich steh doch. Stehen bleiben und umdrehen, der Herr. Ich steh doch. Was ist mit dir? Dann bitte einmal umdrehen. Warum? Weil sie mit einem Fallschirm hier reingefangen sind. Ja, da kann ich ja nix dafür. Doch. Ne, was kann ich dafür? Klatsch. Hallo, warum nehmen sie mich jetzt fest? Für was? Weil wir hier in ein Schwergebiet reingeflogen sind. Hä? Stehen bleiben. Hallo? Wie kann man das nicht checken, warum man hier festgenommen wird? Ja, sie werden aber zu unserer Sicherheit auch einmal festgenommen. Kurz zu. Zu unserer Sicherheit. Kurz zu. 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 Zu unserer Sicherheit. Ihr habt so einen Schaden, ne? Ohne Witz. Schaden, das ist nicht so normal. Lass uns an die Krankenstation gehen lassen. Bleiben sofort. Stehen bleiben. Bruder, der ist gerade mit einem Fallschirm in ein Sperrgebiet reingeflogen, wo du direkt Schusserlaubnis eröffnen kannst. Und er sagt, die haben einen Schaden. Also da muss ich, da muss ich aber ganz schön los. Können Sie bitte ganz kurz mal stehen bleiben. Bitte, ganz kurz. Ganz kurz. Machen Sie mir die scheiß Handschellen ab, sie haben mich angeschossen. So, da sieh sie mit der Fallschirm. Bleiben Sie bitte ganz stehen, wir würden Ihnen das gerne erklären. Was kann ich dafür, wenn ich hier rein lande? Das ist eine Sperrzone, die ist groß genug. Machen Sie mir die scheiß Handschellen ab und holen Sie das AMR hierher. Sie haben mich angeschossen. Punkt Nummer 1, das AMR ist bereits auf dem Weg hier. Alter, der ist richtig mädig. Wir sind im Sperrgebiet rein, hier besteht Schussfreigabe. Hier besteht Schussfreigabe auf Sie. Seid immer schon, Grundgesetz. Ja, immer schon. Nach einem Warnschuss dürfen wir auf die Person schießen. Wir haben einen Warnschuss abgegeben. Wo war der Warnschuss? Wir haben den Warnschuss abgegeben. Das hat man gehört, ich war dabei. Ich glaube, dass Sie ihn vernommen haben. Nein, hab ich nicht. Ich bin gelandet und es ist direkt auf mich geschossen worden. Das wurde das Warnschuss nicht auf mich geschossen. Den Warnschuss, ihr habt gesehen, wie weit weg ich war. Das hat man auf jeden Fall gehört. Ich habe einfach nur einen Schaden. Nimmt mir die scheiß Handschellen ab. Bringt mich hier raus, weil ich wollte hier gar nicht landen. Ich wollte vorne auf dem Parkplatz landen. So, Sie bleiben jetzt mal ganz kurz hier, bis wir hier erstmal die Handschellen geklärt haben. Nein. Sie lassen mich jetzt hier raus, weil es gibt überhaupt gar keine Begründung, warum ich hier drin bin. Ich will hier gar nicht rein. Ins Bett? Ja, der steht vor uns. Der ist richtig salty. Der ist richtig salzig. Der ist mit dem falschen Rang, ja. Das ist BMW, ja. Dann will ich, dass hier jemand hinkommt, der sich mit meinen Arm verbindet, weil es tut scheiße weh, Alter. Ah, mehr ist bereits... Ja, so schmerzhaft hat es aber nicht ausgesehen, wie der grant ist. Ja, dann bringe ich raus zu denen. Das ist das scheiß Problem. Ich habe nichts verworfen. Es gibt hier eine Krankenstation. Ja, da kann es einmal mehr sie auch sagen. Bereit hier mit Krankenstation, bringen Sie mich hier raus. Ich habe hier drin nichts zu suchen. Ich will hier auch gar nicht mehr. Macht los, kurz ein Fahrzeug wechseln. So ein Schaden. Das ist ins Bett. Ich habe uns ja alles zu sehen, dass ich Ihnen sage, dass es ein Staples, eine Schmerzone ist. Aber jetzt muss ich mich frage, hier hinten, wo ist er denn hin? So, weg. Ja, gut. Ah, da ist er. Er versteckt sich. Er ist aber drin. Er ist auch irgendwie reingeflogen. Hey, die schießen einfach auf mich. Oh, nee, ich würde da so gern mitgucken gerade. Aber ich muss rüber. So, bleiben wir kurz stehen jetzt bitte. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ja, das machen wir doch gleich. Wir klären das jetzt hier. Ich nehme mir einmal ganz kurz Ihren Personalausweis. Ich habe viel Spaß dabei. Dann werden Sie sehen, dass ich hier drin überhaupt nichts verloren habe. Ich will hier auch gar nicht bleiben. Wo ist er? Mann, ich muss da ganz schön zurück. Ich will das mit auf jeden Fall geben. Das ist ganz frisches Met. So, angeklagt das nicht am vereinbarten Ort angekommen. Deshalb bin ich jetzt da. Hallo. Mahlzeit. Ähm, wie heißt der Herr, der hier nicht kommt? Ähm, Seth Underwood. Seth Underwood. Ähm, habt ihr zufälligerweise einen, einen, ähm, wie heißt denn? Mail? Genau, einen Mail-Namen. Seth David, das ist responding. Hab ja. Ja, äh, Woymer. Okay, da kann ich mir schon fast vorstellen, was los ist. Ich bin gleich wieder hier. Ich auch. Er ist nämlich noch im Cobb-RP. Woymer war vorhin als PD-Lader da und das ist natürlich blöd, wenn er jetzt einen Termin hat, hat er das höchstwahrscheinlich versemmelt. Das ist natürlich jetzt sehr blöd. Entweder ich rufe ihn schnell aus, oder? Ja, informativ, äh, scheint wohl im SG zu sein, also im Prison. Ja. Muss ich hilf? Ja, check, ja. Ich muss das große Schicht machen. Was darfst du denn, Seven, an SG? Ja, okay. Hab mir eine Einrichtung, die Near One eventuell besitzen könnte. Linken für sie dann. Excuse me. Wir haben ein ganz blödes Problem. Ja. Ich brauche die mal ganz kurz hier drüben. Okay. Ich glaube, jemand hat einen Gerichtstermin und verpasst ihn gerade. Ah, stimmt. Die warten. Ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, ich weiß. Ich komm. Nee. Ja, okay. Dann soll er mein Auto nehmen. Ja. Ganz schnell. Du musst den Seven. Ja, du kannst mein Auto dann nehmen. Ich dachte, das ist nicht sein Ernst. Er hat's voll verpeilt. Ah, geil. Die so so, ha, ha. Nee, ich geb mal Bescheid. Oh, ist das süß. Er hat den verpasst. Ja, was jetzt? Wir haben ihn auch öfter schon mal verpasst, also. Zack. Da bin ich wieder. Ja, ähm, er hat verschlafen. Er kommt gleich. Er ist ganz flitzflatz da. Alles klar, danke. Bitte. Er kommt gleich? Ja, er kommt gleich. Ist gleich da. Ist das ein Zug für Victor Töhn? Ja. Correct. So, passiert den Besten. Der Schreier. So, jetzt kann ich endlich wieder den Mr. Matt angucken. BM Matt. Schau, was hier los ist, Alter. Ich bin einfach zur richtigen Zeit auf richtigem Ort gewesen. Was hier jetzt los ist, das sehe ich so gerne. Unterbrechung. Ähm, alle Einheiten, die am SG sind, wir treffen uns im Funk 3. Check. So, darf ich weiter gucken, wie er sich da hier mitverhält? Er hat den Heimann in Funk 3. Ich komme gleich wieder. Diskutiert da gleich weiter. Guck. Gleich geht die Diskussion weiter. Ey, warte, ist das Ding noch da? Ist er noch? Nee. Nee, er ist schon weg. Haben sie ihn jetzt auch festgenommen? Heiße, heiße. Die machen gerade voll den Radau. X-Grade, refixed. Da oben ist er jetzt, schau. Oh, Alter, hier unten. Was war nochmal deine Frage? Naja, check. Das ziehst du halt gar nicht von hier oben, ne? Ja, den vor. Er versteckt sich halt echt gut. Ich habe ihn jetzt nicht mal mit Names gerade gesehen. Was ist mit dem? Positiv, in der Krankenstation. Was ist das mit dem, den du gerade laufen lassen hast? Das ist ein Inhaftierter. Der war vorher schon inhaftiert. Ich gehe jetzt hier vor die 7 rüber. Ich bin im. Ja, leider regt er sich gerade nicht mehr auf. Das hätte ich weiter gerne angeguckt. Oh, was ist hier los? Uiuiui. Die liegen alle in der Krankenstation. Schau mal, man kommt. Amr müsste ja kommen jetzt gleich. Alles beleuchtet, die Amr fehlt. Die brauchen, glaube ich. Ah, da, na ja, doch nicht. Da kommt Amr. Ne, die kommen gleich. Die sind gleich da. Ich schaue sie das gleich an. Die werden jetzt alle kontrolliert, ob die hier überhaupt hingehören. Oh, er, oh, er geht aufs Dach. Er geht aufs Dach. Schauen wir mal, ob er ihn sieht. Er sieht ihn nicht. Er von hier sieht er ihn auch nicht. Ne, er sieht ihn nicht. Ist aber echt gut versteckt. Dann fahren sie hier lang. Ja, die suchen gerade das komplette Gefängnis ab. Das machen sie echt gut. Was sieht er denn? Also von der Seite muss man sagen, sieht man ihn halt wirklich nicht. Man müsste, müsste von hier gucken. Dann sieht man ihn. Aber auch nicht wirklich richtig. Ich frage mich, ob die im eigenen Funk sind. Ich denke mal ja, ne? Ich schaue mal kurz. PCRD. Sind die im eigenen Funk drin? 3-0. Ach so, das ist ja, äh, das ist, ach, die sind ja im Ding Funk drin. Die werden im Staatsgefängnis. 4 sind sie drin. War das City Hall? Court. Warum 4? Und er ist auch in 4. 4. Sind alle im 4er drin. Ich gehe auch in 4er. So. Hey, die 50 ist überhaupt verliebt. Informativ, die Besucher verlassen. Start. Den Gerichtssaal. Komm, schau mal alle Funk 3 rein. Es ist Funk 3. Hier steht Funk 4. Hier ist Funk 3. Funk 3 ist, äh, Air Support ist auf Funk 3. Ja, könnte sein, dass die auf Funk 3 sind. Aber Funk 4 stehen aber hier Staatsgefängnis. Zwei Leute drin. Ne, da steht auch wieder Funk 3. Ich gehe Funk 3. Wird sicher Funk 3 sein, weil ich höre hier. Underwood ist jetzt im Eingangsbereich drin. Gut, Underwood ist drin. So, Funk 3. Negativ. Ja, check. Dann gehen wir da mal rein. Weil bei den Stellen viele verstecken sich werden, weil ja, ist, jetzt sind wir im richtigen Funk. Jetzt haben wir erwischt. Danke an den Chat, der mehr weiß als ich. Das ist unglaublich. Danke. Liebe geht raus. AMM Funk 3. Emanuel Radka, kannst du mal Fox oder Ryan, äh, dass die einer von beiden Praktikum macht als Homeblender? So wäre lustig, wenn das mal geht. Waren könntest du ja mal... Äh, Fox hat mal angefragt. Ich könnte mal mit Fox auf Praktikum gehen, wäre lustig. Könnten wir gerne mal machen. Hätte ich richtig Bock drauf. Am besten wäre halt, die holen erst mal alle Leute, die sich hier draußen befinden, rein. Also jetzt... Wäre mal ein Plan. Dann haben die da drin erst mal alle im Schach. Weil die hier draußen stehen zu lassen, finde ich, ist eine blöde Idee. Führt die alle... Oh, da kommt an, ja. Wie viel sind jetzt los? 154. Hier fühlt sich's aber wirklich hier drinnen im Prison. Heute mal echtes Prison-RP. Ja. Aber danke, Mann, Radka. Aber die Idee hab ich schon, ja. Kannst du die N-Reihe von Hyundai reinmachen? Da gibt's ein paar Modelle, den I-30 hätte ich gern, ja. Ey, die sehen seinen Versteck da oben nicht. Die sehen ihn einfach nicht. Der ist da so gut versteckt. Sie checken's nicht, guck. Keine Feststellung. Das ist unglaublich. Automativ, wir gehen dann einmal weiter in die, ähm, in die Lagerhalle. Äh, woanders wach geworden. Ja, schau mal mal. Der ist am Nuller-Spot. Achso. Hallo? Wo bist du das letzte Mal gewesen? Ähm, ich war das letzte Mal auf Kario. Hatte dann Code Null und dann... Äh, war ich hier. Okay. Kario drüben. Also ich hatte davor auch noch niemanden gesehen und dann hatte ich nochmal einen Konto. Dann habe ich hier raus. Okay. Uwu. Daddy, Uwu. Warst du hier? Ja. Juhu. Danke. Soweit sauber. Danke. Ich sehe den Alter oben gar nicht. Aber, ey, der Spot ist halt echt geil. Das sieht aus wie so eine Leitung. Olli, äh, hält dann Feuerteufel gerade Zeit? Ihm grüße FD. Eigentlich schon, ja. Kurze Zeit. Hallo? Hallo. Wie wär's mit Nummer 6, die zufällig da reinrennen? Ja, die ist verletzt. Äh, jo. Zuschauer, der noch zu viel wollte. Könnte ich noch dein Vito? Könnte es in mir für eine Übung, hier was ein Feuer platzieren? Äh, hier beim LKW? Genau, also dass du hier am LKW auf den Gehsteig und hier vorne in der Pizzeria. Vorne. Genau, ist hier im Eingangsbereich. Überall vorne. Macht hier Übungen? Ja. Das ist eine Übung für eine zukünftige Führungskraft. Ich muss nur aufpassen, dass der da drüben nicht abfackelt. Sonst wird's wehtun. Was meinst du? Ja. Ich muss nur aufpassen, dass der da drüben nicht abfackelt. Ich weiß nicht, wie weit das spreadet, ne? Ja, soll er sich voranerzulegen? Reichen, reichen drei Feuer... Nee, hier vorne passt ja drei Feuerchen. Also eins hier, eins vorne hier und eins hinten. Ja, das passt. Ich weiß halt nicht, ob das Ding hochgeht, ne? Der hat unter seinem Anzug, hat er eine Spezialskretung mit an. Ja, ich hab für das Haus was dann an. Okay, gut. Soll ich jetzt gleich anfangen? Ja, müssen alle bereit. Ich glaub, wir sollten mal zur Seite gehen. Äh, Peter? Ja? Schau ich bewusstlos aus? Oh, nee. Ich war das Startfire. Nee, 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 nee. Du schaust so deppert aus wie immer. Danke, gleichfalls. Ja, er hat Person aufs Dach gefunden. Rüber, ja. Okay. Sollen wir dann noch, äh, schwarzesalber Dispatch? Ja, checken wir. Nee. Das hier ein Lkw? Okay. Ja? Ja, mach. So einfach nur, dass hier ein Lkw reingeknallt ist. Also jetzt nicht vielleicht alle, aber so eins, fünf Sekunde. Soll ich? Zwei gehen links mit und zwei gehen rechts. Warte, ich schick euch. Ich schick euch. Genau. Reicht das so? Ja? Ja. Jawohl. Ähm, das ist... Äh, keine Ahnung, da steht fünf drauf, ich weiß nicht. Ich finde, wir mal hier ein bisschen Spaß haben für ne Übungsfeuer, ne? Welche Richtung? Äh, rechts von euch, wenn ihr auf dem Gebäude schaut rechts, er geht jetzt negativ, er funkt. Oh, haben sie ihn? Nein, nein, nein. Haben sie ihn? Haben sie ihn? Ja, also haben sie ihn. Da muss sie jetzt mitgucken. Haben sie ihn gefunden? Ja, aber da kann man nicht runter, er muss die Klappe runtergehen. Ach, die gehen wieder alle Dings nach, natürlich. Schau. Ich sag immer, eh, wo ist sie denn los? Wir haben ihn, er hat sich jetzt gerne gesehen, wie sie ihn gefunden haben. Ungefähr? Ja, vielleicht auch ein bisschen tiefer, ne? Weil sie gleich mit dem Bayplane spielen können. Der Arme, so fest drauf. Die Hände nach oben! Lass mich in Ruhe! Die Hände nach oben! Lass mich in Ruhe! Sie sind umstellt, sie haben keine Chance. oder wir werden sofort schießen. Wir haben ab sofort hier drin Schussreigabe. Ich will mir nicht zeigen, sie schießen auf mich sonst. Ich bin hinter der Mauer Sicherheit nix. Ich hab nicht meine Waffen dabei. Hände hoch! Aufstehen! Hände hoch! Aufstehen! Okay, ich steh auf! Ich bin raus! Er hat nochmal gefunkt, er hat nochmal gefunkt. Das war's! Das war's! Kollegen, ich hab gesichert! Nimm fest! Stehen bleiben! Einmal umdrehen! Naja, nehm ich fest! Absekeert, was er gefunkt hat? Aua! Negativ! Er hat nur gesagt, ich bin raus, hat er durchgefunkt, ganz kurz. Ich hab keine Waffen dabei! One Suspect and Cassidy! Schöne Ahnung! Das haben sie ja bei mir auch gemacht. Die haben alle, alle Dächer durchsucht, bis sie, bis sie was gefunden haben. Die hören nicht auf zu suchen. Wobei die A1 wieder relativ weit lang oben ist, ne? Die ist schon lang oben jetzt. Mhm, lang, aber ich weiß nicht wie lang schon. Vorne werden sie grad, wenn sie grad verdingst. Was? Ah, da war so ein Typ, der hier mit drin sitzt, der ist ausgerutscht. Warte, vielleicht häkelt er sich wieder auf. Vielleicht häkelt er sich wieder auf. Die hatte dann blutende Wunde. Der süße Witch. Ach, ich brauch auch noch ein Pflaster, aber Arme und die war am schlimmsten dran. War ganz arm. Er hätte sie danach eventuell noch Kapazitäten für einen weiteren Patienten, den wir aktuell im Zellen block haben. Ach, leider keine Aufregung. Schade. Ach, die haben das gemacht? Die haben erstmal alle Leute hier reingeholt? Ja, brav. Hätte ich auch so gemacht. 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 Hätte ich auch so, und vor dem Eingang jetzt. Drei. Sehr gut. Die stehen schon die ganze Zeit vor dem Eingang. Was hält ihm jetzt das da auf? Was ein Chaos, Bruder. Die Einheit, die nach AMR Kapazität gefragt hat. Fix Ray 54. Ja, 47. Äh, kannst den mal in die Krankenstation bringen. Yo, check. Ich sag mir, Edin, wie sie es nicht löst. Aber die Airborne haben wir zum ersten Mal nicht gefunden. Äh, wisst ihr, ob es noch mehr, ähm, Personen hier gab? Guck mal, wie er latscht. Negativ. Ich habe nur zwei Fallschirme gesehen. Nö, wir waren auch nur zu zweit. Was, aber hat Edin 50.000 Tattoos, oder? Ah, nur zwei wirklich. Schöne Arbeit. Die suchen weiter, ne? Die suchen weiter, aber sie denken, es sind noch mehr. Vielleicht liegt da auch noch irgendwo jemand. Ich weiß nicht. Äh, braucht das die Airborne, oder soll ich abdrücken? Für R2. R2, kannst du erst vorne auf dem Parkplatz kurz zwischenlanden? Ja gut, haben wir hier auch schön angeschaut. Sehr schönes Szenario. Immer wieder gerne. Jetzt schauen wir mal zum Gericht, was da drüben ist. Was im Gericht jetzt abgeht. Uiuiui, was ist denn hier los? Huch. Wird dann, wenn sie sagen, ich vertrete ihn selber und ich stelle ihn zur gleichen Kontrolle auf Einsicht? Ja, wird mir das doch nicht gesagt. Ihm wurde bei der Belehrung vom LAPD wahrscheinlich gesagt, dass sie das Recht auf Akteneinsicht haben. Nein. Nicht. Kein Zeitpunkt. Okay. Oh, gut. Dann müssen wir das mit dem LAPD noch mehr klären. Ich habe uns zwischengelandet, 21. Was mir gesagt wurde, ist was mir vorgeworfen wird, aber ich hab sonst nichts funkelig. Na, top. Komm her, ey, das ist Punkt 3. Kannst mein Funke heute ausmachen. Bup. Wenn sie sagen, sie vertreten sich selber, ist das erstmal die Vertretung an sich. Das ist, wenn sie mit einem Anwalt kommen oder nicht. Wenn sie Einsicht in die Akte haben wollen, dann müssen sie das natürlich so kenntlich machen und so explizit sagen. Und nicht einfach sagen, sie vertreten sich. Das schließt nicht damit ein, dass sie Akteneinsicht haben. Und genauso, wie wenn sie sagen, sie möchten sich durch einen Anwalt vertreten lassen, heißt es nicht exakt genau, dass der Anwalt auch direkt Akteneinsicht bekommt, wenn er es auch nicht explizit beantragt. Das heißt, wenn irgendwas vor Gericht geht, dann bekomme ich nichts schriftlich. Dann wird mir das alles nur mündlich gesagt. Außer ich sage es explizit, dass ich es schriftlich haben will. Ihnen wird das nochmal dargelegt. Oh. Ich bin auf... Von dem ich mir unbeschadet runterkomme. Ja, wie wärst du, wenn du die Feuerwehr rufst? Hä? 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 Ach so. Es ist ja weiter Feuer. Ah, stimmt. Hallo? Na Chef? Schon mal probiert Feuerwehr rufen mit einer Drehleiter? Ich komme ja... Die Leiter sind zu kurz. Hä? Warum kommst du nicht mehr runter? Was ist denn da los? Weil die Leiter nicht funktioniert. Hä? Wie bist du hier hochgekommen? Ich von... Na, du kommst ja auf das Dach und ich habe mir gedacht, nö, dann... Hä? Dann gehst du hier runter. Kannst du besser unten die Übung gucken. Und gehst dann die Leiter runter. Ja, Pustekuchen. Die Gleiter geht... Tatsächlich geht die nicht. Und ich würde es nicht ausprobieren. Ja. Huch. 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 Ja, warst du schon mal... Du könntest ja nicht wen holen, der kann dich hier hochtragen. Kommt man hier hinten hoch? Also schau mal, ich hätte es halt so gemacht. So, ja komm her hier zu mir. So. Meinst du, das klappt? Natürlich klappt das. Äh. Oder so. Warte. Nee, das klappt tatsächlich nicht. Blanking is out. Ah! Ja. Oh, vorsichtig. Pass auf. Ey, da kommt man doch irgendwie runter. Es kann doch nicht sein, dass irgendwer sowas kreiert. Schau mal, du kannst du... Ich möchte es nicht ausprobieren. Also wenn du es mir jetzt vormachst, dann versuche ich es gerne. Ach. Ja, ich probier das mal. Es interessiert mich jetzt selber. Nee, das geht tatsächlich nicht. Ja. Ist das... Also vor allem das Ködert ja, weil du denkst du kommst wieder runter. Ja. Richtig. Richtig. Auf jeden Fall. Soll ich dich aufs Dach stellen? Nee, bitte. Danke. Dann komm ich ja alleine runter. Ja. Ja. Ist ja unglaublich so... Opala. Ah nein. Soll ich jetzt mal einen unsichtbaren Franzler. Ja. Gucke. So jetzt haben wir's aber. Passt. Ah, dankeschön. Bitte. Oh, das kenn ich ja gar nicht hier hinten. Cool. Neuer, neuer Admin-Bereich. Ja. Mach das immer vor der Pizzeria, oder? Diese Übungen. Die Sommerummel, oh wie süß. Was? Ist das ein Mädel? Das ist ein Typ, der heißt so. Hahaha. Ich bin die Sommerummel. Das wär was... Ja, das wär was statt die Fußraumspinne. Die Sommerummel. Zoom, zoom, zoom. Ich komm nur im Sommer raus. Ja. Die Sommerummel. Die Freundin von der Fußraumspinne. Wer kennt sie nicht? Jetzt hatte ich doch ein paar Einsätze als Sommerummel. Ist gar nicht immer so schlecht. Wie war das mit der Anzeige wegen dem A8? Äh, da sitzt es richtig. Jawohl, ich parke ihn gerade mal. Jetzt ist mal ne A8 geklaut. Klatsch. Ich bin irgendwie ein Schlager. Die Kuchen zu. Ja, was haben wir denn sonst hier noch? Kartellstraße ist jemand. Da sind ein paar Leute. Ich glaube Kartell ist ein bisschen am rumstehen. Jupp. Bist du ein bisschen zappelig unterwegs hätt. Die Kartellstraße. Das ist halt echt. Hier wurden halt nur Kartellmitglieder gefühlt. Wär cool, wenn es hier nochmal eine Straße geben würde, ne? Wo ein paar Häuser stehen. Das würde ich feiern. Heute die Sommerhummel? Ja Leute, lasst auf jeden Fall ein Like dafür in der Fußraumspinne. Bei 8000 Likes, ja. Haut mal aus hier Leute. Haben wir eh heute noch nicht so oft gemacht. Der zweite Like-Up heute. Ja. Haut auf den Button, bis er blau wird. Wichtig und richtig. So Mike mit 1 Euro. Dankeschön Mike. Dave nutzt doch die Staubsauger. Ne, die Saugstauber sind das. Für 1 zu 7. Für den Juwel-Raub. Hä? Für was? Du Juwelen aufsaugst damit. Kann man so eine dumme Idee eigentlich. So ein riesen Staubsauger, mit dem du einfach Juwelen aufsaugen kannst. Oh, ich hab Durchfall. Super. Das heißt, du musst einmal re-loggen. Ja, warte. Das kommt halt immer bei den Admin on Duty, wenn du halt die ganze Zeit rumfährst. Irgendwann hängt sich eine LOD-Map auf. Ist ja 5M-Problem. Nur noch mal reingehen hier. Die Sommerhummel. Wir machen heute keine Sommerhummel. Wir machen heute ne Sommerhummel. Wir machen heute ne Sommerhummel. Wir machen heute ne Sommerhummel. Psss, psss. Was hummelt denn da? Den ganzen Tag dann sowas. So. Oh ne, ich connect auf den falschen Server. Uppala. Ich bin grad irgendwie auf GapStandServer connected. Ich trottel. Wie konnte denn das denn grad passieren? Verlauf. We love online. 2.0. Ja. Armon Reinhardt, danke für 1€ vorhin. Vielen Dank. Und danke nochmal Dave für nochmal donateen. Vorhin mit der selben Dings. Genau. Mit der Dings. Super. Haben wir das nicht vorgelesen? Alles vorgelesen sonst. Von YouTube auch, ja. Ich glaub ich schon mal in der Zwischenzeit was zu trinken. Aber ich bin gleich wieder da, Leute. Gleich wieder am Start. Das ist der Sound. Oh, dankeschön an X. 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 Mach mal eine Bombe. Ich werd jetzt sicher keine... Wobei eine Bombe irgendwo platzieren. Fürs AMR. Fürs FD. Für die Polizei. Okay. Passt auf. Passt auf. Passt auf. Boah, Alter, ist das ein heißes Dekomio de la Popo, Alter. Ist das heiß hier drin? Erna! Hey, Erna! Boah, das merke ich immer, wenn ich ins Zimmer komme. Oi, oi, oi. Dann ist es immer brennheiß. Also ich glaube, hier hat es 40 Grad im Zimmer. Es hat einfach 40 Grad im Zimmer. Gefühlt, das ist wirklich schlimm. So, Names and Lips. Natürlich den Funk nicht vergessen. Ich habe wieder den 1er-Funk. Schau mal, was die PD da so sagen. Welche Fließerbingen ist das nochmal? Ein Makler. Oh, ist eine Bank gerade? Oh, geil, da bin ich dabei. Oh, nee, nicht wegcrashen. Danke. Ist gerade ein Bankraub. Oh, geil. Ich bin direkt in der Action, Leute. Fox ist heute gar nicht da. Heute keine... Oh, Nudel-Exchange. Jetzt habe ich Bock auf Nudeln. Ich habe noch eine große Sushi-Box zu Hause. Es fällt mir gerade ein. Geil, ich freue mich auf morgen. Auf später. Der Ontelmonk ist dabei. Kennst du dich noch? Und wie wäre es? So in Sennahe mache ich sicher nicht, Bruder. Aber danke für diese tolle Idee. Aber danke, Ontelmonke. Wird heute im Stream noch Chasen planiert, ja? Live on Stream. Bei 6.000 Likes. Wir sind bei 5.585. Paniere ich Chasen im Stream. Fließerbingen, KTM und PMB vor Ort. Noch zu wenig ein Ende. Was braucht ihr da? Aufroder. Kein Red Bull, nein. Kein Red Bull. Ich habe aufgehört damit. Ich habe... Zero Koffein, Cola Zero. Ohne Koffein. Ich bin koffeinfrei seit... ...mehreren Wochen. Bin sehr stolz drauf. Seit langer Zeit wieder ohne Koffein unterwegs zu sein. Welcher Fließer ist es? Ja, Bruder. Neben dem Markler. Und das ist der Tant-Win-D. Boah, da bin ich jetzt voll mit dabei, ne? Ich liebe ja, wenn mal eine kleine Bank gemacht wird. Dann weißt du, die Leute machen das nicht wegen einem Cash, sondern die machen das, wenn sie einfach Bock drauf haben, ähm, RP zu machen. Da bin ich sehr gespannt. Von BMW ist IZL 109 zugelassen auf einen Jerome Brown. Können wir beide gleichzeitig aussteigen, aber nicht einer wird weggebeten. Den weißt du was? An der KTM ist auch ein Kennzeichen montiert. Ich kann es nur nicht lesen. Falls die uns bitten oder sowas, also falls wir wegfliegen. Weißt du? Okay, die fahren jetzt mit einem Auto, ist es schon. Also mit dem BMW abzauern, ist nicht ohne. Ist gar nicht mal so schnell. Kennzeichen an der KTM OMV. Schauen wir mal, was passiert. 711. Oder DMV. Vor allem, wie das mit Flasche Wasser, ähm, Wasser allein trinke ich wenig. Ich mach mir oft Verdünnungssaft. Also ich nehme eine Wasserflasche, taue mir ein bisschen Verdünnungssaft rein. Ich, bei Trinken, ich brauche immer einen Geschmack. Ich hasse Wasser alleine, war ich aber immer schon so. Ja. Auch wenn Wasser, ab und zu ist Wasser geil so. Aber ich liebe es, wenn ich einen Geschmack im Mund habe. Das sieht es komisch an, ich weiß. Immerhin, ich habe mir abchecken lassen, ich bin kerngesund. Also mir fehlt nichts. Meine Werte sind top. Ich bin zufrieden. Bisher gibt es noch niemanden, der das macht, könnten Sie das super nehmen? Dass wir da hinten um die Kurve sind. Mhm. Ich glaube, dann sind wir auf. Ja. Gut, ja, wie gesagt, die Absperrung, äh, Sie sehen, da, ne. Oder sage ich, ich trinke auch nur zuckerfreie Sachen. Also ich trinke, äh, nur Zero Getränke mit Süßstoff. Auch, weil so viele sagen, Süßstoff ist so schädlich, äh, ne, ist es, ist es, es ist besser noch als Zucker. Natürlich das Beste, was du trinken kannst, ist Wasser. Wasser trinken ist das Beste. Aber es ist doch in Ordnung, wenn die Absperrung stehen, oder? So, da kommen sie ja easy durch. David, nachher in den Mittwoch. Gut, ich klär das einmal ab. Sie haben es in die letzten Zauberstückstück gemacht. Also nirgendwo 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 nirgendwo, ne? Sonst stimmt die ganze sofort. Ne, ne, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Na gut. Stimmt die ganze sofort, alles gut. Also aber Maxi. So, informativ, ähm, die flüchten mit einem Fahrzeug, mit dem BMW. Ähm, ja, Nagelbänder sind die einzige Forderung, sind keine gelegt. Use your noodle, eat our noodles, waaas? Use your noodle, aah. Find the next position in the city. Use your moves and try our weapons. Duck rolls with all, was? Ähm, soll ich noch was auf Backup halten, oder? Takeaway orders, over 30 dollars. Quacking. Da gibt's, da gibt's einfach, ähm, Entenröllchen gibt's hier. Geil. Im Nudel-Exchange würde ich echt gerne essen gehen, aber leider hat der zwar offen, aber irgendwie auch nicht. Ähm, du könntest dann hinterher das Backup vielleicht nochmal mit dem Opfer oder so parallel dazu fahren, vielleicht. Ja, danke. Ach, Java, Java Update Coffee Shop gibt's hier. Ja. Auch schön. Ja. Ja. Oh, jetzt geht's los. Streetlife muss ich verfolgen. So, Streetlife werde ich gleich verfolgen. Oh, Hilfe! Wo war ich denn hier? Aua. Hä, wo bin ich hier? Ah. Streetlife, aber schnell. Beobachten. Dann werde ich die Geysen natürlich loslassen und dann fangen wir los, solange zieht's natürlich noch auf die Geysen. Perfekt. Jetzt geht's gleich los, Leute. Wir sind mittendrin. 1,21,47 geht los. Dann gibt's auch eine, fangen los. Die haben beide keine Weste, ne? So ich gehört. Doch, die haben Weste. So wie, der passt auf die Täter. Ja. Und dann hoch. Der Bré hat keine Weste, der Max. Die werden da, wie die Tankstelle haben. Ich werde ein bisschen viel verfolgen, aber wenn ihr da direkt hinwollt. Du schaffst, dass du schaffst, dass die Wendzeit nicht vor uns gefahren sind. Die dürfen nicht sofort wetten. Die dürfen nicht. Ja, aber ich meine, ich wäre dir bestimmt sogar losgeworden. Welche Admins haben Hase, Huhn und Ratte gespielt? Du kannst ja gucken, aber das Problem ist halt, das sind so viele, dass es... Boah. Das war auf jeden Fall Bagella. Bagella auf jeden Fall. Ich fahr kurz. Ich fahr so ein paar Meter so, ne? Und dann... Ich hab mich grad nur an Bagella, ne? Bagella auf jeden Fall, ne? Das ist das andere Wischbeinde. Ich glaub, war Frieda dabei? Ich weiß es nicht mehr. Das ist grad zu lange. Ich hab mich nur an Bagella, sondern das ist ja der Erste, der mich damit genervt hat. Der halt genervt, äh, gedings hat. Ihr braucht auf 3.0 Nudeln oder Schnitzel und Spätzle wäre doch geil. Du, auf 3.0 kannst du kochen. Da brauchen wir auf jeden Fall so Gerichte. Können wir auch nach und nach bringen. Aber ich find Nudeln auch geil. Nudeln mit Ente auch geil. Brauchen wir. Oder, oder, äh, koreanische... Also, also ich versuch jetzt erstmal mit Auto so viel wie möglich abzwingen und komm dann in die Haut. Oh, hier heißen die Dinger nochmal. Okay, lass aus. Ach, hier ist schon diese Nudeln. Kameras. Los geht's. Ich bin, also ich bin jetzt echt am, am überlegen, ob ich jetzt wirklich nur mit dem Auto flüchte. Hä, das ist weg. Beifahrer sind da ein paar reingestiegen. So, Jungs, wir fahren. 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 Jungs. So, Jungs, wir fahren. So, Jungs. Und, das hat, was, das sagt ihr für, das waren drei Highspits hinterher. Da fahren drei normale Kopfkarren hinterher. What the hell? Wie denn, das ist das, was ich hier. Ja, das kann es nicht mehr sagen. Ich hab so'n Schiss, dass der einen Unfall baut, ne? Dämmity one. Bin ich leider ehrlich. Eih, nichts gegen ihn. Alles okay? Wie ist der so schnell? Ich hab'n Kink für eine echt wichtige Info. Ähm, geil so informativ. Die sollen wohl auf uns schießen wollen, sobald wir hier auf uns dann, äh, hitten bei Skatebox. Ich bin jetzt durchs roten Parkhaus. Er glaubte die haben einen Hinterhalt. Der bittet ja grad von Verlust. Der wird's bitte mit Respond. Die Frage ob die einen Hinterhalt haben oder? Also irgendwas ich weiß es. Ich hab keine Ahnung. Weil die sind aus wie aus einer Street Gang. Ops. Aber die... ja ich... Ich bin immer am überlegen was die machen. Weil ich kenn die beiden jetzt nicht. Also die beiden sagen mir vom Namen Gornix ne? Ich weiß nicht zu welcher Fraktion sie gehören oder... Ja. Kann das sein, dass das die von der Lendenungsschieße sein war? Positiv. Auf die passen die Kennzeichen. Ach das waren die mit der großen Schießerei. Da hab ich mit Makrumpe gestreamt. Das könnten die sein. Da war nicht ne... Eine Street Gang war das unten ne? Die waren auch rot angezogen was ich weiß. Glaube ich halt. Also das müssten die gewesen sein. Irgendwie so viele Street Gangs. Uh. Oh. Oh. Da flippts ja fast alle. Oh. 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 Ich glaube, es gibt gleich Schusswechsel. Die sollten auf gar keinen Fall jetzt reingehen. Wenn die jetzt hier reingehen. Oh, ich hoffe, die checken, dass das ein Hinterhalt ist. Boah, Jungs, geht da nicht rein. Oh, ja, die kommt schon, die Bierkett kommt schon. Die wissen Bescheid. Jetzt geht es ja gleich ab, Leute. Jetzt sehen wir ja gleich ein Riesenschutort. Oh, Hopsi! Weg da! Oh nein, die steht ganz schlecht. Nein, was machst du, Mädel? Du stehst da unten ganz schlecht. Wir haben Highground. Wie in Fortnite. Das ist echt schlecht. Ich brauche hier ganz schnell der Gas. Oh, ja, das brauchst du. An ihrer Stelle soll ich hier wegfahren. Das ist ein schlechter Spot. Wenn du hier schießt und der kommt übers Dach, bist du weg. Ich will mir das ganz von oben angucken, aber es ist grad so. Oh, Alter! Ich muss da ganz schnell hin, Leute. Ich muss hier ganz schnell hin. Wir sind von uns auf dem Dach. Ich muss mir das angucken. Aufpassen, wir sind auf dem Dach. 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 Ist auch noch einer. Ja, er ist schlau. Er geht auf die andere Seite. Sie sollten vielleicht echt von da drüben schießen. Weil hier unten, das, das bringt sich nichts. Du bist direkt... Ja, hab ich mir gedacht. Hier unten bringt sich's gar nichts. Du bist weg. Entweder du gehst auf kompletten Abstand oder du gehst aufs Dach. Ja, ich brauche hier auch. Ganz schnell. Ich bin nämlich alleine. Der ist nämlich bewusstlos meiner. Link 59 Responding. Mein Auto ist weggespawnt und die Täter haben einen Kopfschuss geboren. Ja, sehr viele. Ist wirklich das Auto weggeploppt? Ja. Ja. Einfach so. Okay. Das Auto ist weggeploppt. Dadurch kann sich nicht einsteigen. Einer auf dem Dach. Drei bis zwei von denen waren. Wie gesagt, es ist weggeploppt. Informativ. Ihr wart ja die ganze Zeit diese Zeit, oder? Genau. Also ich war, wie gesagt, hier dahinter. Ich war drin gesessen und dann musste ich ja quasi nochmal einsteigen. Alles klar. Ja, die KPD ist aus dem Auchan. Was braucht denn irgendwo Unterstützung? Positiv. Äh, bisschen mit der... Hast du Notfallarmband ausgelöst? Ne. Okay. Passt. Ja, dann würde ich schnell mit Privatfahrzeug von Orden und mir ein Auto holen beim Gericht. Ja, freigegeben. Äh, die System 2 fragt in Absprache mit zwei Suburban-Pflegern. Positiv. Irgendwas er braucht. Ja, check. Ja, Frage, soll ich auch gleich mit Helm anfahren? Immer noch auf High Ground. Immer noch auf dem Dach. Oh. Zwei Stück auf dem Dach. Und da und das war's. Ja, da hinten, es macht halt hier hinten keinen Sinn. Am liebsten hätte ich es ihm gesagt, fahr doch hier weg. Aber ich kann nicht, ich kann nicht in SAP eingreifen und sagen, wir sollen hier wegfahren. Aber ich hab mir die ganze Zeit schon gedacht, hier hinten ist es dumm. Das ist die dümmste Location. Du kannst ja hier nicht hochschießen und die haben dich direkt im Blick hier. Guck mal. Entweder auf Abstand oder aufs andere Dach rüber. Schau mal, wie hier. Die machen das richtig. Die sind schön auf Abstand. Der hat jetzt auch falsch gemacht. Schau, der liegt hier auch auf dem Boden. Der hat's, der Brie hat's auch falsch gemacht. Auf Abstand mit schöne Sicht aufs Dach. Auf ganz entspannt. Oder hier auf das Dach. Er macht's hier hinten eigentlich auch richtig. Das sollten sie vielleicht mal schulen, ne? Mit Dächern. Aber das hatten die noch nicht so oft. Informativ, der Kollege Radar wurde im Auto erschossen. Die bräuchten mehr Einheiten draußen. Der Suburban ist da. Der kommt nicht an die Randkarte. Ja. Check. Wo das? Check. 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 Ja, 10-4. Enfantiv, Safety steht ein Block östlich bei so nem Laden auf Parkplatz für die Bewusstlosen. Ja, check. Ich hab nen Bewusstlosenkollegen. Ich weiß ja nicht wieso, weshalb, warum er bewusstlos ist. Okay, er macht's grad auch nicht. Also, er ist schon tot. Ich sage jetzt eine freie Einheit, die im Auto sitzt, die eine Weste hat, noch dabei. Victor 12 fährt da eine, ich bin auf dem Weg. Ziegewehr von uns auf dem Dach, so sind das alles Täter, die da hinten rumrennen. Das sind alles Täter, die da hinten rumrennen. Beide Blocks. Wo sind die? Ja, hab's gemerkt. Puh, wird heiß hier. Läuft 15 Euro später, aber nichts kommt, wird nichts eingeblendet oder was? Das gibt's doch gar nicht. Über was heißt ein Donate, über Tipi? Über Tipi streamen oder über YouTube? Das würde mich mal interessieren. Weil ich habe jetzt die Nachricht schon öfters bekommen, auch im letzten Stream, ganz komisch. Äh, Forti David für Victor 12. Einmal der Intentionente für die Beste. Ich bin hier auf dem Dach. Aber alles gut, ich habe nur eine bekommen. Das ist auch eine gute Idee. Okay, hier haben sie relativ gut Schutz, hier hinten. Victor 12 ist jetzt mit Suburban da. Das ist eine sehr gute Idee. Aber die merkt mich schon, glaube ich schon. Nee, den linken ab. Und die da hochkomme, super. Äh, haben wir Kollegen auf dem südlichen Dach? Positiv. Äh, kannst du mal bitte kurz Deckungsteuer geben, dann lade ich den Kollegen ein. Warte, wo seid's hier? Da kommt eine Birgit mit dazu. Naja, ich stehe halt hier mit dem Suburban schon in Deckung, aber dieses ist halt High-Germ, ne? Danke 56 jetzt auf Anfahrt. Lassst du ruhig schießen ansonsten, wenn man geht die Demosition aus. Auch schon über den Super-Chat. Okay. Das wurde nicht eingedämmt, da ist. Habt ihr noch mal'n Help-Venti für mich? Hab einen Kollegen, ich bring den zusammen. Die Volpis. Ach nee, ich muss das erst vorlesen. Die Volpis, das lese ich doch noch vor. Ich lese das alles vor, von unten nach oben. Äh, das sehe ich von die Volpis zum Beispiel. Schlechter Witz, kann man mit einem Tamponschreiben hinter Regis schon. Den kannst du dir auf die Wand kleben. So. Dankeschön an die Volpis, immer schön dabei. Blacky, heute Abend noch am Ercher machen. Ja, das lese ich vor. Amataka. Ne, heute nicht. Also heute werde ich nicht den am Ercher machen. Ich hätte hier ebenfalls noch mal einen Blick. Oh. Sind so wenige da vom PD, müsste doch voll sein, oder? Schauen wir mal. PCRD. Sind mir so viel PD da, oder was? Schreckenderweise sind die alle im Court drin. Die Marshals. Wir haben viele Marshals gerade im Dienst. Das ist das Problem. Die Marshals sind gerade nicht aktiv. Ja, ich hab ihn gesehen. Das macht es gerade schwer für's PD. Sehr schwer. Eleven David Frage, wo ist der Sammelpunkt für aktuell verletzte Ausgiftung? Ich fahr hin. Ich fahr hin. Ich fahr hin. Ich fahr hin. Genau, in der anderen Seite. Ich muss euch was sagen. Es ist, also das was die machen hier ist relativ fair. Mit dem Shootout. Die schießen mit Standardpistolen, und mit äh... Mit so einer MP mit einer kleinen, die ist nicht so stark. Also die machen das schon relativ fair, finde ich. Das ist schon, weil der SPD hat bessere Waffen. Für linke 56, aus welcher Richtung kann ich jetzt am sichersten anfahren? Pearl Street. Nordseite, ja. Er ist ja halt oben alleine, ne. Die müssten halt einkreiseln irgendwie. Die müssten von hinten von allen Seiten probieren zu schießen, weil dann tun sie sich schwer. Ja, wenn auch vielleicht schon mal von hier. Wenn sie es auswirft, von hier geht es, ja doch, von hier. Doch, von hier zum Beispiel. Wenn hier der Kollege nach hinten fahren würde, hier hoch, einer hier drüben, der andere vielleicht hier noch oben. Wenn der hier irgendwie hochkommt, wenn der sich hier ein Auto hinstellt, kommt sicher rauf. Dann können sie von allen Seiten probieren zu schießen. Also so einkransen einfach. Anders kriegen die da nicht runter. Also ich wüsste nicht, wie. Die müssten von allen Seiten angreifen. Von der Seite würde ich nicht, weil der Breler die ganze Zeit rumläuft. Ey, die haben gerade das Feuer auf die Air Rescue eröffnet. Ernsthaft? Was? Ja. Bist du da bei dir aufs Dach gekommen? Wo meinst du? Bist du das auf dem Gebäude hier gegenüber von denen? Ich bin hier auf dem Dach. Direkt gegenüber von denen. Wo kommt man da hoch? Äh, im Innenhof über die Balkone. Ah, check. Aber ich muss hier halt, ich kann nicht viel Deckung nehmen. Ich habe nur das da die Dachschräge als Deckung. Hallo, wurde auf euch geschossen? Ich war eben fast so. Hä? Wurde auf euch geschossen? Nicht, dass ich wüsste, wenn alle. Okay, dann wurde es im Funkfallschluss gegangen. Okay. Alles klar. Also ich wüsste nicht, dass wir Schluss hingegen sind. Nö. Alles gut. Ich habe also den Schuss gegen uns gemerkt. Und ich bräuchte hier ebenfalls nur den zweiten Officer oder dritten Officer. Hören Sie nicht auf die Air Rescue, weil ich habe es jetzt auch nicht gesehen. An dem Aktuell in 10-20? Ja, positiv. Ja, die 56 kommt dazu. Kommt jetzt nochmal Backup. Macht mal eure Seren bitte aus. Ich verstehe, was er macht. Aber ja, das ist schlecht, was du machst. Ganz schlecht. Das verstehe ich nicht. Er ist nicht kugelsicher, ne? Und er stellt sich hier in die Ecke, wo jederzeit jemand auf ihn ballern kann. Ich glaube, der überlebt nicht lang. Aber schauen wir mal. Daisy? Ja, 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 ja. Bist du noch intakt? Positiv. Heck. Gucken wir mal, ob er das überlebt. Ist er gerade ausgestiegen? Aber gut. Ist der lebensmütig, dass der hier steht? Jetzt ist er weg gleich. Pass auf, wenn er jetzt wegfährt. Der Kronenweg, fahr doch an der Kante weg. Der ist direkt über dir. Ja. Er wird weiter stehen. Wo soll ich mich hinstellen am besten? Ja, ich stehe die Kante rein. Ich bin erstmal auf Distanz. Fahr erstmal auf Distanz. Boah, ich fieber da mit. Fahr doch auf Distanz. Er hat doch gesagt, fahr auf Distanz, Bruder. Das ist doch keine Distanz. Da bist du doch, Fischfutter. Ja, da hinten hinstellen. Das ist gut. Ja, gut, besser. Kommt, komm mit. Triggert mich das gerade hart. Wir haben einen erwischt, einen erwischt. Beinahe bewusstlos, das ist gut. Oh, Not oder? Das ist vielzeitig. Warte, ich will kurz von TX die Ding sehen. Ja, dann sehe ich, wie viele Wunden die noch haben. Der ist ein bisschen angeschossen worden. Der hat nicht mehr viel Leben. Sie hat meine eigenen Dings, ne? Was versuchen die da hinten? Ich verstehe es nicht. Was versuchen... Wir haben im nordöstlichen Bereich auf dem Dach. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Person. Ey, das ist... Ich verstehe es nicht. Ja, der ist gleich tot da drin. Du sagst, was es ist. Der ist hier gleich tot. Zwei Personen, zwei Personen. Fahr doch, Bruder. Was... Was... Einer ist, glaube ich, da unten. Ja. Negativ. Der ist noch da in der Mitte. Da, wo die Bierkette steht. Was machen die? Was machen die da hinten? Was macht der Wagen da hinten? Ist er auch tot? Nee. Das bringt sich hin. Jetzt ist der... Der ist in seinem... Müssen Sie sich vorstellen, der ist in seinem gepanzerten Suburban draufgegangen da hinten. Ich weiß, ich beschwere mich gerade drüber über das taktische Vorgehen. Aber das ist doch... Da hinten kannst du doch nichts machen. Du stehst hier in der Ecke und machst nichts. Und wirst angeschossen im gepanzerten Auto. So, dass das Ding kaputt geht. Ja, der ist schon tot. Wir sind weiter drauf. Der ist schon tot. Der geht nichts mehr. Guck mal, da geht gar nichts mehr. Der ist eingeknickt auf den... Der zieht gerade seine... Der zieht ja gerade sein Burnout durch. Der ist doch schon tot. Jux. Das gibt es doch gar nicht. Mach mich das nett, Alter. Das macht mich so dermaßen nett. Die machen es richtig hier. Die wissen. Die wissen, wie es geht. Die machen es richtig. Schau mal, hier hinten. So viel Platz. Hier könnten sie sich alle draufstellen. Hier, hinter das Schulgebäude. Stellst du ein Auto hin. Kannst du hier hoch. Ich kriege die von hier nicht getragen. Aber doch nicht hier. Da hinten bewirkst du gar nichts. Was macht er? Die liegt am Boden tot. Da kannst du nichts mehr machen. Es macht keinen Sinn. Also, wenn sie in der Zwischenzeit nicht mehr geworden sind, sind es vier. Das sind noch zwei. Oh, regt mich das auf. Also, würde ich jetzt beim PD arbeiten, würde ich alle erstmal abziehen und sagen, alle auf die Dächer. Weil einer ist ja Flöten gegangen schon. Oder auf Abstand. Und sonst keiner mehr in die... Hier, weißt du, nicht mehr hier hinstellt. Es ist noch einer hier, wo das Fahrzeug steht. Warum sind da jetzt noch welche? Was wird das? Da muss nur einer drüber sein. Jetzt fällt der da doch rein. Jetzt ballert der da volle Kanne drauf. Pass auf. Ich weiß nicht, was das wird. Kaffigränzchen hier hinten. Auch wenn das den Kugel sicher ist. Schau, jetzt steigt der aus. Das ist schlecht. Jetzt steigen beide aus. Achso, sie wollen sie retten. Deshalb. Ja, gut. Wo uns war der? Jetzt verstehe ich. Sie wollten sie retten. Positiv. Das hätte man doch schneller machen können. Das hätte einer gereicht. Die fliegt hier wieder rum. Flupp, flupp und ein. Nein, die Olga. Ich beschwere mich gerade. Ich beschwere mich gerade so dermaßen. Ich dachte nämlich, was macht der da hinten? Die wollten die retten. Dann habe ich nichts gesagt. Die wollten die nur retten. Okay, der ist down am Dach. Das ist sehr schön. Ähm. Gerettet ist sie. Das werde ich halt nicht ganz verstehen machen. Wo was der gemacht hat. Aber die müssen sich. Theoretisch müssten die sich jetzt. Sie rauslassen und aufstellen. Ich glaube, sonst wird das hier nichts mehr. Weil die haben nicht mehr so viel. Schau mal, die haben auch nicht mehr so viel Weste. Wenn die sich jetzt richtig aufstellen, sind die alle weg. Aber stellt sich gerade mal. Also, und jetzt aufs Dach von denen zu kommen, wo der erste war, wo der down ist. Wo seid ihr? Was macht das? Wenn auch beim Gebäude ging. Da ist auch noch einer drin. Ja, schauen wir dann von hinten drauf Sachen auf. Schauen wir mal. Mit Rum bestirbt er gleich. Da gebe ich dir recht, ja. Vielleicht, weißt du, ich sehe es ja auch hier von oben. Also, ich bin mit Rumpe, musst du aber vorstellen, kein taktischer Spieler. Überhaupt nicht. Mit Rumpe bin ich, entweder ich schieße oder ich schieße nicht. Entweder ich gehe in alles rein, oder ich verstecke mich. Eins von beiden, da gibt es keinen hin und her. Wenn ich aber PD spiele, schaue ich sehr wohl, dass ich sehr taktisch agiere. Also, mit Sven bin ich lieber auf Abstand, dafür mehr sicher. Mit Rumpe bin ich mehr draufgänger. Man muss natürlich die zwei Charaktere unterscheiden. Eine Rumpe ist entweder draufgänger oder die versteckt mich komplett. Weil, mit einer Rumpe bin ich immer in Schuss gefecht. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch immer Pech. Ich kriege immer die Kugel als erstes. Von allen Leuten bei 1 zu 7, wenn wir in einem Shootout sind, kriege ich meistens direkt die Kugel. Das ist halt auch mit Pech und so verbunden, ganz klar. Aber dass du dich halt hier niedergeschossen wirst, hier am Hausdach, das würde ich auch, glaube ich, mit 1 zu 7 nicht machen, wenn ich weiß, hier oben stehen Leute auf dem Dach. Da würde ich auch selbst mit einem Rumpe nicht reinfahren, hier oben hin, mit nieder am Dach stehen. Das meine ich halt, ne? Weil das verstehe ich nicht. Weil wenn du neben dem Dach stehst, hier, ne? Da bist du weg. Die sehen dich von oben, du siehst sie aber nicht. Oder war es das, ne? Und mit Rumpe gehe ich oft drauf, aber AP ist halt, wo entweder du hast Pech oder du hast auch Glück. Und mit Rumpe gehe ich halt manchmal auch wirklich Risiko ein, was ich mit dem Pediccia nicht so mache. Oder eher weniger. Ja, positiv. Aber schau, was ist, ich frag mich halt, was ist sein Auftrag? Der steht schon seit einer Stunde in der Ecke hinten. Und ich weiß nicht, was sein Auftrag ist. Ich verstehe es nicht. Einer ist noch da. Schau mal, er geht ja gegen die, gegen die, gegen die Dinge. Der ist auf dem nördlichen Dach. Was ist sein Auftrag heute? Ich hab da für in von uns Sichtkontakt. In der Zeit, wo der da hinten steht, hätte er sich da oben verbaritieren können. Hinter dem, schau mal hier. Guck mal, wie viel Platz du hier hast. Hier hat die Deckung. Wie viel Platz? Und da ballerst du rüber. Bisschen mehr, bisschen mehr, ähm, taktisch hier werden. Bisschen mehr Taktik. Die, die hier oben auf dem Dach waren, haben es richtig gemacht. Zwei Leute. Auf der Höhe, auf dem Dach oben. Da, wo die Bäume sind. Die Fünferreihe. Schauen wir mal, was sie jetzt machen. Ich bin gespannt. Da in dem Bereich. Rumpen ist doch kein Draufgänger. Ach so, überhaupt nicht. Nein. Ich hab ja gesagt, Rumpen entweder verstecken oder Draufgänger. Eins vom Bein. Ähm, aber mit Rumpen hab ich schon sehr viele Aktionen geschoben, wo ich einfach rein bin und, äh, wir geschossen haben. Äh, krass ist, die Aktion, die wir durchgezogen haben, war ja die Aktion, wo wir, ähm, kommt man von dem nördlichen Teil irgendwo hoch, wo wir die Bank gemacht haben komplett und das ganze BD an dem Tag ausgelöscht haben. Da haben wir richtig, also da haben wir scharf geschossen. Da war sehr viel Action-Smackt schon. Auch die, die, äh, ich sag mal so, die ersten Kriege, die wir hatten. Die ersten Fights mit dem Kartell, die waren sehr intensiv. Kommt mal mit zu mir. Da waren wir auch, da waren wir auch direkt vorne mit dabei. Da, wo wir uns immer quergestellt haben oder geschossen haben. Das waren schon geile, äh, Sachen, die wir gemacht haben. Der ist im südlichen Teil von Gebäude. Das macht, also, also, die, da kommst du ja zu sowas gar nicht. Zu solchen Sachen. Dass du dich querstellst und dann mit geschossen. Ah, von der Ecke. Also, mag Rumpath schon seine Sachen, nur, es ist jetzt derzeit ein bisschen abgeflacht, weil es derzeit nicht so viel gibt zu machen, ne? Es gibt derzeit keine Kriege, wir haben nichts Großes geplant gehabt, so, so Sachen halt, ne? Sind vom Schießen ein bisschen runtergekommen. R2-1097 Informativ, drei Täter oben auf dem großen Dach, ansonsten noch zwei Täter auf dem südlichen Dach. Oh, Jungs. Südlich sind wir, sind zwar dran handelnd. Seid ihr zu zweit? Das wird übelst, finde ich. Ja, weißt du, was halt auch das Problem ist? Ja, dann haben wir drei Täter. Wir mussten uns so ein bisschen, wir müssen uns so ein bisschen zurückziehen, was das betrifft mit Schießen, weil, weil es teilweise zu viel wurde. Das kriegt aber ihr nicht, das kriegt ihr nicht mit, dass es, wenn ich nicht im Stream bin, geht ja natürlich bei 1-7 auch die Diluzi ab. Und wenn dann schon so Sprüche kommen aus der eigenen RLO-Community, dass sich 1-7 zu einer Gambo-Fraktion entwickelt, musst du halt auch einen Gang zurücklegen, ne? Weil das ist das allerletzte, was ich will, was RLO wird, irgendein Gambo-Server, wo nur noch geschossen wird und überhaupt kein HP-Wer gespielt wird. Und dann muss ich halt auch einen Gang zurücklegen. Aus dem Grund, ich weiche mit Mark Rumpel jetzt derzeit eher aus, als dass ich angreife. Wir sind im Norden, wir sind im Norden, die Fahrt jetzt mit dem Auto weg. Das soll man auch nehmen. Ja, fliehen mit Maybach in südliche Richtung. Das kann Maybach, nur so Badur, ne? Fahren runter Richtung Kanäle. Also sind sie aufs Satteln, Jungs. Bist du noch dran? Wir drehen jetzt hier auf der, äh... Oh, die steigen aus. Oh, das wird, das wird schlimm. Die sind jetzt am Stadion, springen runter Richtung Kanal. Der ist gestorben! Einer sitzt am Spiel, zwei sind noch oben. Ist nicht sein Ernst! Stopp! Ist nicht sein Ernst. Sind jetzt alle gebrochen? Oh, der nächste, der gleich fällt. Der nächste, der gleich dauernd ist. Schieß, Jungs! Jetzt können sie nicht, jetzt sind sie jetzt im Zigearsch. Irgendwann ist es auf die andere Seite. Aber sie sehen sie halt nicht, ne? Ach, Kacke! Welche Richtung? Richtung Westen. Richtung Westen. Genau. Ja, die laufen da Richtung Westen. Boah, jetzt haben sie sie. Jetzt haben sie sie. Die David Einheit. Jetzt war es das für die. Jetzt sind sie weg. Der kommt jetzt, die zwei Leute, kommen jetzt den Gang hoch. Direkt zu dir. Oder auch nicht. Immer noch zwei Täter. Einer wüscht. Hopps, komm! Hopps, den kriegst du! Hoppsi, nicht sterben! Nein! Hopps down, hopps down! Jetzt holt euch den, der ist doch da unten. Jetzt läuft er wieder unter die Brücke drunter. Hopps, nein! Aber Hopps hat den weggeholt. Wie viele Polizisten brauchen wir jetzt zu töten? Drei. So, was ist denn da mitgezählt? Oh, nee! Der letzte unten. Fluchtfahrzeug demobilisiert. Oh, der eine noch! Der muss unter dir in der Brücke sein. Jetzt geht's los! Der muss unter dir in der Brücke sein. Oh, der muss unter dir in der Brücke sein. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Wenn der den jetzt nicht kriegt, Jungs, aber der auch nicht. Der läuft jetzt wieder Richtung, ähm... östen rüber. Den Kanal lang. Genau, die David-Einheit. Genau, richtig. Boah, der ist sowas von down gleich. Jetzt genau parallelst du euch. Oh, ja. Holt euch ihn. Holt euch. Holt euch. Jetzt muss er aber. Der läuft, äh... Holt euch hinten an dem Parkplatz. Wir können einfach weiterfahren. Fertig Kontakt. Out of range. Vorsicht, der hat sich rechts jetzt verschanzt. Rechts zu nehmen euch. Ne, der kommt da. Der läuft jetzt wieder unten lang. Der geht hier hoch. Der ist jetzt auf der Straßenseite. Kommt noch nicht hin. Ah, Wazel schaut auch mit. Ja, aber R1 hat sich Kontakt. Aber was ne geile Action, ey. Ganz hoch auf die Brücke. Richtig geil. Ja, fehlt deshalb 1 zu 7. Wenn ich stream halt, ne? Ich find... Äh, schießen sollte man halt wirklich erst dann, wenn es wirklich das letzte Mittel ist. Find ich halt, ähm... Ja, der läuft weiter oben auf dem Parkplatz lang. Ihr könnt einsteigen und rumfahren. Und deshalb... Da muss ich ja ein bisschen Druck nehmen. Außen Parkplatz oder über dem Parkplatz? Auf dem Parkplatz. R1 wird beschossen. Es sind halt nicht mehr viele Kollegen da jetzt. Ah, da kommt nochmal die Biercat. Wenn er es jetzt richtig macht, haben sie den gleich. Direkt rechts von euch. Oh, jetzt war es das. Jetzt war es das. Er kommt von hinten. Jetzt war es das. Das ist es. Jetzt war es das. Oh, der war Sneaky, Alter. Aber ey, GG jetzt am Ende noch. Das war jetzt geil zu zugucken. Das war es für die Gang. PD ausgelöscht. Aber auch, ähm... Die Gang komplett darin ausgelöscht. Aber es waren 4. Also dafür, dass es 4 Leute waren. Das waren wirklich nur 4, ne? Mehr waren es ja nicht. Waren die wirklich gut. Für 4. Die haben das... Ich glaube, es war keine Ahnung. Komm mal hier. Ne, 5 waren es. Da ist noch einer. 1, 2... Das war mein Favorite. Der ist runtergefallen. 3, 4... Ja, 5 waren es. 5. Für 5 Personen war das schon nicht schlecht. Aber PD hat heute gut gemacht. Und dann hier oben nochmal am Suburban ist nochmal 2 von uns. Also für 5 Leute so viel PDler wäre schon... Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, mit welchen Waffen die geschossen haben. Ihr habt gesehen, die haben mit Pistol und mit Tech-9 geschossen. Das ist nichts Gutes. Die sind nicht so OP. PD hat ja M4 und alles. Und die hatten nur Pistol und Tech-9 bei sich. Also die waren halt nicht schlecht. Die waren gut. Und alle, die jetzt noch auf den Beinen sind, bitte ihren P-Cat-Wartus aktualisieren. Wirklich krank. Ich sag nichts, wenn da 1 zu 7 oben stehen wird. Wenn da P-90 oder so, oder mit M4s bewaffnet oder A und Gs. Aber das... So viele Werkpolen mit solchen Waffen ist schon krank. Hier hinten liegt noch auf jeden Fall ein Täter an dem Hotelblock. Echt krank. Jetzt kommt aber dann gleich hier... Jetzt erst mal ist aber keine Aktivitäten mehr. Alle AFD wieder zu. Die müssen nach 1 zu 7. Ja, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, die sollten ihre Streetgang beibehalten. Einer ist auf jeden Fall noch flüchtig, aber im Moment kann keinen sich verletzen. Ja, genau sowas brauchen wir, finde ich. Auch eine Streetgang, die auch hier in der Grove Street ein bisschen anlässig ist. Das ist etwas, was wir brauchen. Das ist etwas, was wir für 3.0 ganz groß auf den Plan geschrieben haben. Da ist mir lieber, dass die sich eine eigene Fraktion machen. Dann können wir hier zur Landung gehen und den einen Suspekt einmal wiederbeleben. Das ist ja auch dann 3.0 irgendeine Gang übernehmen können oder so. Man sieht ja, wer gut Streetgang kann und wer nicht. Und die können auch schon ganz gut. Da stellen sie sich auf. Schaut, da werden die Leute schon verarzt. Ja, wo haben wir gelandet? Boah, GG. Wir laufen David mit einem verletzten Officer und einem verletzten Täter. Auf der Sammelstelle. Ah ja, und ich hoffe, es besperrt sich jetzt nicht irgendjemand, dass ich da so mich insgeheim drüber aufgeregt hat, dass hier unten Leute stehen und so weiter. Ich habe einfach nur Hardcore mitgefiebert, ja. Ich will gar nicht wissen, wie das aussieht, wenn ich Scheiße baue und mich überhaupt Lost anstelle und jemand über mich drüber fliegt und alles in Sicht hat, wo was ist. Und der sagt mir dann die ganze Zeit hinten und denkt sich so, oh, wie dumm ist der denn überhaupt? So ist das nicht gemeint? Ich fieber einfach übelst mit. Wo ich mir dann oft denke, weil ich halt das sehe und der sieht das vielleicht nicht, dass da oben viele stehen und dann steht der hier unten und ich fieber halt mit und mache hier mein Ding. Ist auch Unterhaltung. Ich hoffe jetzt so nicht, dass sich irgendwer jetzt angegriffen fühlt, dadurch, dass ich hier gesagt habe, warum stehst du da hier unten? Also das ist nicht mal Matt gemeint. Ich bin einfach ein typisch Fieber, gern bei sowas mit. Und ihr kennt das doch selber auch in TV-Serien, wenn irgendwelche dummen Sachen passieren und ihr denkt euch, oh, das ist so unlogisch, weil ihr wisst ganz genau, was passiert, wenn er das macht. Und so fieber ich hier auch mit Gefangenen im Fieber-RP. Schön zum Anschauen, ne? Richtig schön. Muss man auch dazu sagen, weil viele denken so, ja, der gibt jetzt eine Kritik ab. Aber es ist nicht mal Kritik, ich fieber nur mit. Ich fieber nur mit. Wie ein Horst, Alt, Richard. Im Kanal oder der großen Brücke, wo der andere nachher stupfen gegangen ist, war der andere noch unten drunter, aber dann ist er, denke ich mal, stupfen gegangen. So, schauen wir mal, was die anderen machen. Jetzt kann ich das wieder mit TX ausmachen. Äh, keine Namen anzeigen. Passt. Äh, mein Auto ist weggespawned und die Täter haben, also das habe ich ja gecleared, genau. Passt. Ihr wisst meine Moments, ich hatte ja auch schon meine Lost Moments. Ähm, wie gesagt, ich will nicht wissen, was ich für Fehler mache im RP, das ist natürlich ganz normal. Aber man darf ja mitfiebern, als YouTuber. Als YouTuber. Hast du wieder gestartet? Schauen wir mal, was die Leute machen sonst. Ah, im Knast ist er immer noch RP. Ist er doch immer da drin, der Brie? Ich würde so lachen, wie der da immer noch hinschillt, aber ne, die sind schon weg. Das wäre jetzt echt etwas lang gewesen. Und wie hier ist was los? Ah, da ist BMW, guck. So anscheinend jetzt, dass alle rauskommen, ob man schon wer da ist. wenn ich ihn gut versteckt hatte, haben wir ihn nicht irgendwie gefunden. Äh, Arthur hat noch einen Suspect gefunden. Das nächste Mal nachden. wenn ich irgendwelche Leute suchen, schicken, kann nicht alle Informationen vorliegen. Check. Ähm, im ersten OG sozusagen. Mal ganz kurz. Ich kann es mithören. Ich habe davon ausgegangen, dass alle Informationen waren. Wenn mir nur diese Informationen zugetragen wurde, im Nachhinein nichts noch dazu kommt, gehe ich davon aus, dass das alles ist. Das war dann auch mein Fehler, ja. Erich fragt, wieso darf ich die Heli dort haben? Die dürfen überall notlanden, wo sie wollen. Das dürfen sie. Danke, Erich, also sieben. Ich hätte mir jetzt alle Informationen zusammengesucht. Hast du denn Informationen, dass ihr die bitte zusammengesucht? Hä? Ey. Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Ja, fahr von Jasmin weg, sonst klappt das nicht. Was macht ihr? Passen. Ich springe. Ich springe jetzt noch. Du später. Ja, tschschsch. Gibt's? BW? Was geht euch? Wir reden gerade über die Aktion, um state bussen. Aha. Und ich sag's so, wenn es ja irgendwen anscheinend hier nicht so gepasst hat, dass wir das machen, dass man sich schon dazu holt, wieso sagt man das nicht einfach, davor im funk wie sagt man nicht einfach vor im funk nee lass das mal ist doch unnötig habe ich auch nichts von gehört das hat ja auch absolut keiner mitbekommen erst als dann hieß ja ihr seid da drinnen irgendwo da sondern erst die leute her gefahren ich mach hund rps recht hab ich bock drauf hat er gesagt muss ich machen nee wie ging das nochmal was muss ich noch mal machen dass das richtig funktioniert irgendwas muss ich machen kleidungsmenü ich glaube oberteil ne ja tatsächlich das war's ich mach hund rp ja aber wieso kommst du da nicht zuerst auf mich zu es war ja nicht nur ich wann ja dann ja und einfach unnötig fanden sieht mich irgendjemand ich meine ich hatte nicht mal wirklichen hintergrund gehabt wenn wir ehrlich sind weil die mädels kam ja eh bald raus das gefühl mich sieht niemand was ich generell nicht verstehe ist wieso regt ihr euch über eine solche aktion auch wenn ihr im endeffekt überhaupt nichts damit zu werden würden und wir würden das so zu machen sagen jetzt einfach nur amelie jasmin und ich machen das dann würdest du es wird sich nicht jucken sollte so einen scheiß machen so lange schon von uns gefährdet da habe ich mich da bin ich halt anderer meinung keine ahnung also wenn es so was ist wie das was wir gestern hatten dann vollkommen fallen wenn sich da andere leute darüber aufregen aber in dem fall haben wir ja nicht mal irgendeinen arsch und euch riskiert also klar ihr könnt die aktion unnötig finden vollkommen richtig aber ihr hättet genauso alle erst mal auf mich zukommen können ich habe im besucherraum du hast mich dort gesehen ich habe gesagt findet ihnen doch erst mal du kannst aber auch stehen bleiben und sagen ich möchte kurz mit dir sprechen okay also schuld rumschieberein bringt jetzt halt auch nicht beschrieben doch keine schuld rum ja doch du sagst mir erst hast du mir gesagt ich hätte es ja gewusst am telefon und jetzt hätte ich ja mit dir reden können da und da also ich sag dir ehrlich olivia also ich weiß nicht wieso aber irgendwie denkst du immer dass leute versuchen irgendeine schuld rumzuschieben war ja vorhin war ja vorhin genauso ist eben leicht soll nein ich versuche überhaupt keine keine schuldung wo rumzuschieben also schon ab edins popo sollte ist so ein süßes zu drecksköter oder schlacht ich ab ob er sollte sie weiß ja nicht was ist eh den seiner ich habe ja aber schon als angeweistigter auf das gesuchten soll ich habe einfach nur gesagt zu ihm aber ich habe nicht gesagt sollten suchen als pizzer das habe ich einfach nur so gesagt ja eben und dann hältst du dir man hört es wenn ich das als dies zu sagen oder wenn ich es normal sage ich auch als man gegen diesen unterschied in meiner stimme weil wenn ich es ist da drin auch jemand der therapiehund überhaupt drin ist also die ansage von ihnen die hat ihr habt schon wehgetan jetzt das ist schon sehr wehgetan das warte oh hallo die orangen verarbeiters voll aha dass die orangen so so toll ausgehen ne ich mach mal ich mach mal hier einen auf hundi schreien jetzt machen alle cash durch die orangen ein wuffi ein wuffi gute nacht schnallt das wuff wuff ich glaube mit wuff wuff lockt man keine hunde an nicht? soll ich einen orangen geben? vielleicht steht er auf orange? dann versuch es mal vielleicht eher mit einer salami pizza beziehungsweise versuch die salami von der pizza zu kratzen warte oder ich habe auch noch ein bisschen kusch ich kipp ihn einfach auf kusch nein spaß aber ich probiere aber ich kipp ihn mal guck mal reich ich hab den hund jetzt mal eine schinkenpizza hingelegt ok scheint zu schmecken wunderbar perfekt alles richtig gemacht ja ich hätte sonst gebissen mit einer orange gegeben also hätte er mir jetzt eine orange hingepackt ich hätte ihn direkt gebissen soll ich eh den beißen? schon lustig aber also noch mehr hass auf den hund ja was ist oh die sind sicher am kochen oder? schau mal 100 pro köcheln die da also wenn ja natürlich guck ja wenn die nicht kochen wer weiß da was hier los ist natürlich kocheln die der karl schmidt aber das ist genau mein spot schau mal jetzt köcheln die da zu dritt keinen juckt's ich koch hier einmal polizei kommt das kann's doch keinem erzählen jedes mal alter so eine reaktion jedes mal einfach das gibt's doch gar nicht die kochen hier ist ja schon länger boah wir könnten hier als spürhund arbeiten da ist ja richtig viel los hier hinten oder als äh wie sagt man ey bruder hier ist was los ich bin ich bin der ich bin der amr hund zur psychischen unterstützung ja auch das wund oh gucke wuck und kutzig und und oow uuh scheiße wann äyo frisk ist das dein hund ist das dein wolf ist deutsch oder wo ist frisk äyo parker ist das frisk sein hund und er bekommen habe waren die halt oben auf den dächer an in der ersten zeit und deswegen also hätte das anders machen müssen er den airstrike anfordern müssen genau folgende koordinaten ich will nicht wissen was du mit ihnen angestellt hattest ich hab franz seine hand voll gepisst so ein fein blauen augen was beißt doch nicht in den nüsse oder hat er franz gebissen mich hat noch nie ein hund gebissen oder doch der mobster der komische der kleine mobster was hat franz für eine id das ist zu sein franz hat die 569 mich hat noch nie ein hund gebissen im pop ist rein aber ganz schnell ich hatte noch nie ein ganz stolz voller stolz und des kaputt ist auch untergefallen ist ich könnte mir natürlich auch als hirsch ausgeben natürlich auch eine super tolle möglichkeit und ich könnte mich auch als wahl aber dann dann crash glaube ich weg was gibt es denn alien space die ganze chat schreibt edin beißen please aber edin ist doch gar nicht mehr da er schießt mich ab oder wie soll ich wirklich machen alter aber dafür aber dafür kriege ich dann was ne dafür krieg ich dann einen einen orden bitte vor mein dach gelegt vor mein hunde dach ja verpiss dich du dummer drecksköter ich wette ja 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 ich bin weg wupf ja 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 naja ja ja Was ist der Hunde? Was ist das eh nicht von der ID? Die 426 Oh war das schön, ah das war Gib mir mal ne Waffe Das hat nichts mit unserer Hundebande zu tun, ich hasse diese 6 Kröte aus Gib mir mal ne Waffe Ich glaub für heute ist Edelner Tag gelaufen, ich glaub das wars für ihn Wenn ich mich angerammt kam und einfach so random in Poppes rein Ach der Arme, ja gut, ich wurde gezwungen Ich hab mich gezwungen Hier dein Orden, Dankeschön, Ontelmonke hat mir ein Orden gespendet, Dankeschön, vielen lieben Dank Flo07, Corvette C8, Stingray wäre nice Highspeed für's PD Die finde ich übelst hässlich, die hat mir mal drin Aber allem sich dagegen entschieden, weil die übelst hässlich ist Also haben wir sie dann doch rausgemacht, glaube ich, auf 3-0 war das Da hatten wir die mal kurz drin Wenn nicht, wir die sogar auf 2-0 drin haben Death Moonlight Wolf Dankeschön fürs 11. Mal resubben Kingshill One Weißt du zufällig, warum meine Nachricht im Live-Chat nicht angezeigt werden? Da müsstest du entweder gebannt worden sein, permanent von jemandem oder ich weiß nicht Ähm, aber eigentlich ist das nur so, wenn du halt einen Perm-Ausschluss hast Weil ein Perm-Ausschluss ist nicht alltäglich Das passiert nur, wenn du wirklich viel Kacki im Chat baust Kann aber auch vielleicht, oder ein YouTube-Bug könnte auch sein Dass wieder YouTube irgendeinen Bug hat und wieder nichts funktioniert Ähm Blacky, Entschuldigung, Autokorrektur Tacher Ja, perfekt Hungriges Brot Wann kommt wieder ein Police-Stream mit Andel? Ist mega sympathisch, auf einen entspannten Stream von 39 Minuten Mit Andel zusammen, hätte ich mal Bock, aber mal schauen Mal schauen, was sich so ergibt Sind ja immer noch hier am suchen, ob hier wer oben ist Aber da ist doch nichts mehr Die haben alles abgefarmt hier, ja Habe die Autos stehen hier noch Prast Und hier halt Großeinsatz, bitte Die haben hier eine richtige Kommandozentrale aufgebaut Ich bin immer auf der Suche nach Fox Er ist heute echt nicht da Alter, im Arm ist ja überhaupt was los Sag mal, sind so viele verletzt jetzt? Matze beißen, wäre auch lustig, ja Alter, da ist was los Schau mal, hier die Tür, die ist offen Wir haben sie sogar offen gelassen Ach, die wird jetzt eingeliefert, deshalb ist ja so viel los, ja Und oben ist, ja, gut, da liegt jemand Im geschlossenen Bereich Ich hab ihm gesagt, wie zu lernen, wie zu essen So Ja, sie ist da Oh, oh, da ist ein Tog da oben Hallo! 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 Hallo da! Aber es ist kein Papier, es ist ein... Crouch A Crouch? Was? Husky Das ist ein Husky, oder? Das ist ein Süßer Ich habe ein... ...Living Chick Ich habe einen Pd-Mann in Spritz geschrieben Du... 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 Du bist aber ein Süßer Kommo... Du... 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 Du bist ein süßer Ich mag ihn Hallo! Ich wollte mal fragen, ob die vielleicht... Kannst du mit der Auskunft gehen? Pfff! Ja, du bist ein süßer Hund. Oh, ja. Ein wirklich süßer Hund. Das ist der Sound der Spende. Ich kann den Arm gehen. Oh. Äh. Ich... Ich... Ich denke... Ich denke, er möchte dich auch. Ich denke, der Hund möchte dich auch. Er ist ein Weedie, ist er? Okay, dieses Englisch, das cringet mich schon hart an. Ich gehe jetzt mal, aber ganz schnell. Ähm, dieses Englisch hat mich sehr angecringet von der Seite. Deshalb, ja. Gibt es das L, A, D, W und P noch? L, A, D, V, N, P, was? Ja. Meinst du diese, äh, du meinst die Stadtwerke, oder? Da bin ich gerade blöd. Das Thailand M 72. Könnte man Stadtwerke ein bisschen beschäftigen mit einem Szenario. Könnte man, könnte man eigentlich machen, ja. Äh, riesengroßer Straßen auf Ries. Nein, weiß nicht. Ähm. Mal kurz hier. Set Pad. Hm. Nur dir noch, ne? Na gut. Hoppala, meine Weste. Wir könnten schon Leute beschäftigen, wenn wir das wollen, ne? Aber die Frage ist halt, was sollen wir machen? Der UFO ist halt blöd. Irgendwas realistisches. Ähm. Was könnten die Stadtwerke machen? Bitte putzt hier das hier, was, sieht kacke aus, oder so? Ich weiß ja nicht, was du... Wir haben halt jetzt keine Scripts für Stadtwerke so richtig, was ich aktivieren könnte. Stromausfall, aber das ist halt... Das passiert halt so, ne? Von den Stadtwerken aus. Wie gesagt, Stromausfall mit Blackout kann halt nur ich machen, aber das bringt sich halt nichts. Das muss halt, das muss halt random passieren, ne? Dass die das wieder einschalten können. Ja, Stadtwerke ist da auch immer blöd. Wasserrohrbrauch. Auf was die Leute mal kommen. Tornado, Wasserrohr, Titanic-Unfall. Wir haben halt wirklich... Wir haben halt wirklich eine Driveable Titanic drauf. Ich kann die mal... Start, äh... Hier ist das Ding, äh... Addon... Titanic müsste das sein, ne? Ja. Von dem war das größte Schiff. Ich meine, wer jetzt schon gesehen hat, bei Marius im Streamen ist krank, aber... Ich glaube, das ist eine der größten Sachen, die du spawnen kannst. Das ist halt riesig, ne? Dieses Teil hier. Das ist so riesengroß. Und das... Du kannst damit halt fahren. Das ist halt krank, dass das möglich ist. Schau euch das Teil mal an, bitte. Ich fahr damit einfach. Auf ganz entspannt. Es fährt aber auch nur 28 kmh, was ich ein bisschen schade finde. Können wir da Nitro reinballern? Titanic mit Nitro... Ja, wenn das funktioniert, dann... GIF-Item 6... 3... 8... Nitro 2... Ey, wenn das funktioniert, dann lache ich. Wenn das... Kommt das, glaub ich, hier oben raus aus dem Schorn? Ne. Ne. Auch nicht erwartet. Äh, funktioniert auch nicht wirklich. Ne. Also, NOS funktioniert an Booten überhaupt nicht. Ich lenke mal ein. Tuning-Chip. Genau. Oh, ich glaub das funktioniert sogar mit Tuning-Chip. Oder kommst du dir so vor? Wie komfort Tuning-Chip funktioniert? Also beschleunigt schneller. Wartet mal. Von, äh... 3 bis... So, ich bau den... Ich bau den mal aus. Tuning-Chip. Ne. Funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht. Bei Booten geht halt gar nichts. Ähm... Ich möchte jetzt nicht irgendein Szenario nachstellen. Ich möchte hier einfach nur umdrehen. Ist das möglich? Hier vorne ist so ein Keil irgendwie. Ich will jetzt nicht unbedingt, äh, rein mit dem Teil. Geht sich das aus? Ja. Jetzt geht sie nur aus. Ja, 28 kmh, Bruder. Schnell. 30er-Zone. Wir könnten sonst, äh, Titanic, ähm... Bootsfahrten anbieten. Aber das Problem ist, das habe ich schon mit Marus probiert. Wenn du hier... Warte, ich kann das mal stoppen, das Teil. Also das Ding ist ja riesig, ne? Aber wenn du fährst, dann haut es die Leute runter, leider. Von, vom Schiff. Gibt euch mal bitte, wie riesig das Teil einfach ist. Das ist halt... Life-Size. Also so groß, wie sie halt wirklich war. Bitte merkt euch das, wie... Wie lang es dauert bist du vom... Von ganz vorn... Ich bin nicht immer von ganz vorn. Ich bin von der... Der vorderen Hälfte, sagen wir mal, bis nach hinten. Schnell das bitte an, wie riesig. Das ist unglaublich riesig. So, und hier... Genau, hier war ja der, ähm... Ah! Hier sind die... Die Kräne sind das. Die elektrischen Kräne, die hier sind. Die Teile. Ähm... Da kannst du hier sogar hoch. Oder auch nicht. Ne, da kannst du glaube ich hoch. Das war glaube ich dritte Klasse, ne? Hier hinten. War das dritte Klasse? Ja, ich glaube ganz hinten konntest du mit dritter Klasse deine Aussicht hier genießen. Ähm... Das war... Zum Rangieren oder so. Glaube ich. Ähm... Weiß ich nicht. Kenn mich da nicht so aus, warum das auch da ist. Äh... Da geht es hier mal runter. Man kann auch reingehen. Also... Wollt ihr, dass wir hier mal reingehen? Ich... Vielleicht haben es ein paar schon gesehen, dass das geht. Aber das hier müsste... Ja, zweite Klasse ist das hier. Ich muss so glaube ich meinen Limiter wieder auf 60 stellen. Weil hier meine FPS so hoch sind. Dass OBS nicht nachkommt. So, jetzt ist... Ein bisschen Framerate ein bisschen besser. Man kann hier sogar runter gehen. In die zweite Klasse Abteil. Ah, hier geht es nicht mehr weiter. Ähm... Ja, was... Ah, hier. Genau. Ja. Sieht jetzt... Ähm... Finde ich hier nicht so geil aus. Aber wie komme ich hier wieder raus? Hilfe? Ich bin gefangen. Guck mal hier raus. Auch nicht, ne? Ne, ich muss nach oben wieder. Na, komm. Oh, dankeschön, Manuel Redcar. Vielen, vielen Dank. Äh, Liebe und Gruß geht raus. Kann ich hier nach oben? Ja, kann ich. Ich... Dann müsste hier gleich ein Dining Room sein, oder? Ja. Oder? Ne. Okay. Ich bin draußen. Aber ist doch noch nicht hier. Ja. Wusstet ihr, dass bei der Titanic das eine Rohr nur zu zierde war, das hinterste? Wisst ihr das? Dass das überhaupt keine Funktion hatte? Außer für Klimatisierung. Oder... Ja, Klimatisierung für... Für, ähm... Luftdurchzug. Für... Wie sagt man? Ja, für Luft halt. Also, sonst war das Ding nur zierde eigentlich. Das steht nur da, damit es besser aussieht. Schockierend, ne? Schockierende Facts jetzt hier an dieser Stelle. Dass das Teil nur zierde war. Ich geh mal vorne in die erste Klasse. Da ist sie, erste Klasse, ja. Uh! Da ist das, ähm, sehr berühmte... Äh, der sehr berühmte Aufgang. Ich mein, den kennt, glaub ich, jeder hier, wo oben die Sonne durchscheint. Sehr berühmter Aufgang. Sehr schick. Da müsst ihr ja hier auch irgendwo gleich... Erste Klasse gab's ja auch was zum Essen, ne? So ne... Weiß aber nicht, ob das hier ist. Ich glaub, das müsste hier hinten dann gewesen sein. Erste Klasse. Gab's dann diesen Raum, wo du halt essen konntest. Den Dining Room, sag ich mal dazu. Ich glaub aber nicht, dass das hier ausmodelliert ist. Kann man hier noch weiter runter... Genau das sind die Fahrstühle, sieht man hier hinten. Die man nicht benutzen kann, natürlich. Leider. Und hier sind dann erste Klasse... Die Räume. So sah das damals aus. Ich glaub, das kennen auch die meisten aus dem Film. Und das war halt wirklich sehr eng. Ich wär hier klaustrophobisch, wenn ich das hier seh. Ich hab gar keinen Bock drauf, hier aufs Schiff zu gehen. Also ja gut, wer möchte auf die Titanic? Das ist halt auch die Frage. Ah, da kann man reingucken. Schaut mal. Ist doch gar nix. Das ist alles fake. Ich kann doch mal reinfliegen. Gibt's hier irgendwo diesen Dining Room? Was ist denn hier? Ne, den... Ah doch, hier! Das ist aber... Wobei das ist, glaub ich, eher Wohnzimmer, Wohnbereich. Nicht der Deinigung. Ach, hier gibt's auch nochmal so'n Aufgang. Aber was ist dann der weltberühmte Aufgang? Ist das der hier? Ist der baugleich? Ich glaub, ne? Der wird baugleich sein. Der ist ja noch höher. Uiuiui. Ja, der ist baugleich, wie drüben. A Deck ist das. Ah, drüben waren wir bei C. Jo. Äh, und hier unten... Ich hab keine Ahnung, was das hier darstellen soll. Weil da kann man auch nicht mehr rein schwimmen gehen. Ich glaub, das ist einfach nur das Just for Thunder. Ne, aber mehr gibt's da gar nicht mehr, ne? Warte ich hier hinten. Ne. Da waren wir schon drin. Ja, also nicht komplett ausmodelliert. Aber es sieht halt... Ja, für GTA ist das ausreichend. Und hier war der Typ oben, der zu spät erst gesehen hat, dass der Eisberg kommt. Der stand hier oben drin. Mit der Glocke. Und der hat den Eisberg erst zu spät gesehen. Und deshalb ging das ganze Spektakel da los. Was nicht so schön war. Jo. Aber riesig. Also wirklich, wenn du das dir anguckst, wie... Warte, was ist der Spawnnummer von nem U-Boot, was es gibt in GTA? Das ist ja eigentlich das größte, was du spawnen kannst, was von GTA aus ist. Weiß das jemand? Dieses U-Boot. Ich warte auf den Chat. Das dauert immer ne Minute, bis er bei mir ankommt. Mein erstes, spende bitte ne K9 von Hannes Ringler. Muss ich mal mit Annel zusammen machen? Ne K9. Hätte ich aber Bock drauf. Maner Redcar, du kannst doch für Leute einen Besuch auf der Titanic halten. Ich fand, ja, das ist halt das Ding, ne? Ich kann die halt nicht auf die Titanic lassen. Kostaka hieß das. Genau. K. Kostaka. Oder, ne. Kostak. Kos... Kosatka. Kos... Kosatka. Kosatka? Ja. Da ist es. Und ihr seht, wie riesig das Teil hier ist. Und... Einfach die Titanic so viel größer. Vielleicht kann das Ding eigentlich eh mit Noclip besser hinstellen. Oder auch nicht. Hä? Ah, jetzt. Gut. Jetzt machen wir mal gerade mal einen Längenvergleich, ja? Das ist schon heftig, ne? Und so ein U-Boot ist ja groß. Aber die so breit, ne? Aber von der Länge her. Nur noch von der Länge. Das ist die Hälfte. Das Ding ist einfach nur die Hälfte vom... Von der Länge her. Das ist krank. Wenn ich jetzt aussteige, wie riesig dieses U-Boot einfach ist. Puh. Ja. Im Größenvergleich. Wir machen wirklich gerade einen Größenvergleich. Ihnen geht der ARP? Das ist schon heftig. Also ich... Mich... Also es gibt auch diese Dreamliner, die großen, ne? Diese... Neuen Schiffe, die so richtig fett breit sind, ne? Die sind aber von der Länge immer noch fast gleich groß wie die Titanic. Also die sind gar nicht mehr größer geworden, die Schiffe an sich. Sondern einfach nur breiter. Aber von der Länge sind sie meistens ein bisschen... Vielleicht ein bisschen eine Spur länger. Die größten Schiffe dieser Welt, die es derzeit gibt. Aber... Also jetzt... Ich rede jetzt natürlich nicht von Militärschiffen, wie so ein großer Träger oder sowas. Ich rede jetzt halt wirklich von Reiseschiffen. Na ja, für Menschen, die da oben reisen wollen. Die Tour, diese Liner-Schiffe, Dingsbums. Ihr wisst, was ich meine. Ähm... Die sind immer noch circa gleich groß wie die Titanic, nur breiter. Also die sind dann so gefühlt dreimal so breit wie das Teil. Das ist halt wirklich unter. Und natürlich viel mehr Decks. Das ist ja... Das ist ja gar nichts. Breiter und höher wenn dann... Ja genau, die sind breiter und höher geworden, die Schiffe. Aber ich muss auch sagen von der Länge, wenn du das Schiff halt noch länger machst... Ich frag mich halt echt, wie du damit dann noch fahren kannst, ne? Also ich glaub, da ist irgendwo dann irgendwann limitiert. Ach stimmt, ich kann das taunen, ne? Ich könnte das Ding auf dem Abschlepper tun und dann rumfahren. Ich glaub das ist ne gute Idee? Ich glaub das ist ne schlechte Idee. Krieg sich ja eins auf dem Poppes für, wenn ich das mache. Vom Server-Owner. Höchstpersönlich. Ich krieg das Ding auch grad nicht weg. Also, ähm, könnte sein, dass wir es stehen lassen müssen. Dann darf sich jemand mit dem, äh, mit der Detail ein bisschen vergnügen. Ja, gut. Ich probier das mal, ob das geht. Ich glaub aber nicht. Das Teil ist, ähm, so groß. Das musst du ja irgendwie drauf bekommen, ne? So, hier. Ah, hier in der Mitte ist es. Ja, das kriegst du niemals. Also wenn ich das auf dem Anhänger krieg, dann esse ich heute nen Besen. Wenn, dann müssen wir das eh hier unten am Flughafen machen. Ich glaub, der ist frei, ne? Flughafen ist frei. Ja, für, komm, für, fürs Testen. Ah, nee, der Falsche. Oh, der ist der Richtige. So, den nehmen wir. Ja? Ey, wenn das funktioniert, Leute. Dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich keinem helfen. Boah. Huch. So, dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie auf die Schnelle irgendwie hinkriegen. Ah, ich glaub, das wird nix. Das Ding bewegt sich halt, ne? Das gehört, glaub ich, nicht so. So. Au. Ne, ich glaube, Leute, das wird nicht funktionieren aufgrund der Umstände, dass das Teil nicht kompatibel mit dem ganzen hier ist. Was macht das Teil, hä? Hä? Das hat ein Eigenleben. Okay. Oh, das, das Bug, nee, das Heck kommt. Probier noch mal. Toe. Ne. Ah, Hilfe! Hilfe! Das Ding frisst mich auf. So, jetzt haben wir's aber gelandet, oder? Jetzt, äh, jetzt probieren wir's nochmal. Oh, perfekt. Slash. Na nicht, nicht weggehen. Ich will doch nur, hallo. Toe. Ah, die anbinden ist es. Nicht Slash Toe. Anbinden. Nevermind. Oh! Ah! Das glaubt mir noch nie, was ich hier mache. Es war anbinden, nicht Slash Toe. Aber der hab ich die ganze Zeit falsch gemacht. Ähm, ich weiß nicht, soll ich das hier so stehen lassen? Ich hab das Gefühl, wir sollten das vielleicht nicht machen. Das Schiff mag nicht. Es geht in den Originalzustand. Oh, wie fies. Aber irgendwie, ja, es sinkt die ganze Zeit den Boden. Es hat keinen Bock auf mich. Au. 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 Aua. 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 Was ist das denn? Ja, ich hab Spaß, Leute. Ich hab richtig heftigen Spaß grad hier unten. Ja komm, ich mach das lieber weg, bevor, ähm, da so irgendjemand umbringt in der Stadt. Weil nicht, dass das Ding in die Stadt kommt. Boah, bitte mach das schnell weg, bevor das in die Stadt kommt. Das ist ein Mörderding. Hallo? Wo ist das denn hin? Wegmachen, mach das schnell weg. Das darf nicht in die Stadt kommen. Das reißt nach drüben. Dv, 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 machs weg. Ich krieg grad Panik, weil ich das Ding nicht weg krieg. Jetzt wird in die Stadt kommen. Das bringt dann alle Leute in der Stadt um. Das ist lebensgefährlich, das Teil. Also jetzt, ich krieg's nicht mehr weg. Kacke. Ach Leute, ich krieg das Ding nicht weg. Warum mach ich sowas? Ah, Mann. Ah, jetzt endlich. Oh, zum Glück. Ja, ich probier's doch nicht. Das ist mir zu viel Arbeit. Das tu ich mir nicht an. Vor allem, wenn ich das Ding nicht weg bekomm, dann geht das in die Stadt rein. Und dann killt das dann drinnen ein paar Leute. Und das wollen wir doch auch nicht. So, ähm, ja. Mission failed, aber immer einen Spaß gehabt mit dem Teil. So. So muss das. Halbwegs funktioniert, ne? Ja, schade. Ja, sei froh, dass das Ding nicht irgendwie aufgeladen bekommen. Stell dir mal vor, dass das lad ich auf. Und dann fahr ich damit durch die Stadt. Das haben wir mal mit dem U-Boot gemacht. Das hat noch funktioniert, aber die... Ey, das Teil kriegst du nicht dran gebunden. Also ich weiß nicht, man müsste das irgendwie freezen, ne? Ah, man könnte es freezen. Und dann könnte man's anbinden. Ach, komm, ich probier das mal. Das müsste funktionieren. Leute, ich glaub, ich hab's. Ich muss es nur unfreezen. Schau mal, ich mach jetzt folgendes. Noclip. Da ein bisschen hoch. Äh, noch ein bisschen... Ein bisschen hoch. So, dann, ähm... Das ist aus. So. Das Ding ist jetzt folgendes. Das... Ah, nein, nevermind. Ich probier's doch nicht. Ach, komm. Ich dachte, es ist gefreezed. So. Immerhin gehst du jetzt schneller weg, hast du davor. Ne, ich... Vergiss es, Leute. Vergiss es. Ich dachte, es ist gefreezed. Ja. Ähm, ja. Das ist... Ja. Ja, ich hab so dumme Idee, du machst das einfach. Ja. Toe aufladen. Anbinden zum Festmachen aufm Lader. Ähm... Okay. Slash Toe geht aber nur für Mechaniker, deshalb. Deshalb gibt's das mit Slash anbinden. Ach, ne. Nevermind. Anbinden ist, äh... Weiß schon. Ja, hast recht. Das ist ja was anderes. Hm. Das geht ja da gar nicht. Das funktioniert auch gar nicht. Da muss ich ja draufstehen. Ne, das geht gar nicht. Das klappt ja nicht. Den Ufo könnte man transportieren, aber das ist... Oh, bitte kommen Sie. Habe unabsichtlich einen Cop erschossen. Wie, wie... Passiert denn sowas? Wie, wie? Hallo? Hä? Wie könnte sowas unabsichtlich passieren? Ja, ich hab mein... Ich hab mein Handy da in der Hand ganz kurz gehabt. Ja? Und hab an meine Waffe unabsichtlich gezogen. Och, nee. Warte. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt meine Waffe ziehen kann. Mhm. Äh, ich muss ganz kurz schnell was ich will. Oh, nur Sekunden. 680. Hallo. Hallo. Äh, ich hab jetzt schon ein Notfall-Signal, aber schon abgewendet, ne? Äh, geb ich dann drüben Bescheid, aber... Hä? Was denn passiert? Hat er ja... Hat er ein Handy in der Hand gehabt und dann geschossen. Ja, ja. Hat er ein Handy in der Hand gehabt und dann geschossen. Ja, ja. Hat er halt das Standard-Handy-Problem. Okay. Gut. Dann, äh, lass ich euch mal allein. Pff. Der Arme. Ich geb euch schnell Bescheid ans, äh... Und... Und... AMR... AMR... ...und... 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 ...klammern... Äh, wo sind wir denn? Berg... 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 So gesehen, wenn sie das Handy-Problem haben und einfach wildürlich schieben, müssen sie einfach noch so selber schieben. Gut, zweimal gepostet, dann bin ich mir sicher, dass er keinem anfährt. Wenn doch, selber schuld. Zweimal Regierungsmeldung, muss raus. Wer es nicht liest, der hat Pech. So, schauen wir weiter. Aber wie sowas, das ist immer mit dem Handy, ne, dass das passiert. Sollen wir das mal debuggen mit dem Handy? Kennt ihr das Problem, Leute? Ich zeige euch das mal. Nehmen wir uns jetzt zum Beispiel ein GIF-Item 638, ich glaube mit der Glock geht es auch, ne. Also, äh, ne, GIF-Weapon, sorry. Äh, 638-Weapon-Combat-Pistol-200. So, ich mache jetzt die Glock 17, so. Und das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt ans Handy gehe und ich gehe zum Beispiel hier auf, äh, Nachricht und ich möchte hier was schreiben. Und, äh, ich schreibe hier was rein, zack, und schicke es doch nicht ab, mache das Ding zu. Ich hole mal eine Waffe raus. Okay, das ist immer so 50-50, ob es funktioniert. Irgendwie will ich das mal hinbekommen, dass es immer funktioniert, ja, zu 100%. Ähm, vielleicht kein Emoji, vielleicht schreibe ich hier einfach was rein. So, macht das, macht das weg, das Handy. Hm. Irgendwie geht das, dass man dann dauerhaft schießt, ne. Aber muss die App offen sein. Ach, keine Ahnung, wie das noch ging. Handy in die Hand. Reingehen. Also, ich will einmal was im Leben debuggen, dann kriege ich das nicht hin. Das ist halt wieder so typisch. Test. Abschicken. Dann die App nicht schließen. Ne. War für ein Effekt. Ich krieg's nicht hin. Ne, da gibt's mir nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass man es debuggen kann, aber. Vielleicht war das, äh, auf Instagram was schreiben. Ne, das war Nachrichten. 100 Pro war das auf Nachrichten was schreiben. Du schreibst hier irgendwas, oder du machst hier das Fenster. Dann machst du es zu. Ne. Mit Meta wegmachen, Handy schließen. Oh, warte, ich glaub es. Aha. Mit Escape-Taste stimmt, oder? Ja, ich mach's mal mit Escape. Aber ich mach grad auch F2 und da müsste es eigentlich auch gehen. So, ich mach F2. Also in der Sprachnotiz gesendet, super. Ne, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ne, ist auch nicht nur Langwaffe, ist auch mit normaler, äh, Ding ist das, passiert das. Das war mit Telefonieren. Ne, war's auch nicht. Das war mit, äh, Nachricht schreiben. Wenn du eine Nachricht bekommen hast und du schaust rein und dann machst du zu. Und dann packst du Waffe aus und irgendwann ging's dann. Das passiert nicht nur mit Langwaffe. Ne, keine Ahnung. Krieg ich nicht hin, Leute. Die Bank geht nicht. Togit für alle. Ach so, okay. Ähm, da war ich nicht drauf spezialisiert. Super. Ja, anbinden ist ja, wenn du das, das ist so ne, so wie bei Karl-Heinz, die Sachen anbindest. Und Towa mit Tone, genau. Weiß schon wieder. Danke. Jetzt weiß ich wieder Bescheid. Oh, schau mal, alt ist ein zu sieben Anwesen. Jo. Aber halt nicht das MLO, sondern einfach nur das von innen. Boah, das war ne Bruchbude, wenn man sich das so anguckt. Ist das schon ne richtige Bruchbude, bitte? Das Haus. Ja, doch, das war ne Bruchbude. Wenn man das mit jetzt vergleicht, mit drüben, heftig. Aber vielleicht, nun vielleicht kommen wir hier mal irgendwann wieder zurück, Leute. Vielleicht, ne? Maybe. Aber es hat, ich finde, es hat schon ein Feeling. Aber FPS ist halt hier nicht so geil. Schaut mal, ich hab hier, na gut, ich hab grad FPS-Limit an. Ich habe hier, wenn ich das anmache, 144. Und das ist noch nicht mal ein MLO oder so, das ist kein Interior. Und ich hab hier durch die Bäume und so, schau mal, 69, 70 FPS. Hier hinten ist am schlimmsten. Schaut mal, ich guck nach hier. 63 Frames, 61. Wenn ich dann da hinten guck. Und wenn ich jetzt zu 107 rüber gucke, wie viel FPS ich da drüben habe. Und das, obwohl da drüben mehr los ist und wir hier drüben auch Autos und so stehen haben. Schau mal gleich. Da stehen halt jetzt sau viele Autos. Guckt mal. So 64, 63 trotz Autos. Und wenn hier keine Autos stehen, wenn ich hier gucke, hab ich halt 90. Und ich hab hier sonst auch 100. Also wenn hier niemand ist, keine Autos stehen. Äh, keine Leute sind. Hast du hier 100 Frames. Und hinten hast du, ja, hat sogar gleich viel wie jetzt. Wenn du ein paar Autos dann hinten stehen hast, hast du halt echt Frameloss des Todes. Das finde ich halt an dem Anwesen so viel besser. Dass halt hier die, die FPS so hoch sind. Am Kartell sind auch die FPS hoch. Bei, bei, nur bei der Pizzerie ist wenig. Weil die halt mit in der Stadt sind. Aber die kommt ja auch, äh, woanders hin. Aber ich vermisse das Grundstück, ne. Ja, die Bäume sind das Problem, das weiß ich. Aber die sehen halt so schön aus, ne. Ich fühl die halt voll, die Bäume. Und die ziehen ja hier, ziehen sie jetzt nicht so viel. Aber wenn du hier drüber guckst, hier rein so. Ja, das ist halt ein bisschen problematisch. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, war auf jeden Fall geil, wenn wir hier wieder irgendwann zurückkommen könnten. Irgendwann halt mal wieder. Eine Sechse ist doch voll flüssig. Aber jetzt pass auf, jetzt pass auf. Jetzt stell dir mal vor, hier. Da ist noch nicht mal ein Interior. Da kommt noch ein Interior rein, was Leistung zieht. Dann hast du hier 1 zu 7 noch stehen. Ich mach jetzt mal so viele Autos hin, wie... Ja, vorhin bei 1 zu 7 standen, sagen wir mal. Hier noch ein G20 hin. Einfach, dass wir ein paar Autos stehen haben. Ähm, M3. Ne, M3 einfach nur, ne. Der geht ja auch. Jetzt nur mal zum Testen, ne. So, jetzt geh ich hier hin. Jetzt bin ich halt hier auch schon bei... 65. Wenn ich dann in die Richtung gucke. Da bin ich bei... 55. 57. Das heißt, jetzt nur, wenn ein paar Autos halt noch mehr stehen. Jetzt stell dir mal vor, es ist noch MLO. Und dann kommst du runter auf... Äh, 49. Und wenn da noch ein paar Leute sind... Bist du auf der Position... Äh, ich meine, die Position ist halt schlimm. Ich weiß, das ist jetzt... Die schlimmste Position, die es hier gibt. Aber es ist halt... Ich weiß auch nicht. Das ist halt hier ganz komisch. Das finde ich so ein bisschen schade hier in dem Anwesen. Das ist halt... Echt mit der Last... ...nie so geil ist. Da müssen wir vielleicht ein paar Bäume wegnehmen oder... Oder schauen, woran es liegt. Dass das hier so ist. Weil, weißt du, wenn ich hier in die Bäume gucke... Schau mal, hier geht es ja von den FPS her. Es ist immer nur, wenn ich auf dieses Haus gucke. Das Haus zieht so viel. Keine Ahnung, warum. Vielleicht sind das auch die ganzen Büsche, die hier sind. Stimmt. Büsche, die tun ja ganz viel Leistung ziehen. Oder hier, das hier. Keine Ahnung. Hm. Wenn ich hier in die Richtung gucke, ist... Ja, keine Ahnung. Frag mich nicht. Ja, dann schon nervig. Ja, stell dir mal vor, dass da 49 Frames oder 45 oder so... ...wann da ganz viel los ist. Weil damals ging es, finde ich, noch. Weil wir noch nicht so viele Leute bei 1 zu 7 waren. Aber wenn du da jetzt diese Menge an Leuten hast, wie sie jetzt sind. Wir waren ja damals so 10 Leute bei 1 zu 7 oder 12 Leute. Und jetzt sind wir einfach 30. Vielleicht 40. Dann stehen da so viele Autos rum. Ach, du Kacke. Ja, vergiss es. Dann müsste man optimieren. Ja. Soll es sein. Hier habe ich jetzt... Ja, hier 80. Guck mal. Und hier auch 80. Und da stehen viel mehr Autos. Und Leute sind da. Ich komme nicht in mein Boot. Da bin ich schon dabei. Hallo. Hast du probiert, das mal aufzusperren? Ja. Setz dich mal rein. Ich krieg dir nochmal weg. Ah, okay. Ah, ja. Ich glaube, das ist, weil du es blöd geparkt hast. Wegen dem Anker. Ich brauche, ja. Ja. Was machen wir da jetzt am besten? Das ist die Frage. Ah, ich probiere mal was. Ja. Wenn du von unten einsteigst, vielleicht geht es dann... Ja, du musst von unten einsteigen. Also aus dem Wasser raus, oder wie? Ja, aber ich mache dir den Anker weg. Okay. Oder auch nicht. Ja, hat nicht funktioniert. Probier es mal jetzt. Okay. Von hier oder von... Ist egal. Probier mal so. Nee, hier geht es nicht. Ja, dann geh runter und probier mal einsteigen nochmal. Dann soll es gehen. Das glaube ich, geht es... Ja. Alles klar. Okay. Vielen Dank. Peter. Das LFD geht jetzt außer Dienst. Fassen Sie auf sich auf, hier LFD. Schön. Was ist hier los? Altes Anwesenslegende von Gibi. Ja, ist es. Aber halt... Ja, vor allem technisch nicht so. Ah, schon Matze. Ja. Was machst denn du? Bitte? Du musst du Go-Kart fahren. Ich mache Rennstrecke für, äh... USMS. Achso. Mit einem Go-Kart. Mit einem Trail. Nee, aber mit einem Go-Kart hast du das beste Handling, zum die Dinger einstellen. Ah, okay. Wie heißt das Go-Kart? Äh, warte. Er wird jetzt nicht irgendwie rauszappen oder sowas. V-E-T-O. V-E-T-O, ja. Ja. Hui. Jetzt hat sie sich wieder rausgetappt. Und danke, Mark, für 2 Euro. Gunther ist auch dabei. Das wird Dankeschön. Ähm. Irgendwas nicht vorgelesen. Mal schauen. Muss ich mal vorgelesen. Der Jens Igel, der ist nicht vorgelesen. Mal vor einer Stunde. Danke, Jens Igel, für 5 Euro. Oh, und er schreibt nichts dazu. Das freut mich. Der Jens Igel. Was ein geiler Name. Vito, ja. Streich mal so eine Glatze von Glück. Bestimmt Sonnenbrand. Also bist du fies. Ja, Tuning-Chip, stimmt. Ohohohoho. Huch. Wird ein richtiges Drift-Mobil. Geil. Jetzt NOS reinballern. Und dann los, die Luzi. Drei. Zwei. Eins. Und los. Boah, Alter. Ja, 288. Das Limit. Dann hole ich mir mal ein anderes Kart. Das sollte ja voll abgehen. Und los. Gefei, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5. Das fährt über 300, sag ich doch. Geil. Oh, Alter. Upsi. Ja, ich wusste es nicht besser. Alter, das ist aber schnell. Ich muss damit mal auf die Strecke hinten nach Catalina. Das könnte ein Rekord werden. Und das Ding weiter hochlevelt, ne? Das probieren wir gleich mal aus jetzt. Das ist nicht mal kaputt gegangen. Danke. Ah, ich glaube, das geht auch nicht kaputt. Stimmt, aber ich habe ja was eingestellt im Handling, das nicht kaputt gehen kann, das Auto. Also das Kart ist unkaputtbar. Außer man schießt einen Platten rein. So, Leute, seid ihr ready? Dreh. Ich will heute noch einen Geschwindigkeitsrekord von 1000 km. Dreh, zwei, eins, los. Das ist der Sound, aber ich schreibe. Alter. Oh, oh, oh. Die Reifen baggen. Die Reifen baggen. Es ist zu schnell. Ich bagge unter die Erdoberfläche. Ja, es war einfach zu schnell gerade. Das muss man langsamer angehen. Ohne Nitro 280. Das schnellste Go-Guard. Ja, unglaublich. Einzigartig. Ich glaube, vor einer Abbremse wird es mir sicher, wenn sie einen Überschlag machen mit der Kiste, weil die so tief reinfedert. Oder? Ne, ich mag, krass. Ja, was ist denn das schnellste Auto, das wir haben auf RLO? Eigentlich der, der, äh, Pagani ist sehr schnell. PG-1, PG-2. Ne, weiß den Spawn haben nicht mehr von Pagani. Der Pagani. Weil der ist, glaube ich, sehr schnell. Und sonst halt mit Karl-Heinz an Autos. Ich weiß nicht, ob die so schnell sind mit dem Boost, weil du fliegst ja raus. Scotty, wie heißt denn dein Pagani? Wie heißt denn der vom Spawn-Namen her? Irgendwas mit P oder einfach, einfach Pagani, P, PG. Pagani. Ne, ich weiß nicht, wie man den, BC, genau BC-1 ist es, danke. BC-1, ich tun ihn mal schnell und dann schaue ich mal, wie der fährt, weil ich glaube, mit dem könnten wir Geschwindigkeitsrekord knackeln. Ich will 1000 Km-Ano schaffen. So, der da, oh, der kann ich denn, der hat keine Federung? Ist der broken, der Pagani ist broken. Mal schauen, Lackierung, primär. Okay. Wir fahren zurück nach Catalina und dann mal probieren, wie schnell der Pagani fährt. Warte. Reparieren und dann schauen wir mal. Boah, alter. Okay, mit dem Tuning-Chip fährt er sich schon sehr schnell. Prüfen wir mal. Ich weiß, dass der gerade bleibt, aber er nicht ausschwenkt. Jetzt hat er Grip. Oh nein. Oh nee. Nein. Und der Pagani. Au. Der Pagani schafft es nicht als Rekordhalter. Leider. Der kann nicht so schnell, wenn ich das gerade gesehen habe. Da muss ich wohl eins von Karl-Heinz an Mini-Autos nehmen. Der GTR war sehr schnell von Karl-Heinz. Ich will die tausender Barriere heute knacken. Das kann doch nicht sein, dass wir kein Auto haben. Dass das knackt. Also ich muss ja schauen, Karl-Heinz sein Auto, wie das heißt, wir mal hatten. Ist das Mini-Pack, ne? Genau, Add-on Mini-Pack heißt das Teil. Ich starte das mal durch. Glaube ich halt, dass es das ist. Ah ne, falsches Pack, sorry. Das war ein anderes Pack. Das war das... Ich weiß es nicht. Toy Cars heißt einfach... Falsches Pack gestartet. K, PV, GTR. Ich glaube, der ist sehr schnell. Immer den mit Tuning-Chip fahren. Den gehen wir jetzt tunen. Ich glaube, damit müssten wir den Rekord von 1000 kmh knacken können. Also dass wir über diese Marke kommen. Also den kann man ja nicht tunen, ne? Ah, da war ja was. Ja, der war meins. Dann könnte es sogar sein, dass der sogar langsamer fährt. Ich probiere es mal. Wir testen es, Leute. Alter! Oh, oh! Oh, da! Oh, nein! So. Du musst aufpassen. Das ist zu schnell. Das Auto ist halt so schnell zu schnell. Wenn ich jetzt noch Nitro reinballe und dann fährt das Ding noch schneller. Eieiei! Ja, probieren wir mal. Und stuck. Ja, geht aber wieder. Zum Glück. Mein Willkommen, so. Komm schon mal. 1.000. Was? 1.270. Was? Oh, oh! 1.270. Okay, ich dachte, das wird schnell, aber so schnell? Äh, ja gut. Hab ich gesagt, ja gut, das habe ich. 1.270 kmh, Leute. Das Ding ist, äh, verdammt schnell. Das mit, das mit Tuning-Chip, bitte. Aber, und, aber Nitro musste ich nachhelfen, ne? Sonst wäre das nicht so schnell gewesen. Bruder! Habt ihr gesehen, dass das Radar unten, das, äh, die kmh-Anzeige kriegen gar nicht mehr mit. Die war schon, äh, ausgecuttet. Ich probier das noch, weil das hier, das ist ja echt schnell. Ich glaub, das ist mit Abstand das schnellste Auto, was wir haben auf Erd, aber du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir was schnelleres haben. Oh, Alter. Oh, nein! Oh, nein! Oh, ja, moin, einfach mit 700 kmh sowas gemacht. Oh, geil. Ich brems das mal ab. Ich hab brems das sogar. Nein! Ja, Motorhaube, eh, unnötiger Ballast. Alter, ist das krank. 1200 kmh, ich, 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 ich knack das Ding noch, ne? Ich knack das noch. Ähm. Ich geb mir nochmal Nitro. Wenn ich jetzt nochmal von, von Ding das Boost drauf mach, nochmal von TX Boost. Ist das dann eigentlich noch schlimmer? Weil das müsste ja fast... Also das müsste jetzt ja krank fahren. Also das müsste jetzt noch schneller sein. Ich probier's jetzt, ob wir das nochmal knacken können. Also das ist von TX Boost auch noch drauf. Oh, der fährt sich wieder ganz schlimm. Ne, der Hobel fährt sich, der fährt sich einfach nur schlimm. Der fährt sich einfach spiegelverkehrt gerade. Ne, da ist, da kannst du kein Speed aufmachen. Ne, vergiss es. Uh! Ne. Also dieses TX Boost ist ja unter aller Sau. Aber damit haben wir jetzt unseren Rekord von 1270 kmh gebrochen. PD-Camero, der ist ja auch noch schnell. Aber so schnell... Der, der... Guck mal, wie der auf 45 kommt. Können wir probieren ohne Turbo, was er dann macht. Äh, oh ne, nicht flippen. Vielleicht bin ich schneller ohne Turbo. Oder vielleicht soll ich zweimal einspritzen. Das könnte ich ja probieren, aber das... Na, wobei, es wird sich nicht ausgehen von der Zeit. Der wird dann schon drüben sein. Ja, 1300. Ach, nochmal Rekord geknackt. 1300, irgendwas hatten wir gerade dran. Ach du Kacke. 1300? Gibt es ein Auto, was 2000 fährt? Das ist jetzt immer eine legitime Frage. Ja. 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 Könnte man ein Auto machen, was 2000 kmh schnell wäre? Rein theoretisch. Hm. Ich weiß ja nicht. Ja, ich probiere mal den, äh, Car Camaro RB, was der fahren würde. Mit Nitro und allem drum und dran. Und Tuning-Chip. Der müsste ja auch abgehen wie sonst was. Wir probieren es mal. Aber der wird keine 1000 fahren, oder? Alter, ist der schnell. Aber keine 1000. Aber doch sehr schnell. Also, ich hätte mir langsam vorgestellt. Ich dachte, so 500 bleibt der stehen, aber der fährt auch seine 700 mit allem um und dran. Krank. Ja. Mustang 19 wird mich interessieren. Aber der wäre jetzt ohne Tuning, ne? Darf man nicht vergessen. Der ist ja nicht getunt gewesen gerade. Der Tuning ist ja für den nochmal schnell. Ich probiere mal den Mustang, was der hergibt. Der Mustang müsste fast noch schneller sein, weil der hinten, äh, Ding macht. Der macht Ausbruch. Eck Ausbruch. Das Handling ist dermaßen bescheiden. Ich mach grad Dauer-Düft. Was war da grad los? Oh, nee. Ey, mich hat's bis jetzt geschleudert. Ich bin jetzt unten. Super. Ja, Nussflasche leer. Brudi, danke. Da sind sich Trimmer-Mustang. Auf geht's nach unten. Auto hat ein Baby bekommen. Sag mal, ist das jetzt öfter so, dass jetzt wieder Autos Babys kriegen? Ne, schauen wir mal gleich rüber. Dass sowas gibt's. Nichts mehr anfangen, bestimmt. Oh na, sag nicht, dass das das... Hallo. Ähm. Ähm, ja? Das Auto kann ich auch abschließen. Das heißt, das könnte das Baby sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, nee, warte mal. Ach, nee, das kann ich auch auf und abschließen. Ja. Okay, dann irgendeins weg. Ich schau mal, ob das jetzt nochmal kommt oder nicht. Äh, sie flüstern, glaub ich. Passt. Ähm. Nee, ich flüstere eigentlich nicht. Achso, gut. Ja, passt. Ist, äh, weg. Gut, herzlichen Dank. Bitte. Tschüss. Rocket Vaultic. Ja, aber die Standard geht ja auch und fahren auch nicht so schnell. So, Oliver Bardang für den Euro. Die Volpis. Du hast mich nicht vergessen. Nein, hab ich nicht. Hab ich vorgelesen vorhin. Den Witz. Den hab ich vorgelesen. Gruß geht raus an die Volpis. Liebe und Kuss. Äh, Kotzi. Schönen Abend dir noch. Dankeschön, Kotzi. Danke an Lenny1 zu 7. Vielen herzlichen Reiz da haben. Meine ganzen Shader einstellen willst du haben. Das bringt dir relativ wenig, weil das angepasst ist auf den, ähm, auf den Settings von meiner Time Circle. Du kriegst ja nur Matsch bei raus. Und wenn ich halt alles ausmache, ist das halt Matsch bei mir. Da müsstest du die, die Time Circle machen. Äh, vielen Dank an, ähm, Ghost Luca. Aber das hab ich vorgelesen, ne? Hab ich vorgelesen. Ja. Hab ich vorgelesen. Ja, eigentlich, was das jetzt noch los ist, aber 85 Leute sind noch da. Boah, ich brauch mal was zum Trinken, mal ganz kurz. Hm. Ein VW Bulli mit 1000 PS, Alter. Mhm. Was ist hier los? Hm, das ist auch, aber in erster Linie. Warum wir sie anhalten, ist egal. Der Punkt ist, was tun sie? Die Waffe. Ah, Waffenschein ausstellen. Na, gut. Ich dachte schon, für was stehen die hier an? Am besten dann nochmal eben ins gesamte LAPD-Fling. Stimmt, ich kann mal in Funko eingehen und schauen, was die machen. LAPD-Funk ist immer lustig. Äh, ich hab grad das Funkgerät kaputt gemacht. Wie denn das grad geschafft? Ach nee, jetzt wirklich? Oh, nee. Ich hab grad, ah, jetzt. Ich hab grad irgendwie das ganze Funkgerät markiert. Ah, man kann das markieren? Seit wann war... Hä, ich wusste das gar nicht. Man kann das ganze Funkgerät markieren. Ja, bitte Copy-Paste. Dankeschön. Geht ein BMX mit Tuning-Chip. Wir probieren's mal. Vorsicht, das ist ein Verhandlungsführer. Wo kommen die wieder raus? Weiß ich nicht. Jetzt fahren wir mit Sportversorgung dahin. Ist auch ne gute Frage. Das kann ich nur Underwood beantworten. Äh, gut weg. Jetzt ist er ausgebaut, ne? Maximal fahr ich gerade 54. Ja, funktioniert. Tatsächlich, fährt schneller. Aber Nitro geht halt nicht. Ah doch, das geht. Aber irgendwie macht das nichts. Nee. Das bringt sich halt nicht viel. Um was geht's denn? Was ist denn los? Täter? Oh, Nazio ist... Ich hab's nicht mitbekommen, sehr ne Nazio. Oh, zum Glück. Es geht gleich los. Boah, geil. Grüße. Grünen Ihnen mein Name. Bitte. Äh, haben Sie sich soweit besprochen? Ich hab mich auch soweit schon besprochen. Ja. Geht das alles klar? Ja, gerne gesehen wär's ja eigentlich schon, wenn wir mit einem Auto abhauen, aber... Das Problem ist, das werden wir nicht bekommen, weil, wie Sie sehen, wir sind mindestens drei. Das seh ich, ich hab ja die Augen. In den Wagen passen vier Leute rein. Ich sag's halt... Also, perfekt. Weiß ich sag's halt echt nur ungern, aber der ist ein Viersitzer, hier vorne. Sie wissen, Sie wissen, aber Sie, aber Sie, aber Sie, aber Sie, aber Sie, aber Sie wissen, nur so für die Info, dass, das SQP ist ein Viersitzer, aber das wissen Sie. Wie gesagt, wir müssen noch zwei Fahrzeuge, Punkt Auswender. Wie gesagt, wir müssen noch zwei Fahrzeuge, Punkt Auswender. Gut, alles klar. Weil, Sie haben ja auch schließlich zwei High-Speeds, wie ich sehe. Das ist richtig in der einen witzig. Gut, dann... Eine High-Speed. Passt das ja, ne? Dann passt das ja. Ja, mit Ihnen sind zwei. Das ist richtig, ich stehe aber ja gerade hier und ich verfolge ja nicht. Das wissen wir ja nicht, ob Sie dann in der Hover von, ne? Gut, folgendes. Dann machen wir das so. Machen Sie irgendwelche Dummheiten, brauchen Sie sich dann aber auch nicht wundern. Also jetzt, falls Sie zum Beispiel vorm Cyan in den anderen Supersportler umsteigen, muss dann auch nicht sein. Nein, wir sind ganz lieb. Nein, natürlich. Ja, gucken wir mal, gucken wir dem, ähm... Wem gucken wir zu? Leute, welchem Auto sollen wir zugucken? Weil es sind zwei, ich kann nicht beide gucken. Entweder wir gucken den Cyan hinterher, was ich denke, was das Flugfahrzeug sein wird. Oder wir fahren schon dem hinterher. Also ich wäre für den Cyan. Perfekt, alles. Weil er wird sicher eine High-Speed-Action hinten lang laufen, die richtig geil wird. Da habe ich Bock drauf. Muss ich nur gucken, wer den Cyan einsteigt, ne? Nö, die sind unausweichlich. Ich riskiere das nicht, das ist eben legal. Ja, wir sind ja zu dritt und ja und nee und die haben ja so einen dicken Bauch. Einer schreibt BMW verfolgen, ja, das ist ein schöner BMW. In Cyan, ja. Schauen wir mal mit. Was da los ist. Ich grüße die netten Hundefreunde im Chat. Dankeschön, Frostgaber. Wenn du mein größeres Schiff als die Titanic wirst, such mal nach. Soll ich die Geisel einfach ab Zerböben stehen lassen dann, mehr oder minder? Ihr geht rein und dann losfahren oder soll ich noch kurz warten, bis ihr wieder rauskommt? Du kannst nicht veransetzen, bloß wenn wir die Gäste gehen. Gibt es die für GTA? Ja, oder so. Ach, die gibt es ja wirklich. Uiuiui. Oh, ist das. Boah. Alter, ist das total riesig. Das ist ja noch größer, hast recht. Ja, das wird lustig. Also die könnten wir uns auch noch installieren. Ja, ich warte auf die Verfolgung. Ich bin beim Cyan auf jeden Fall gerne dabei. Ich schaue da gerne zu. Noch mal die Frage, wie ist der Startsführer? Ja, wer ist das? Länge der Wind negativ. Der Wind negativ. Wir sind außerdem gegangen. Wir nehmen keine Dispatches mehr an. Ah, Lennox mit den Benz. Jawohl. Da bin ich beim Cyan dabei. Dann haben wir alles schön im Überblick, was los ist. Also lasse ich dich fahren, ne? Ähm, du kannst auch fahren. Ich lasse dich mal fahren. Nein, nein. Warum? Was ist los? Ja, weiß ich nicht. Ich habe Angst, ne? So schwitzige Hände. Ja, das schaffst du schon. Ja. Sagen wir mal so, wir können nichts verlieren, Beute haben wir eh nie. Ja, du musst mir nur callen, obwohl wir das machen. Danke, das macht mir auf jeden Fall mehr Entspannung. Sorry, das gibt er den Karten. Ich kille auf meinen Nacken, wenn ich klappe. Luis, frag. Braucht ihr noch welche? Im Team kenne ich gut aus. Zum Glück sind wir gerade genug im Team, aber vielen Dank. Ja, machen wir. Da gehe ich auch nochmal schön in die Ecke. Das ist hier und jetzt ist mein Auto weg. Von wem dann? Äh, es ist dir die Tauerskarte dazugekommen ist. Du bist dann die 4. Hallo? Die 4. Telefon. Oh ja. Äh, Auto kann eigentlich nicht weg sein. Kann nur sein, dass du das, dass du im Code Zero irgendwo hattest, wo das Auto irgendwo anders stand. Was hast du für einen? Äh, ich bin jetzt einfach nur hier gefahren. Und dann auf einmal ist mein Komplettverfahren geschlossen. Und dann, ja, keine Ahnung, war das so eine Fehlermeldung. Was für ein Auto war das? Äh, mein roter Dodge, äh, Charger, Charger, ja. Charger, okay, ich schau mal kurz. So, jetzt auf die Schnelle nicht. Äh, ich kann nur, warte, ich gebe dir 5.000 Dollar, dass du das Auto rausholst. Problem war, da waren 100 Mets drin. Ich weiß nicht, ob ich das rauskomme. Das kriegst du wieder, wenn du es rausholst von der Versicherung. Oh mein Gott, okay, perfekt. Ich hatte schon, äh, okay, perfekt. Kannst du auf der Barty fahren, oder? Nennst du wegen Führerschein mäßig? Achso. Nee, warte, ich gebe dir aber was anderes. Zuerst du mit dem Ding einfach schnell hin und dann lässt den Wagen einfach stehen und gut ist. Falls dich für anhält, äh, Support machen, weil der hat kein Kennzeichen. Ah, ja, ja. Ja. Ich danke dir. Okay, bitte. Keine Ahnung, dass es passieren kann, dass der weg ist. So, wir sind noch dabei. Auf Augen wie Matthias, ist Matthias der Fahrer, aber ich weiß nicht, wie sie sich abgesprochen haben. Ja, aber so ein Bugatti ist ja auch nur auf Geraden eigentlich zu gebrauchen. Ja, ich habe für jede Strecke ein eigenes Auto. Schau, da oben ist Huber Jezel. Hast du gesagt, sie soll noch rauskommen? 36. Check. Hat fest, dass ich gewisse, wie ich mein YouTube-Video mache. Ich kenne dich nicht. Ich mache nur mit heutigen Videos, mit die ich auch kenne, oder die ich schon lange kenne. Weil wir mit dem Einzigen, mit dem ich wirklich mal ein Video gemacht habe, den ich wirklich zuerst gar nicht gekannt habe, war der Cisco, ne? Ich habe sonst mit nie jemandem ein Video gemacht, ohne dass ich ihn halt so kannte. Aber sonst nur mit Freunden Videos so, irgendwie. Jetzt geht es gleich los. Ich glaube, du fährst eher. Weil ich habe ja gedacht, wenn wir durch die Stadt abkommen müssen, Kopfschmerzen ab und zu. Das ist echt ein bisschen mager. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Okay. Camouflage. Ja, die wissen immer, wenn man nicht mehr fährt. Ich warte einfach, bis der einsteigt. Dann suche ich mir den aus. Wo Camouflage? Die sehen den nicht. Ist der drin? Nee. Steht der irgendwo noch in der Highspeed? Ich meine Camouflage, der sieht mich nicht. Nö. Ah, hier. Hier hinten, die Highspeed. Ah. Die sehen das halt wirklich nicht von hier aus, wenn die da rauskommen. Die sehen das halt wirklich nicht. Steht der irgendwo raus? Die Highspeed, die hier steht. Okay. Ich dachte einfach, ich bin mal Sian funkt und der andere schickt. Ich denke mal, dass der Matthias fahren wird, oder? Ja, check. Ja, warum fahren das nicht möglich, außer wenn die zu dritt da sind. Matthias ist hier, okay. Dann gucke ich Matthias zu. Ich bin mir halt unsicher. Weil die doch diskutiert haben, wer fährt. Und los geht die Reise. Und zwar jetzt bin ich direkt hinten auf dem Bord, was sie achten. Ja. Der wird dann halbbrecht. Jetzt wird dann nicht nur noch mehr geklangen. In die Hills hoch. Jetzt wird es lustig. Aber Highspeed über die Hills sieht man auch nicht alle Tage. Ja, ist dick. Wer? Ich schaue auf Insta, dann wenn ich halt Zeit habe. Und ich schreibe auch zurück, weil ich Zeit habe. Also direkt jetzt im Stream in Insta nachzugucken, wäre ein bisschen blöd. Und mein Postfach ist voll mit Nachrichten. Also es kann auch sein, dass man keine Nachrichten zurückkommt. Ich schaue mir aber sehr viele Nachrichten an. Aber ich kann unmöglich alle Nachrichten beantworten. Das geht halt leider unmöglich. Genau zu sein, dass nur einer bis jetzt bei mir. Außer ich hätte Management, was der das macht. Aber das ist dann auch nicht so toll. Selbes by the way bei Mails. Das ist sehr schwer bei mir. Da fehlt ein bisschen die Zeit. Ich glaube, ich habe 600 unbeantwortete Mails noch offen. 600. Oh, fährt der hoch. Streckt er aus? Oh, das ist fies. Geht runter? Motorrad ist in südliche Richtung. Ist auf der KTM. Wow. Toll. Ich nehme den Arschbund von dem Sian. Ja. Richtig fies. Ich bin schon fast weg. Ich bin weg. Nee, nicht ganz, Bruder. Ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg. Du bist nicht weg. Linken Eleven, informativ. Spur am Vieren. Das ist die Scheiße für ihn. Ah, jetzt ist er weg. Boah, aber wie fies das gerade war. Alter, war das fies. Ich werde jetzt locker irgendwo eine halbe Stunde mich in den Busch hocken einfach, damit hier erstmal Reste abgeregelt sind. Eine halbe Stunde Busch, Appi. Hä? Okay. Das war super. Mitten auf dem Weg. Ich würde jetzt lachen, wenn es ihm regelt die Fresse haut. Dann war es das mit der Beute. Versuch mal mit dem Flieger Bärse mit Noss. Ähm, bei Flieger geht das auch nicht. Noss bringt sich da leider gar nichts mit Fliegern. Habe ich schon mal probiert. Fann schade, dass er so früh umgestiegen wurde. Ja, also ich verstehe sowas auch nicht. Ähm, warum er direkt umsteigt, weißt du? Er probiert es ja so gar nicht, gefühlt. Weil, ich denke mal so, du steigst ja erst dann um, wenn du... Wir haben ein Match, Matthias Schmidt. Aha. Er steht auf der Fahne. Aber sonst kommt die jetzt eh eingefahren. Darf man nicht vergessen, wenn er im Siren ab... Wäre er jetzt nicht im Siren ausgestiegen, hätten sie die DNA spürt es nicht. Und jetzt ist er auf der Fahndung. Check. Informativ. Äh, wie gesagt, ich werde mich dann um den Aftepiel gewöhnen. Jo, check. Perfekt. Äh, aber siehst du, das ist halt Karma gerade. Karma fürs Umsteigen. Wäre er nicht umgestiegen, wäre er vielleicht komplett weggekommen. Also, eigentlich ist es wieder, siehst du? Da ist es wieder cool. Da haben die Cops jetzt wieder was gegen ihn. Also, es ist schon ausgeglichen gut. Macht schon Sinn jetzt. Ja, warte, ich bin in der Nähe. Dir gefällt mir Tierschmitz. Ja, auch 500 Meter. Ja, das war die, die eigentlich schon umsteigen direkt nach dem ersten... Aber Sam macht Push-RP's für eine halbe Stunde. Habt ihr gehört? Hat er gesagt. Check, dann haben wir so gesehen alle drei. Oder? Ja, flüchelt. 20. Dann schauen wir mal, Next Player. Äh, 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 Richtung, äh, Ammonay, Schnauplatz. Ich hab das Gefühl, das funktioniert nicht so richtig mit dem Next Player, ne? Ja, Richtung PD, ne, Tankstelle PD. Nichts hat der Geld, ja, aber... Ach so. Ordentlich war es vorbei. Schauen wir mal, wo die Nächsten sind. Das war ja, warte, wer war das nochmal, der andere? Das war, äh, dieser Fox da, ne? 11, der dann für heute noch. Der noch geflüchtet ist. Oh, vorher abgebogen nach links. Ja, ja. Bin dran. Ah, ne, den haben sie. Den haben sie, den haben sie gecatcht, geil. Das fühle ich. Wen haben sie da noch nicht? Ah, Richtung Bennys. Wer war noch der andere, der dabei war? Ich mach. Äh, wie hieß denn der nochmal? Kennzeichen nicht montiert. Ah, wie hieß denn der nochmal, der jetzt doch dabei war? Bin wir hier dran. Endet. Ach, Leute, wie hieß der noch, der beim Bankort mit dabei war? Ich weiß gerade den Namen nicht. Ich halte mich auch ein bisschen zurück, das werden sonst zu viele. Äh, haben wir vielleicht ein Straßenfahrzeug nochmal dran? Ja, ich guck so schnell. Schieb, Klaus. Nicht maximal. Ich werde nicht hier geflüchtet, da sind sie. Er fährt hier wieder in die Seitengassen rein? Äh, für euch in Vaziv, die Person, was ihr verfolgt, äh, er hat zu 100% die Beute, und wir haben die Beute nicht. Äh, check. Ja, der hat eben nicht zu 100% die Beute, weil der andere noch da ist. Ah, nee, Vince war aber nicht dabei. Abonation passiert, weiter Richtung Süden. Hä, Vince hat doch nichts damit zu tun gehabt. Ah, die sind lost. Tankstelle vorbei, nicht ungeeilte Fahrstuhl. Oder hat ab Vince noch irgendwas ausgerappt gehabt? Ich bin gerade verwirrt. Für, äh, Fotostudio. Fotostudio rechts abgewogen. Lieber. Ist da hinten rechts reingefahren? Ich hör mal Vince, ja, schau ich mal mit. Der hat ja gar nichts damit zu tun gehabt, der war ja gar nicht dabei. Keine Ahnung, wie die jetzt zu dem kommen. Ja, ich bin hinten rein wieder. Fahrt Richtung Westen wieder. Mal folgen Vince und denken, der war beim Bankhof beteiligt oder so. Ähm, Grove Street in, äh, Verkaufs, jetzt hoch wieder Richtung, äh, Tankstelle Hauptplatz. Haben wir mal ein Schicktaugus oder so dran? Ja, ich bin dran. Ja, passt hier jetzt dieser Bank. Ui, er war dran. Weiter Richtung Osten. Fahren unten lang, äh, fahren jetzt wieder Richtung Hauptplatz. Ähm, wieder raus. Gut, okay, bis dran. Ja. Da bleibst du vorne. Er trinkt einfach ein Käffchen, wenn er es in der Fährt. Ja, moin. Guck mal, machen. Ich bin Richtung Kartellstraße. Ja, weiter Richtung links, ich funke. Oben fahren wir Richtung Kartellstraße. Äh, weiter geradeaus, ja? Ja. Ich verliere hier leider den Abstand. Jetzt hast du eine Selmburgs. Ich hoffe, ich ziehe da weiter gerade aus. Oh nein. Oh nein. Er ist weg. Sieht geradeaus weiter. Sieht hier niemand? Ja, negativ. Ach, scheiße. Sieht okay, also das Schiff da ausblendet, also nicht. Ich bin jetzt auch gesuppert im Einparkmanöver. Nee, auf Langstrecke nicht. Auf Langstrecke nicht, aber auf Kurve. Was ist das passiert? Auf Langstrecke verlierst du die Geschwindigkeit, aber in der Kurve ist das nicht kaum ähnlich. Ah, geil. Ja, das war gerade zu schön. Ja gut, 71, 1076, Mischo, bitte? 1176, Supreme Kart. Mal schauen, ob er jetzt noch weiter verfolgt wird, wenn er den vollgetankt hat. Warte mal, er tankt den jetzt voll und jetzt geht es weiter, oder was? Schau mal, warte mal. Wie die Leute sind dann nach oben gefahren, ne? W1, 1090, Mischo, bitte. Linker 56, G1077. Eine gute Nacht an den Zoom für den 1.2.700 Bande voll live. Was ist ein großer Name? Ganz auf 3.0 Ortungschips für Autos machen, das finde ich etwas zu OP und deshalb würden wir das glaube ich niemals machen. Gab zwar eine Idee dazu, aber das ist halt sowas von heftig OP, wenn du Autos orten kannst. Ich finde, da geht dann auch ein bisschen so das Flucht-RP kaputt. Linker 46, 1076, Mischo. Du fährst halt und dann wird das Auto geordert und dann, ja. Ich weiß gar nicht, weil die Leute schreiben, dass Vince beim Quartell, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Gau so, dass es sein eigenes Ding gerade macht. Ich kann sogar mal schauen. Ich weiß es aber nicht, ob Vince beim Quartell ist oder nicht. Oh ne. Ah, ich bin ja rausgetappt. Ja, super. Ich bin ja rausgetappt von der Zuschauerschaft. Ich glaube, er ist aber, ja, ich glaube auch, dass er Zivis ist. Ich glaube nicht, dass die ihn aufgenommen haben. Irgendwas war da. Ich glaube, er wollte zum Kartell, wurde aber abgelehnt, wenn ich mich täusche. Ich weiß es aber nicht genau. Kann man gucken, was er ist. Kann man gucken? Da sehe ich es gerade auch gar nicht. Muss ich zum Hinfliegen und eine ID-Karte ziehen, dass ich das sehen kann. Aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt beim Kartell ist. Oh, ich crash weg. Oder? Ja. Der gute alte 0XDR Crash. Ja, ist doch meine Info. Ja, ich weiß es halt auch nicht. Man könnte zwar nachgucken, aber... Ja. Ich weiß es nicht. Gibt es doch Mindestalter? Ja, 16 ist Mindestalter. 16 musste mindestens sein. Wurde ich gerade getimeoutet. Ich kann mal schauen, ob du getimeoutet wurdest. Äh... Nö. Du wurdest nicht getimeoutet, wie ich da gerade sehe. Nö. Kein Timeout für dich, Bruder. Keine Ahnung, warum du ein Timeout vielleicht bekommen hast von dem Bot. Also vom Bot ein Timeout bekommen. Das kann sein. Loading Lenny. Schauen wir mal. Ich würde mich gerade selber interessieren für was. Nö. Weißt du, was sein kann? Wir haben langsamer Modus. Ne. Keinen Timeout bekommen. Wir haben langsamer Modus an. Das heißt, du musst warten, bis du schreiben kannst. Das ist normal. Außer du bist VIP. Dann kannst du immer schreiben. Modus hat sich kein Timeout bekommen. Äh... Ja. Gut, Leute. Ich glaube, mein Game sagt mir auch, ich sollte langsam mal ins Bettchen. Und... Ja. Weil es ist auch schon wieder gleich 0 Uhr in der Früh. Kann man nicht über Discord irgendwie reichen? Leider nicht. Nein. Ähm... Leider. Ich bin halt an sich nicht erreichbar. Auch einfach aus dem Grund stellen wir vor. Ich war für jeden einfach erreichbar. Dann müsste ich mit ganz vielen Leuten schreiben. Dann müsste ich mit tausenden Leuten in Kontakt sein. Das geht ja gar nicht. Ich bin halt mit den Leuten in Kontakt, mit denen ich halt wirklich in real life befreundet bin. Oder die ich auch persönlich kenne und so. Mit denen bin ich in Kontakt. Ich glaube aber, das hast du. Wenn du eine gewisse Reichweite hast, kannst du halt nicht mit jedem in Kontakt bringen. Das geht gar nicht. Oder Kontaktaufnahme. Ist halt sehr schwer. Hm. So. Ist jetzt gar nicht so abgehoben. Man kommt nicht an den Rand oder so. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Aber stell dir mal vor, wenn ich jetzt fair gegenüber allen wäre, müsste ich dann mit denen irgendwie Freundschaftsanfrage in Discord haben, ne? Damit ich mit denen schreiben könnte. Also, es ist halt ein bisschen sehr unwahrscheinlich, dass das geht. Da müsste sich jemand einstellen. Sushi nicht vergessen. Genau. Sushi wird sonst kaputt. Gönne ich mir heute noch. Auf Ehrenmutterbasis. Und ja. Ich bedanke mich für alle, die heute mit am Start waren, die dabei waren. Ich glaube, ich habe heute sogar alles vorgelesen bekommen. Im Stream. Alles vorgelesen. Ja. Gut. Liebe Leute. Wie gesagt. Ich wünsche euch was. Und du musst ihm das mit dem Teddybär zeigen. Ich glaube, ich weiß, was du mit dem Teddybär meinst. Das habe ich schon mal gesehen, was da abgeht. Ich habe da nämlich ein Video von einem F-Dealer gesehen mit dem Teddybären. Also, ich glaube, das musst du mir nicht zeigen. Das kenne ich selber. Habe ich schon selber gesehen. Danke. Und ich weiß sogar schon, wie es geht. So dreckig. Jetzt aber wirklich, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich übermorgen. Und ja. Erstversuchstum 23.51 Uhr. Ja. Warum nicht? Es ist übrig. Es ist übrig. Es ist im Kühlschrank. Also, Leute. Ich wünsche dir Spaß. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich übermorgen. Ihr wisst ja. Ich versuche jeden zweiten Tag zu streamen. Und ja. Dann haut rein. Ich verabschiede mich. Vielen Dank für alle, die am Start waren. Die dabei waren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und. Und.